Kapitel 1 Dies sind die Worte Jeremias, des Sohnes Hilkias, aus dem Priestergeschlecht zu Anatod im Lande Benjamin. Zu ihm geschah das Wort des Herrn zur Zeit Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Judah, im dreizehnten Jahr seiner Herrschaft, und hernach zur Zeit Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Judah, bis ans Ende des elften Jahres Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs von Judah, bis Jerusalem weggeführt wurde im fünften Monat. Und das Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich aber sprach, »Ach, Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung.« Der Herr sprach aber zu mir, »Sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten«, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, »Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen.« Und es geschah des Herrn Wort zu mir, »Jeremia, was siehst du?« Ich sprach, »Ich sehe einen erwachenden Zweig.« Und der Herr sprach zu mir, »Du hast recht gesehen, denn ich will wachen über mein Wort, dass ich's tue.« Und es geschah des Herrn Wort zum zweiten Mal zu mir, »Was siehst du?« Ich sprach, »Ich sehe einen siedenden Kessel überkochen von Norden her.« Und der Herr sprach zu mir, »Von Norden her wird das Unheil losbrechen über alle, die im Lande wohnen. Denn siehe, ich will rufen alle Völker der Königreiche des Nordens, spricht der Herr, daß sie kommen sollen und ihre Throne setzen vor die Tore Jerusalems und rings um die Mauern her und vor alle Städte Judas. Und ich will mein Gericht über sie ergehen lassen, um all ihrer Bosheit willen, daß sie mich verlassen und anderen Göttern opfern und ihrer Hände Werk anbeten. So gürte nun deine Lenden und mache dich auf und predige ihnen alles, was ich dir gebiete. Erschrick nicht vor ihnen, auf daß ich dich nicht erschrecke vor ihnen. Denn ich will dich heute zur festen Stadt, zur eisernen Säule, zur ehrenen Mauer machen im ganzen Lande, wieder die Könige Judas, wieder seine Großen, wieder seine Priester, wieder das Volk des Landes, daß, wenn sie auch wieder dich streiten, sie dir dennoch nichts anhaben können. Denn ich bin bei dir, spricht der Herr, daß ich dich errette. Kapitel 2 Und des Herrn Wort geschah zu mir, geh hin und predige öffentlich der Stadt Jerusalem und sprich, so spricht der Herr, ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit, wie du mir folgtest in der Wüste, im Lande, da man nicht sät. Da war Israel dem Herrn heilig, die Erstlingsfrucht seiner Ernte. Wer davon essen wollte, machte sich schuldig, und Unheil mußte über ihn kommen, spricht der Herr. Hört des Herrn Wort, ihr vom Hause Jakob und alle Geschlechter vom Hause Israel. So spricht der Herr. Was haben doch eure Väter Unrechtes an mir gefunden, daß sie von mir wichen und hingen den nichtigen Götzen an und wurden so zunichte, und dachten niemals, wo ist der Herr, der uns aus Ägyptenland führte und leitete uns in der Wüste, im wilden, ungebahnten Lande, im dürren und finstern Lande, im Lande, daß niemand durchwandert und kein Mensch bewohnt. Und ich brachte euch in ein fruchtbares Land, daß ihr äßet seine Früchte und Güter. Aber als ihr hineinkamt, machtet ihr mein Land unrein und mein Eigentum mir zum Gräuel. Die Priester fragten nicht, wo ist der Herr, und die Hüter des Gesetzes achteten meiner nicht, und die Hirten des Volkes wurden mir untreu, und die Propheten weissagten im Namen des Baal und hingen den Götzen an, die nicht helfen können. Darum muß ich noch weiter mit euch und mit euren Kindeskindern rechten, spricht der Herr. Denn geht hin zu den Inseln der Kittiter und schaut und sendet nach Keda und gebt genau Acht und schaut, ob's da selbst so zugeht, ob die Heiden ihre Götter wechseln, die doch keine Götter sind. Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit eingetauscht gegen einen Götzen, der nicht helfen kann. Entsetze dich, Himmel, darüber, erschrick und erbebe gar sehr, spricht der Herr. Denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Ist denn Israel ein Sklave oder unfrei geboren, dass er jedermanns Raub sein darf? Löwen brüllen über ihm, brüllen laut und verwüsten sein Land, und seine Städte werden verbrannt, sodass niemand darin wohnt. Dazu scheren die Leute von Nov und Tachpantjes dir den Kopf kahl. Das alles hast du dir doch selbst bereitet, weil du den Herrn, deinen Gott, verlässt, so oft er dich den rechten Weg leiten will. Was hilft's dir, dass du nach Ägypten ziehst und willst vom Nil trinken? Und was hilft's dir, dass du nach Assyrien ziehst und willst vom Euphrat trinken? Deine Bosheit ist Schuld, dass du so geschlagen wirst, und dein Ungehorsam, dass du so gestraft wirst. Und du musst inne werden und erfahren, was es für Jammer und Herzeleid bringt, den Herrn, deinen Gott, zu verlassen und ihn nicht zu fürchten, spricht Gott, der Herr Zebaoth. Denn von jeher hast du dein Joch zerbrochen und deine Bande zerrissen und gesagt, Ich will nicht unterworfen sein, sondern auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen triebst du Hurerei. Ich aber hatte dich gepflanzt als einen edlen Weinstock, ein ganz echtes Gewächs. Wie bist du mir denn geworden zu einem schlechten, wilden Weinstock? Und wenn du dich auch mit Lauge wischest und nähmest viel Seife dazu, so bleibt doch der Schmutz deiner Schuld vor mir, spricht Gott, der Herr. Wie wagst du denn zu sagen, ich bin nicht unrein, ich habe mich nicht an die Baale gehängt? Sieh doch, wie du es treibst im Tal, und bedenke, was du getan hast. Du läufst umher wie eine Kamelstute in der Brunst, wie eine Wildeselin in der Wüste, wenn sie vor großer Brunst lächzt und läuft, dass niemand sie aufhalten kann. Wer sie haben will, muss nicht weit laufen, er trifft sie bald in dieser Zeit. Schone doch deine Füße, dass sie nicht wund werden, und deine Kehle, dass sie nicht durstig werde. Aber du sprichst, da wird nichts draus, ich muss diese Fremden lieben und ihnen nachlaufen. Wie ein Dieb zu Schanden wird, wenn man ihn ergreift, so wird das Haus Israel zu Schanden werden samt seinen Königen, Fürsten, Priestern und Propheten, die zum Holz sagen, du bist mein Vater, und zum Stein, du hast mich geboren. Denn sie kehren mir den Rücken zu und nicht das Angesicht. Aber wenn die Not über sie kommt, sprechen sie, auf und hilf uns. Wo sind denn deine Götter, die du dir gemacht hast? Lass sie aufstehen, lass sehen, ob sie dir helfen können in deiner Not. Denn so viel Städte, so viel Götter hast du, Judah. Wie könnt ihr rechten mit mir? Ihr seid alle von mir abgefallen, spricht der Herr. Alle meine Schläge sind vergeblich an euren Söhnen, sie lassen sich doch nicht erziehen. Euer Schwert frisst eure Propheten wie ein wütender Löwe. Du böses Geschlecht, merke auf das Herrn Wort. Bin ich denn für Israel eine Wüste oder ödes Land? Warum spricht denn mein Volk, wir sind freie Herren und brauchen dir nicht mehr nachzulaufen? Vergißt wohl eine Jungfrau ihren Schmuck oder eine Braut ihren Schleier? Mein Volk aber vergisst mich seit endlos langer Zeit. Wie fein findest du Wege, dir Liebhaber zu suchen. Darum hast du dich auch gewöhnt, auf bösen Wegen zu wandeln. Auch findet man an deinen Kleidern das Blut von Armen und Unschuldigen, die du nicht beim Einbruch ertappt hast, sondern die alledem widerstanden. Und doch sprichst du, ich bin unschuldig. Er hat ja doch seinen Zorn von mir gewandt. Siehe, ich will dich richten, weil du sprichst, ich habe nicht gesündigt. Was läufst du denn so leichtfertig bald dahin, bald dorthin? Auch an Ägypten wirst du zu schanden werden, wie du an Assyrien zu schanden geworden bist. Denn du musst auch von dort wegziehen und deine Hände über dem Kopf zusammenlegen. Denn der Herr hat sie verworfen, auf die du deine Hoffnung setztest, und es wird dir nicht mit ihnen gelingen. Kapitel 3 Und er sprach, wenn sich ein Mann von seiner Frau scheidet, und sie geht von ihm und gehört einem anderen, darf er sie auch wieder annehmen? Ist's nicht so, dass das Land unrein würde? Du aber hast mit vielen gehurt, und solltest wieder zu mir kommen, spricht der Herr. Hebe deine Augen auf zu den Höhen, und sieh, wo du allenthalben dich preisgegeben hast. An den Wegen sitzt du und lauerst auf sie wie ein Araber in der Wüste, und machst das Land unrein mit deiner Hurerei und Bosheit. Darum muss auch der Frühregen ausbleiben, und kein Spätregen kommt. Aber du hast eine Hurenstirn, du willst dich nicht mehr schämen, und schreist jetzt zu mir, Lieber Vater, du Vertrauter meiner Jugend, willst du denn ewiglich zürnen und nicht vom Grimm lassen? Siehe, so redest du und tust Böses, und lässt es dir nicht wehren. Und der Herr sprach zu mir zur Zeit des Königs Josia, Hast du gesehen, was Israel die Abtrünnige tat? Sie ging hin auf alle hohen Berge und unter alle grünen Bäume und trieb dort Hurerei. Und ich dachte, nachdem sie das alles getan, würde sie zu mir zurückkehren. Aber sie kehrte nicht zurück. Und obwohl ihre Schwester Judah, die Treulose, gesehen hat, Wie ich Israel, die Abtrünnige, wegen ihres Ehebruchs gestraft und sie entlassen Und ihr einen Scheidebrief gegeben habe, Scheut sich dennoch ihre Schwester, das Treulose Judah, nicht, Sondern geht hin und treibt auch Hurerei. Und ihre leichtfertige Hurerei hat das Land unrein gemacht. Denn sie treibt Ehebruch mit Stein und Holz. Und auch in diesem allen bekehrt sich das Treulose Judah, Ihre Schwester, nicht zu mir von ganzem Herzen, Sondern nur mit Heuchelei, spricht der Herr. Und der Herr sprach zu mir, Das Abtrünnige Israel steht gerechter da als das Treulose Judah. Geh hin und rufe diese Worte nach Norden und sprich, Kehre zurück, du abtrünniges Israel, spricht der Herr, So will ich nicht zornig auf euch blicken. Denn ich bin gnädig, spricht der Herr, Und will nicht ewiglich zürnen. Allein erkenne deine Schuld, Dass du wieder den Herrn, deinen Gott, gesündigt hast Und bist hin und her gelaufen zu den fremden Göttern unter allen grünen Bäumen. Und ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht, spricht der Herr. Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr, Denn ich bin euer Herr. Und ich will euch holen, Einen aus einer Stadt und zwei aus einem Geschlecht, Und will euch bringen nach Zion. Und ich will euch Hirten geben nach meinem Herzen, Die euch weiden sollen in Einsicht und Weisheit. Und es soll geschehen, wenn ihr zahlreich geworden seid Und euch ausgebreitet habt im Lande, So soll man, spricht der Herr, In jenen Tagen nicht mehr reden von der Bundeslade des Herrn, Ihrer nicht mehr gedenken oder nach ihr fragen, Und sie nicht mehr vermissen. Auch wird sie nicht wieder gemacht werden. Sondern zu jener Zeit wird man Jerusalem nennen, Und es werden sich dahin sammeln, Alle Heiden um des Namens des Herrn willen zu Jerusalem. Und sie werden nicht mehr wandeln, Nach ihrem verstockten und bösen Herzen. In jenen Tagen wird das Haus Judah zum Haus Israel gehen, Und sie werden miteinander heimkommen, Von Norden her in das Land, Das ich euren Vätern zum Erbe gegeben habe. Und ich dachte, Wie will ich dich halten, Als wärst du mein Sohn, Und dir das liebe Land geben, Den allerschönsten Besitz unter den Völkern. Und ich dachte, Du würdest mich dann lieber Vater nennen, Und nicht von mir weichen. Aber das Haus Israel hat mir nicht die Treue gehalten, Gleich wie ein Weib wegen ihres Liebhabers Nicht die Treue hält, Spricht der Herr. Man hört ein klägliches Heulen und Weinen Der Kinder Israel auf den Höhen, Weil sie übel getan Und den Herrn, ihren Gott, vergessen haben. Kehrt zurück, ihr abtrünnigen Kinder, So will ich euch heilen von eurem Ungehorsam. Siehe, wir kommen zu dir, Denn du bist der Herr, unser Gott. Wahrlich, es ist ja nichts als Betrug Mit den Hügeln und mit dem Lärm auf den Bergen. Wahrlich, es hat Israel keine andere Hilfe Als am Herrn, unserem Gott. Der schändliche Baal hat gefressen, Was unsere Väter erworben hatten, Von unserer Jugend an, Ihre Schafe und Rinder, Söhne und Töchter. So müssen wir uns betten in unsere Schande, Und unsere Schmach soll uns bedecken. Denn wir haben gesündigt wieder den Herrn, Unsern Gott, wir und unsere Väter, Von unserer Jugend an bis auf den heutigen Tag, Und haben nicht gehorcht der Stimme des Herrn, Unseres Gottes. Kapitel 4 Willst du dich, Israel, bekehren, Spricht der Herr, So kehre dich zu mir. Und wenn du deine gräulichen Götzen Von meinem Angesicht wegtust, So brauchst du nicht mehr, um herzuschweifen. Und wenn du ohne Heuchelei Recht und heilig schwörst, So wahr der Herr lebt, Dann werden die Heiden In ihm gesegnet werden Und sich seiner rühmen. Denn so spricht der Herr zu denen In Judah und zu Jerusalem. Pflüget ein Neues Und säet nicht unter die Dornen. Beschneidet euch für den Herrn Und tut weg die Vorhaut eures Herzens, Ihr Männer von Judah Und ihr Leute von Jerusalem, Auf das nicht um eurer Bosheit willen Mein Grimm ausfahre wie Feuer Und brenne, sodass niemand löschen kann. Verkündet in Judah Und schreit laut in Jerusalem Und sprecht, Blast die Posaune im Lande, Ruft mit voller Stimme und sprecht, Sammelt euch Und lasst uns in die festen Städte ziehen. Richtet in Zion Ein Fluchtzeichen auf, Flieht und säumet nicht, Denn ich bringe von Norden Unheil herzu und großen Jammer. Es steigt herauf der Löwe Aus seinem Dickicht, Und der Verderber der Völker Hat sich aufgemacht Und ist ausgezogen von seiner Städte, Dein Land zu verwüsten Und deine Städte zu verbrennen, Sodass niemand darin wohnt. Darum zieht den Sack an, Klagt und heult, Denn der grimmige Zorn des Herrn Will sich nicht von uns wenden. Zu der Zeit, spricht der Herr, Wird dem König und den Fürsten Der Mut entfallen, Die Priester werden bestürzt Und die Propheten erschrocken sein. Ich aber sprach, Ach, Herr, Herr, Du hast dies Volk Und Jerusalem sehr getäuscht, Als du sagtest, Es wird Friede bei euch sein, Wodurch das Schwert Uns ans Leben geht. Zu der Zeit wird man diesem Volk Und Jerusalem sagen, Es kommt ein heißer Wind Von den kahlen Höhen Aus der Wüste, Geraden Weges Zu der Tochter meines Volkes Nicht zum Worfeln Noch zum Sichten. Ja, ein Wind kommt Auf mein Geheiß, Der ihnen zu stark sein wird. Da will ich denn mit ihnen rechten. Siehe, er fährt daher wie Wolken, Und seine Wagen sind wie ein Sturmwind, Seine Rosse sind schneller als Adler. Weh uns, wir sind verloren. So wasche nun Jerusalem Dein Herz von der Bosheit, Auf das dir geholfen werde. Wie lange wollen bei dir bleiben Deine heillosen Gedanken? Horch! Es kommt ein Geschrei von Dan her Und eine böse Botschaft Vom Gebirge Ephraim. Saget an den Völkern, Verkündet in Jerusalem. Belagerer kommen aus fernen Landen Und erheben Kriegsgeschrei Gegen die Städte Judas. Sie werden sich um Jerusalem her lagern, Wie die Wächter auf dem Felde. Denn es hat mich erzürnt, Spricht der Herr. Das hast du zum Lohn Für deinen Wandel und dein Tun. Das kommt von deiner Bosheit, Dass es so bitter um dich steht Und dir bis ans Herz dringt. Wie ist mir so weh! Mein Herz pocht mir im Leibe Und ich habe keine Ruhe, Denn ich höre der Posaune Hall, Den Lärm der Feldschlacht. Niederlage auf Niederlage Wird gemeldet, Denn das ganze Land wird verheert, Plötzlich sind meine Hütten Und meine Zelte zerstört. Wie lange soll ich noch Das Fluchtzeichen sehen Und der Posaune Hall hören. Aber mein Volk ist toll Und glaubt mir nicht. Töricht sind sie Und achtens nicht. Weise sind sie genug, Übles zu tun, Aber Recht tun Wollen sie nicht lernen. Ich schaute das Land an, Siehe, es war Wüst und öde, Und den Himmel, Und er war finster. Ich sah die Berge an, Und siehe, sie bebten, Und alle Hügel wankten. Ich sah und siehe, Da war kein Mensch, Und alle Vögel unter dem Himmel Waren weggeflogen. Ich sah und siehe, Das Fruchtland war eine Wüste, Und alle seine Städte Waren zerstört vor dem Herrn Und vor seinem grimmigen Zorn. Denn so spricht der Herr, Das ganze Land soll wüst werden, Aber ich will mit ihm Doch nicht ganz ein Ende machen. Darum wird das Land betrübt, Und der Himmel droben traurig sein. Denn ich hab's geredet, Ich hab's beschlossen, Und es soll mich nicht geräuen, Ich will auch nicht davon ablassen. Aus allen Städten Werden sie vor dem Geschrei Der Reiter und Schützen fliehen, Und in die dichten Wälder laufen, Und in die Felsen kriechen. Alle Städte werden verlassen stehen, So daß niemand darin wohnt. Was willst du dann tun, Du Überwältigte? Wenn du dich schon mit Purpur kleiden Und mit goldenen Kleinoden schmücken Und dein Angesicht schminken würdest, So schmückst du dich doch vergeblich. Die dir jetzt den Hof machen, Werden dich verachten, Sie werden dir nach dem Leben trachten. Denn ich höre ein Geschrei Wie von einer Gebärenden, Angstrufe wie von einer, Die in den ersten Kindsnöten ist, Ein Geschrei der Tochter Zion, Die da keucht und die Hände ausbreitet, Ach, weh mir, Ich muss vergehen vor den Würgern. Kapitel 5 Geht durch die Gassen Jerusalems Und schaut und merkt auf Und sucht auf den Straßen der Stadt, Ob ihr jemand findet, Der Recht übt und auf Wahrheit hält, So will ich ihr gnädig sein. Und wenn sie auch sprechen, Bei dem lebendigen Gott, So schwören sie doch falsch. Herr, deine Augen sehen auf Wahrhaftigkeit, Du schlägst sie, Aber sie fühlen's nicht. Du machst fast ein Ende mit ihnen, Aber sie bessern sich nicht. Sie haben ein Angesicht härter als ein Fels Und wollen sich nicht bekehren. Ich aber dachte, Wohlan, Es sind arme, unverständige Leute Und wissen nicht um das Herrn Weg Und um ihres Gottes Recht. Ich will zu den Großen gehen Und mit ihnen reden. Die werden um das Herrn Weg Und ihres Gottes Recht wissen. Aber sie alle haben das Joch zerbrochen Und die Seile zerrissen. Darum wird sie auch der Löwe Aus dem Walde zerreißen Und der Wolf aus der Städte Wird sie verderben Und der Panther wird um ihre Städte lauern. Alle, die von da herausgehen, Werden zerfleischt. Denn ihrer Sünden sind zu viele Und sie bleiben in ihrem Ungehorsam. Wie soll ich dir denn gnädig sein? Deine Söhne haben mich verlassen Und schwören bei dem, Der nicht Gott ist. Als ich sie satt gemacht hatte, Trieben sie Ehebruch Und liefen ins Hurenhaus. Ein jeder Wiert nach seines nächsten Weibe Wie die vollen, müßigen Hengste. Und ich sollte das an ihnen nicht heimsuchen, Spricht der Herr, Und ich sollte mich nicht rächen An einem Volk wie diesem? Stürmt ihre Weinberge hinauf Und zerstört die stützenden Mauern Aber verwüstet sie nicht ganz Reißet ihre Weinranken weg Denn sie gehören nicht dem Herrn Sie verachten mich, Spricht der Herr Das Haus Israel Und das Haus Judah Sie verleugnen den Herrn Und sprechen Das tut er nicht So übel wird es uns nicht gehen Schwert und Hunger Werden wir nicht sehen Die Propheten sind Schwätzer Und haben Gottes Wort nicht Es ergehe ihnen selbst so Darum spricht der Herr Der Gott Sebaoth Weil ihr solche Reden führt Siehe, so will ich meine Worte In deinem Munde zu Feuer machen Und dies Volk zu Brennholz Dass es verzehrt werde Siehe, ich will über euch Vom Hause Israel Ein Volk von Ferne herbringen Spricht der Herr Ein Volk von unerschöpflicher Kraft Ein uraltes Volk Ein Volk, dessen Sprache Du nicht verstehst Und was sie reden Kannst du nicht vernehmen Seine Köcher sind wie offene Gräber Es sind lauter Helden Sie werden deine Ernte Und dein Brot verzehren Sie werden deine Söhne Und Töchter fressen Sie werden deine Schafe Und Rinder verschlingen Sie werden deine Weinstöcke Und Feigenbäume verzehren Deine festen Städte Auf die du dich verlässt Werden sie mit dem Schwert Einnehmen Doch will ich Spricht der Herr Auch zu jener Zeit Mit euch nicht ganz Ein Ende machen Und wenn sie sagen Warum tut uns der Herr Unser Gott dies alles Sollst du ihnen antworten Wie ihr mich verlasst Und fremden Göttern dient In eurem eigenen Lande So sollt ihr auch Fremden dienen In einem Lande Das nicht euer ist Verkündet im Hause Jakob Und ruft aus In Judah und sprecht Hört zu Ihr tolles Volk Das keinen Verstand hat Die da Augen haben Und sehen nicht Ohren haben Und hören nicht Wollt ihr mich nicht fürchten Spricht der Herr Und vor mir nicht erschrecken Der ich dem Meere Den Sand zur Grenze setzte Darin es alle Zeit Bleiben muss Darüber es nicht gehen darf Und wenn es auch auffällt So vermag es doch nichts Und wenn seine Wellen Auch toben So dürfen sie doch Nicht darüber gehen Aber dies Volk Hat ein abtrünniges Ungehorsames Herz Sie bleiben abtrünnig Und gehen ihrer Wege Und sprechen niemals In ihrem Herzen Lasst uns doch Den Herrn Unsern Gott fürchten Der uns Frühregen Und Spätregen Gibt zur rechten Zeit Und uns die Ernte Treulich Und jährlich Gewährt Aber eure Verschuldungen Verhindern das Und eure Sünden Halten das Gute Von euch fern Man findet Unter meinem Volk Gottlose Die den Leuten Nachstellen Und Fallen Zurichten Um sie zu fangen Wie es die Vogelfänger Tun Ihre Häuser Sind voller Tücke Wie ein Vogelbauer Voller Lockvögel Ist Daher Sind sie groß Und reich geworden Fett Und feist Sie gehen mit bösen Dingen um Sie halten kein Recht Der weisen Sache Fördern sie nicht Dass ihnen ihr Recht werde Und helfen den Armen Nicht zum Recht Sollte ich das an ihnen Nicht heimsuchen Spricht der Herr Und sollte ich mich nicht rächen An einem Volk Wie diesem Es steht gräulich Und grässlich Im Lande Die Propheten Weissagen Lüge Und die Priester Herrschen auf eigene Faust Und mein Volk Hat's gern so Aber was werdet ihr tun Wenn's damit Ein Ende hat Kapitel 6 Flieht ihr Kinder Benjamin Aus Jerusalem Und blast die Posaune In Tekoa Und richtet ein Fluchtzeichen auf Über Beth Kerem Denn es droht von Norden Unheil Und großer Jammer Die Tochter Zion Ist wie eine liebliche Aue Aber es werden Hirten Über sie kommen Mit ihren Herden Die werden Zelte Aufschlagen Rings um sie her Und ein jeder Seinen Platz abweiden Rüstet euch Zum Krieg gegen sie Wohlauf Lasst uns hinaufziehen Solange es noch Heller Tag ist Wehe Es will Abend werden Und die Schatten Werden lang Wohl an Lasst uns hinaufziehen Bei Nacht Und ihre Paläste Zerstören Denn so spricht Der Herr Zebaoth Fellet Bäume Und werft einen Wall Auf gegen Jerusalem Denn es ist eine Stadt Die heimgesucht Werden soll Ist doch nichts Als Unrecht darin Denn wie ein Brunnen Sein Wasser Quellen lässt So quillt auch Ihre Bosheit Frevel Und Gewalt Hört man in ihr Und Morden Und Schlagen Treiben sie täglich Vor mir Bessre dich Jerusalem Ehe sich mein Herz Von dir wende Und ich dich Zum Wüstenlande Mache Darin niemand wohnt So spricht Der Herr Zebaoth Halte Nachlese Am Rest Israels Wie am Weinstock Strecke deine Hand Immer wieder aus Wie ein Winzer Nach den Reben Ach Mit wem Soll ich noch reden Und wem Soll ich Zeugnis geben Dass doch jemand Hören wollte Aber ihr Ohr Ist unbeschnitten Sie können's nicht hören Siehe Sie halten Des Herrn Wort für Spott Und wollen es nicht haben Darum bin ich Von des Herrn Zorn so voll Dass ich ihn Nicht zurückhalten kann So schütte ihn aus Über die Kinder Auf der Gasse Und über die Schar Der jungen Männer Denn es sollen alle Mann und Frau Alte und Hochbetagte Gefangen Weggeführt werden Ihre Häuser Sollen den Fremden Zuteil werden Samt den Äckern Und Frauen Denn ich will Meine Hand Ausstrecken Spricht der Herr Wieder die Bewohner Des Landes Denn sie gieren alle Klein und groß Nach unrechtem Gewinn Und Propheten Und Priester Gehen alle Mit Lüge um Und heilen Den Schaden Meines Volkes Nur oben hin Indem sie sagen Friede Friede Und ist doch Nicht Friede Sie werden mit Schande Dastehen Weil sie solche Gräuel getrieben haben Aber sie wollen Sich nicht schämen Und wissen Nichts von Scham Darum sollen sie Fallen Unter den Fallenden Und wenn ich sie Heimsuchen werde Sollen sie stürzen Spricht der Herr So spricht der Herr Tretet hin An die Wege Und schaut Und fragt Nach den Wegen Der Vorzeit Welches der gute Weg sei Und wandelt darin So werdet ihr Ruhe finden Für eure Seele Aber sie sprechen Wir wollen's nicht tun Auch habe ich Wächter Über euch gesetzt Achtet auf den Hall Der Posaune Aber sie sprechen Wir wollen's nicht tun Darum höret ihr Völker Und merkt auf Samt euren Leuten Du Erde Höre zu Siehe Ich will Unheil Über dies Volk bringen Ihren verdienten Lohn Weil sie Weil sie auf Meine Worte Nicht achten Und mein Gesetz Verwerfen Was frage ich Nach dem Weihrauch Aus Saba Und nach dem Köstlichen Gewürz Das aus fernen Landen Kommt Eure Brandopfer Sind mir nicht Wohlgefällig Und eure Schlachtopfer Gefallen mir nicht Darum spricht der Herr Siehe Ich will diesem Volk Anstöße In den Weg stellen Daran sich Väter Und Söhne Zugleich stoßen Und ein Nachbar Mit dem Andern Umkommen soll So spricht der Herr Siehe Es kommt ein Volk Von Norden Und ein großes Volk Wird sich erheben Vom Ende der Erde Sie führen Bogen Und Speer Sind grausam Und ohne Erbarmen Sie brausen daher Wie ein ungestümes Meer Und reiten auf Rossen Gerüstet als Kriegsleute Gegen dich Du Tochter Zion Wir haben von ihnen gehört Und unsere Arme Sind uns niedergesunken Es ist uns Angst Und Weh geworden Wie einer Gebärenden Niemand gehe hinaus Auf den Acker Niemand gehe über Land Denn es ist Schrecken Um und um Vor dem Schwert Des Feindes O Tochter meines Volkes Zieh den Sack an Und wälze dich im Staube Trage Leid Wie um den einzigen Sohn Und Klage bitterlich Denn der Verderber Sind nicht ausgeschieden Darum heißen sie Verworfenes Silber Denn der Herr Hat sie verworfen Kapitel 7 Dies ist das Wort Das vom Herrn Das vom Herrn geschah Sagen Hier ist das Herrn Tempel Hier ist das Herrn Tempel Hier ist das Herrn Tempel Sondern bessert euer Leben Und euer Tun Daß ihr Recht handelt Einer gegen den anderen Und keine Gewalt Übt gegen Fremdlinge Weisen und Witwen Und nicht unschuldiges Blut Vergießt an diesem Ort Und nicht anderen Göttern Nachläuft zu eurem eigenen Schaden So will ich immer und ewig Bei euch wohnen An diesem Ort In dem Lande Das ich euren Vätern gegeben habe Aber nun verlasst ihr euch Auf Lügenworte Die zu nichts Nütze sind Ihr seid Diebe Mörder Ehebrecher Und meineidige Und opfert dem Baal Und lauft fremden Göttern nach Die ihr nicht kennt Und dann kommt ihr Und tretet vor mich In diesem Hause Das nach meinem Namen genannt ist Und sprecht Wir sind geborgen Und tut weiter solche Gräuel Haltet ihr denn dies Haus Das nach meinem Namen genannt ist Für eine Räuberhöhle Siehe Ich sehe es wohl Spricht der Herr Geht hin an meine Stätte Zu Silo Wo früher mein Name gewohnt hat Und schaut Was ich dort getan habe Wegen der Bosheit Meines Volkes Israel Weil ihr denn lauter Solche Dinge treibt Spricht der Herr Und weil ich immer wieder Zu euch redete Und ihr nicht hören wolltet Und ich euch rief Und ihr nicht antworten wolltet So will ich mit dem Hause Das nach meinem Namen genannt ist Auf das ihr euch verlasst Und mit der Stätte Die ich euch und euren Vätern Gegeben habe Ebenso tun Wie ich mit Silo getan habe Und will euch Von meinem Angesicht Verstoßen Wie ich verstoßen habe Alle eure Brüder Das ganze Geschlecht Ephraim Du sollst für dieses Volk Nicht bitten Und sollst für sie Weder Klage Noch Gebet Vorbringen Sie auch nicht Vertreten vor mir Denn ich will dich Nicht hören Siehst du nicht Was sie tun In den Städten Judas Und auf den Gassen Jerusalems Die Kinder Lesen Holz Die Väter Zünden das Feuer an Und die Frauen Kneten den Teig Daß sie der Himmelskönigin Kuchen backen Und fremden Göttern Spenden sie Trankopfer Mir zum Verdruss Aber damit Machen sie nicht Mir Verdruss Spricht der Herr Sondern sich selbst Zu ihrer eigenen Schande Darum spricht Gott der Herr Siehe Mein Zorn Und mein Grimm Wird ausgeschüttet Über diese Städte Über Menschen Und über Vieh Über die Bäume Auf dem Felde Und über die Früchte Des Landes Der soll so brennen Daß niemand löschen kann So spricht der Herr Zebaoth Der Gott Israels Tut eure Brandopfer Zu euren Schlachtopfern Und frest Fleisch Ich aber habe euren Vätern An dem Tage Als ich sie aus Ägyptenland führte Nichts gesagt Noch geboten Von Brandopfern Und Schlachtopfern Sondern dies Habe ich ihnen geboten Gehorcht meinem Wort So will ich Euer Gott sein Und ihr sollt Mein Volk sein Wandelt ganz Auf dem Wege Den ich euch gebiete Auf das es euch wohl gehe Aber sie wollten Nicht hören Noch ihre Ohren Mir zukehren Sondern wandelten Nach ihrem eigenen Rat Und nach ihrem Verstockten Und bösen Herzen Und kehrten mir Den Rücken zu Und nicht das Angesicht Ja Von dem Tage an Da ich eure Väter Aus Ägyptenland führte Bis auf diesen Tag Habe ich immer wieder Zu euch gesandt Alle meine Knechte Die Propheten Aber sie wollen Nicht hören Noch ihre Ohren Mir zukehren Sondern sind Halsstarrig Und treiben es Ärger Als ihre Väter Und wenn du schon Ihnen dies Alles sagst So werden sie Doch nicht Auf dich hören Rufst du sie So werden sie Dir nicht antworten Darum Sprich zu ihnen Dies Ist das Volk Das auch die Stimme Des Herrn Seines Gottes Nicht hören Noch sich bessern will Die Wahrheit Ist dahin Und ausgerottet Aus ihrem Munde Schere deine Haare Ab Und wirf sie von dir Und Wehklage Auf den Höhen Denn der Herr Hat dies Geschlecht Über das er zornig ist Verworfen Und verstoßen Denn die Kinder Judah tun Was mir missfällt Spricht der Herr Sie haben ihre Gräuelbilder Gesetzt in das Haus Das nach meinem Namen Genannt ist Um es unrein zu machen Und haben die Höhen Des Tophet Im Tal Ben Hinnom Gebaut Um ihre Söhne Und Töchter Zu verbrennen Was ich nie Geboten habe Und mir nie In den Sinn Gekommen ist Darum siehe Es kommt die Zeit Spricht der Herr Dass man es nicht Mehr nennen wird Tophet Und Tal Ben Hinnom Sondern Würgetal Und man wird Im Tophet Begraben müssen Weil sonst Kein Raum Mehr sein wird Und die Leichname Dieses Volkes Sollen den Vögeln Des Himmels Und den Tieren Des Feldes Zum Fraß werden Ohne dass sie Jemand verscheuchen Wird Und ich will In den Städten Judas Und auf den Gassen Jerusalems Wegnehmen Den Jubel Der Freude Und Wonne Und die Stimme Des Bräutigams Und der Braut Denn das Land Soll Wüst werden Kapitel 8 Zu dieser Zeit Spricht der Herr Wird man die Gebeine Der Könige Von Judah Die Gebeine Seiner Fürsten Die Gebeine Der Priester Die Gebeine Der Propheten Und die Gebeine Der Bürger Jerusalems Aus ihren Gräbern Werfen Und wird sie Hinstreuen Der Sonne Dem Mond Und dem ganzen Heer des Himmels Die sie geliebt Und denen sie gedient haben Denen sie nachgelaufen sind Die sie befragt Wo ist jemand Wenn er irre geht Der nicht gern Wieder zurecht käme Warum will denn Dies Volk Zu Jerusalem Irre gehen Für und für Sie halten so fest Am falschen Gottesdienst Dass sie nicht umkehren wollen Ich sehe und höre Dass sie nicht die Wahrheit reden Es gibt niemand Dem seine Bosheit Leid wäre Und der spräche Was hab ich doch getan Sie laufen alle ihren Lauf Wie ein Hengst Der in der Schlacht dahin stürmt Der Storch unter dem Himmel Weiß seine Zeit Turteltaube, Kranich und Schwalbe Halten die Zeit ein In der sie wiederkommen sollen Aber mein Volk Will das Recht des Herrn nicht wissen Wie könnt ihr sagen Wir sind weise Und haben das Gesetz des Herrn bei uns Ist's doch lauter Lüge Was die Schreiber daraus machen Die Weisen müssen zu Schanden Erschreckt und gefangen werden Denn was können sie Weises lehren Wenn sie des Herrn Wort verwerfen Darum will ich ihre Frauen Den Fremden geben Und ihre Äcker denen Durch die sie verjagt werden Denn sie gieren alle Klein und groß Nach unrechtem Gewinn Priester und Propheten Gehen mit Lüge um Und heilen den Schaden Meines Volkes Nur oben hin Indem sie sagen Friede, Friede Und ist doch nicht Friede Sie werden mit Schande dastehen Weil sie solche Gräuel getrieben haben Aber sie wollen sich nicht schämen Und wissen nichts von Scham Darum sollen sie fallen Unter den Fallenden Und wenn ich sie heimsuchen werde Sollen sie stürzen Spricht der Herr Ich will unter ihnen Lese halten Spricht der Herr So daß keine Trauben am Weinstock Und keine Feigen am Feigenbaum Übrig bleiben Ja, auch die Blätter abfallen sollen Und was ich ihnen gegeben habe Das soll ihnen genommen werden Wozu wollen wir noch da sitzen Sammelt euch Und laßt uns in die festen Städte ziehen Daß wir dort umkommen Denn der Herr, unser Gott Wird uns umkommen lassen Und uns tränken Mit einem giftigen Trank Weil wir so gesündigt haben Wieder den Herrn Wir hofften Es sollte Friede werden Aber es kommt nichts Gutes Wir hofften Wir sollten heil werden Aber siehe Es ist Schrecken da Man hört ihre Rosse schnauben Von Dan her Vom Wiern ihrer Hengste Erbebt das ganze Land Sie fahren daher Und werden das Land Auffressen mit allem Was darin ist Die Stadt Samt allen Die darin wohnen Denn siehe Ich will Schlangen Und Nattern Unter euch senden Die nicht zu beschwören sind Die sollen euch stechen Spricht der Herr Was kann mich In meinem Jammer Erquicken Mein Herz In mir ist krank Siehe Die Tochter Meines Volkes Schreit Aus fernem Lande her Will denn der Herr Nicht mehr Gott sein In Zion Oder soll es Keinen König Mehr haben Ja Warum haben sie Mich so erzürnt Durch ihre Bilder Und fremde Nichtige Götzen Die Ernte Ist vergangen Der Sommer Ist dahin Und uns Ist keine Hilfe gekommen Mich jammert Von Herzen Dass mein Volk So ganz zerschlagen Ist Ich dräme Und entsetze mich Ist denn Keine Salbe In Gilead Oder ist Kein Arzt Da Warum Ist denn Die Tochter Meines Volkes Nicht geheilt Ach Dass ich Wasser Genug hätte In meinem Haupte Und meine Augen Tränenquellen Wären Dass ich Tag Und Nacht Beweinen könnte Die Erschlagenen Meines Volkes Kapitel 9 Ach Dass ich eine Herberge Hätte in der Wüste So wollte ich Mein Volk Verlassen Und von ihnen ziehen Denn es sind Lauter Ehebrecher Und ein treuloser Haufe Sie schießen Mit ihren Zungen Lauter Lüge Und keine Wahrheit Und treiben's Mit Gewalt Im Lande Und gehen Von einer Bosheit Zur Anderen Mich aber Achten sie nicht Spricht der Herr Ein jeder Hüte sich Vor seinem Freunde Und traue auch Seinem Bruder Nicht Denn ein Bruder Überlistet den Anderen Und ein Freund Verleumdet den Anderen Ein Freund Täuscht den Anderen Sie reden Kein wahres Wort Sie haben sich Daran gewöhnt Dass einer Den Anderen betrügt Sie freveln Und es ist Ihnen leid Umzukehren Es ist Allenthalben Nichts als Trug Unter ihnen Und vor Lauter Trug Wollen sie Mich nicht Kennen Spricht der Herr Darum Spricht der Herr Zebaot Siehe Ich will sie Schmelzen Und prüfen Denn was soll Ich sonst tun Wenn ich ansehe Die Tochter Meines Volkes Ihre falschen Zungen Sind tödliche Pfeile Mit dem Munde Reden sie Freundlich Zu ihrem Nächsten Aber im Herzen Lauern sie ihm Auf Sollte ich das Nicht heimsuchen An ihnen Spricht der Herr Und sollte ich Mich nicht rächen An einem Volk Wie diesem Ich muss über Die Berge Weinen Und heulen Und über die Weidegründe In der Steppe Klagen Denn sie sind Verödet Dass niemand Hindurchzieht Und man auch Kein Vieh Blöken hört Die Vögel Des Himmels Und das Vieh Sind geflohen Und fort Und ich will Jerusalem Zu Steinhaufen Und zur Wohnung Der Schakale Machen Und will die Städte Judas Zur Wüste Machen Dass niemand Darin wohnen Soll Wer ist nun Weise Dass er dies Verstünde Und zu wem Spricht des Herrn Mund Dass er Verkündete Warum das Land Verdirbt Und öde Wird Wie eine Wüste Die niemand Durchwandert Und der Herr sprach Weil sie Mein Gesetz Verlassen Das ich ihnen Vorgelegt Habe Und meinen Worten Nicht Gehorchen Auch nicht Danach Leben Sondern Folgen Ihrem Verstockten Herzen Und den Baalen Wie ihre Väter Sie gelehrt Haben Darum Spricht der Herr Zebaoth Der Gott Israels Siehe Ich will Dies Volk Mit Wermut Speisen Und mit Gift Tränken Ich will Sie Unter Völker Zerstreuen Die Weder Sie Noch Ihre Väter Gekannt Haben Und Will Das Schwert Hinter Ihnen Herschicken Bis Es Aus Ist Mit Ihnen So spricht der Herr Zebaoth Gebt 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 Acht Und Bestellt Klage Weiber Dass Sie kommen Und Schickt Nach denen Die Klagen Können Dass Sie Herbei Eilen Und Um Uns Klagen Dass Unsere Augen Von Tränen Rinnen Und Unsere Augenlider Von Wasser Fließen Horch Man Hört Ein Klage Geschrei In Zion Ach Wie Hat Man Uns Gewalt Angetan Und Wie Sind Wir Zu Schanden geworden Wir müssen Das Land Räumen Denn Sie Haben Unsere Wohnungen Geschleift Ja Höret Ihr Frauen Das Herrn Wort Und Nehmt Zu Ohren Die Rede Seines Mundes Lehrt Eure Töchter Klagen Und Eine Lehre Die Andere Dies Klagelied Der Tod Ist Zu Unseren Fenstern Hereingestiegen Und In Unsere Häuser Gekommen Er Wirbt Die Kinder Auf Der Gasse Und Die Jungen Männer Auf Den Plätzen So spricht Der Herr Die Leichen Der Menschen Sollen Liegen Wie Dunk Auf Dem Felde Und Wie Garben Hinter dem Schnitter Die Niemand Sammelt So spricht Der Herr Ein Weiser Rühme Sich Nicht Seiner Weisheit Ein Starker Rühme Sich Nicht Seiner Stärke Ein Reicher Rühme Sich Nicht Seines Reichtums Sondern Wer sich Rühmen Will Der Rühme Sich Dessen Dass Er Klug Sei Und Mich Kenne Dass Ich Der Herr Bin Der Barmherzigkeit Recht Und Gerechtigkeit Übt Auf Erden Denn Solches Gefällt Mir Spricht Der Herr Siehe Es Kommt Die Zeit Spricht Der Herr Dass Ich Heimsuchen Werde Alle Die An Der Vorhaut Beschnitten Sind Nämlich Ägypten Judah Edom Die Ammoniter Moab Und Alle Die Das Haar Rundherum Abscheren Die In Der Wüste Wohnen Denn Alle Heiden Sind Nur Unbeschnitten Aber Ganz Israel Hat Ein Unbeschnittenes Herz Kapitel 10 Höret Was der Herr Zu Euch Redet Ihr Vom Hause Israel So Spricht Der Herr Ihr Sollt Nicht Den Gottesdienst Der Heiden Annehmen Und Sollt Euch Nicht Fürchten Vor Den Zeichen Des Himmels Wie Die Heiden Sich Fürchten Denn Ihre Götter Sind Alle Nichts Man Fällt Im Walde Einen Baum Und Der Bildhauer Macht Daraus Mit dem Schnitzmesser Ein Werk Von Menschenhänden Und Er Schmückt Es Mit Silber Und Gold Und Befestigt Es Mit Nagel Und Hammer Dass Es Nicht Umfalle Sie Sind Ja Nichts Als Vogelscheuchen Im Gurkenfeld Sie Können Nicht Reden Auch Auch Muss Man Tragen Denn Sie Können Nicht Gehen Darum Sollt Ihr Euch Nicht Vor Ihnen Fürchten Denn Sie Können Weder Helfen Noch Schaden Tun Aber Dir Herr Ist Niemand Gleich Du Bist Groß Und Dein Name Ist Groß Wie Du Es Mit Der Tat Beweist Wer Sollte Dich Nicht Fürchten Du König Der Völker Dir Muss Man Gehorchen Denn Unter Allen Weisen Der Völker Und In Allen Ihren Königreichen Ist Niemand Dir Gleich Sie Sind Alle Narren Und Toren Denn Dem Holz Zu Dienen Ist Ein Nichtiger Gottesdienst Silberblech Bringt Man Aus Tarsis Gold Aus Ufers Durch Den Bildhauer Und Goldschmied Werden Sie Hergestellt Blauen Und Roten Purpur Zieht Man Ihnen An Und Alles Ist Der Künstler Werk Aber Der Herr Ist Der Wahrhaftige Gott Der Lebendige Gott Der Ewige König Vor Seinem Zorn Bebt Die Erde Und Die Völker Können Sein Drohen Nicht Ertragen So Sagt Nun Zu Ihnen Die Götter Die Himmel Und Erde Nicht Gemacht Haben Müssen Vertilgt Werden Von Der Erde Und Unter dem Himmel Er Aber Hat Die Erde Durch Seine Kraft gemacht Und Den Erdkreis Bereitet Durch Seine Weisheit Und Den Himmel Ausgebreitet Durch Seinen Verstand Wenn Er Donnert So Ist Wasser Die Menge Am Himmel Wolken Lässt Er Herauf Ziehen Vom Ende Er Er Macht Die Blitze Dass Es Regnet Und Lässt Den Wind Kommen Aus Seinen Vorrats Kammern Alle Menschen Aber Sind Toren Mit ihrer Kunst Und Alle Gold Schmiede Stehen Beschämt Da Mit Ihren Bildern Denn Ihre Götzen Sind Trug Und Haben Kein Leben Sie Sind Nichts Ein Spottgebilde Sie Müssen Zugrunde Gehen Wenn Sie Heim Gesucht Werden Aber So Ist Der Nicht Der Jakobs Reichtum Ist Sondern Er Ist Der Alles Geschaffen Hat Und Israel Ist Sein Erbteil Er Heißt Herr Zebaot Raffe Dein Bündel Auf Von Der Erde Die Du Sitzest In Bedrängnis Denn So Spricht Der Herr Siehe Ich Will Die Bewohner Des Landes Diesmal Wegschleudern Und Will Sie Ängstigen Damit Sie Ach Was Hab Ich Für Jammer Und Herzeleid Ich Dachte Es Ist Nur Eine Plage Ich Muss Sie Erleiden Aber Mein Zelt Ist Zerstört Und Alle Meine Seile Sind Zerrissen Meine Kinder Sind Von Mir Gegangen Und Nicht Mehr Da Niemand Richtet Meine Hütte Wieder Auf Und Mein Zelt Schlägt Keiner Mehr Auf Denn Die Hirten Sind Zu Toren Geworden Und Fragen Nicht Nach Dem Nichts Rechtes Gelingen Und Ihre Ganze Herde Ist Zerstreut Horch Es Kommt Eine Kunde Daher Und Ein Großes Getöse Aus Dem Lande Des Nordens Dass Die Städte Judas Verwüstet Und Zur Wohnung Der Schakale Werden Sollen Ich Weiß Herr Dass Des Menschen Tun Nicht In Seiner Gewalt Steht Und Es Liegt In Niemand Es Macht Wie Er Wande Oder Seinen Gang Richte Züchtige Mich Herr Doch Mit Maßen Und Nicht In Deinem Grimm Auf Das Du Mich Nicht Ganz Zunichte Machst Schüttel Aber Deinen Zorn Aus Über Die Heiden Die Dich Nicht Kennen Und Über Die Geschlechter Die Deinen Namen Nicht Anrufen Denn Sie Haben Jakob Aufgefressen Und Verschlungen Sie Haben Ihn Vernichtet Und Seine Wohnung Verwüstet Kapitel Elf Dies Das Wort Das Zu Jeremia Geschah Vom Herrn Höret Die Worte Dieses Bundes Dass Ihr Sie Den Leuten In Judah Und Den Bürgern Von Jerusalem Sagt Und Sprich Zu ihnen So Spricht Der Herr Der Gott Israels Verflucht Sei Wer Nicht Gehorcht Den Worten Dieses Bundes Die Ich Euren Vätern Gebot An Dem Tage Als Ich Sie Aus Ägypten Land Führte Aus dem Glühenden Ofen Und Sprach Gehorcht meiner Stimme Und Tut Wie Ich Euch Geboten Habe So Sollt Ihr Mein Volk Sein Und Ich Will Euer Gott Sein Damit Ich Den Eid Halten Kann Den Ich Euren Vätern Geschworen Habe Ihnen Ein Land Zu Geben Darin Milch Und Honig Fließt So Wie Es Heute Ist Ich Antwortete Und Sprach Herr Ja So Sei Es Und Der Herr Sprach Zu Mir Predige Alle Diese Worte In Den Städten Judas Und Auf Den Gassen Jerusalems Und Sprich Hört Die Worte Dieses Bundes Und Tut Danach Denn Ich Habe Eure Väter Ermahnt Von Dem Tage An Als Ich Sie Aus Ägypten Land Führte Bis Auf Den heutigen Tag Und Ich Ermahnte Sie Immer Gehorcht meiner Stimme Aber Sie Gehorchte Nicht Kehrten Auch Ihre Ohren Mir Nicht Zu Sondern Ein Jeder Wandelte Nach Seinem Bösen Und Verstockten Herzen Darum Habe Ich Auch Über Sie Kommen Lassen Alle Worte Dieses Bundes Den Ich Geboten Hatte Zu Halten Und Den Sie Doch Nicht Gehalten Haben Und Der Herr Sprach Zu Mir Ich Weiß Sehr Wohl Wie Sie In Judah Und In Jerusalem Sich Verschworen Haben Sie Kehren Zurück Zu Den Sünden Ihrer Väter Die Vor Ihnen Waren Und Die Meinen Worten Auch Nicht Gehorchen Wollten Und Anderen Göttern Nachfolgten Und Ihnen Dienten So Hat Das Haus Israel Und Das Haus Judah Meinen Bund Gebrochen Den Ich Mit Ihren Vätern Geschlossen Habe Darum Siehe Spricht Der Herr Ich Will Unheil Über Sie Kommen Lassen Dem Sie Nicht Entgehen Sollen Und Wenn Sie Zu Mir Schreien Will Ich Sie Nicht Hören Dann Werden Die Städte Judas Und Die Bürger Jerusalems Hingehen Und Zu Den Göttern Schreien Denen Sie Geopfert Haben Aber Sie Werden Ihnen Nicht Helfen In Ihrer Not Denn So So Viel Städte So Viel Götter Hast Du Judah Und So Viele Gassen Es In Jerusalem Gibt So Viele Schandaltäre Habt Ihr Aufgerichtet Um Dem Baal Zu Opfern Du Aber Bitte Nicht Für Dies Volk Und Bringe Für Sie Kein Flehen Noch Gebet Vor Mich Denn Ich Will Sie Nicht Hören Wenn Sie Zu Mir Schreien In ihrer Not Was Macht Mein Geliebtes Volk In meinem Hause Sie Treiben Lauter Bosheit Und Meinen Gelübde Und Heiliges Opferfleisch Könnten Die Schuld Von Ihnen Nehmen Und Wenn Sie Übel Tun Sind Sie Guter Dinge Darüber Der Herr Nannte Dich Einen Grünen Schönen Fruchtbaren Ölbaum Aber Nun Hat Er Mit Großen Brausen Ein Feuer Um Ihn Anzünden Lassen So Daß Seine Äste Verderben Müssen Denn Der Herr Zebaoth Der Dich Gepflanzt Hat Hat Dir Unheil Angedroht Um Der Bosheit Willen Des Hauses Israel Und Des Hauses Judah Die Sie Getrieben Haben Um Mich Zu Erzürnen Mit Ihren Rauchopfern Die Sie Dem Baal Darbrachten Der Herr Tat Tat Mir Kund Ihr Vorhaben Damit Ich Wisse Und Er Zeigte Es Mir Denn Ich War Wie Ein Argloses Lamm Gewesen Das Zur Schlachtbank Geführt Wird Und Wußte Nicht Daß Sie Gegen Mich Beratschlagt Und Gesagt Hatten Laßt Uns Den Baum In Seinem Saft Verderben Und Ihn Aus Dem Lande Der Lebendigen Ausrotten Dass Seines Namens Nimmermehr Gedacht Werde Aber Du Herr Zeberot Du Gerechter Richter Der Du Nieren Und Herzen Prüfst Lass Mich Sehen Wie Du Ihnen Vergilzt Denn Ich Habe Dir Meine Sache Befohlen Darum Spricht Der Herr Über Die Männer Von Annatod Die Dir Nach Dem Leben Trachten Und Sprechen Weissage Nicht Im Namen Des Herrn Wenn Du Nicht Von Unsern Händen Sterben Willst Darum Spricht Der Herr Zeberot Siehe Ich Will Sie Heimsuchen Ihre Junge Mannschaft Soll Mit dem Schwert Getötet Werden Und Ihre Söhne Und Töchter Sollen Vor Hunger Sterben Daß Keiner Von Ihnen Übrig Bleibt Denn Ich Will Über Die Männer Von Annatod Unheil Kommen Lassen In Dem Jahr Da Ich Sie Heimsuchen Werde Kapitel 12 Herr Wenn Ich Auch Mit Dir Rechten Wollte So Behältst Du Doch Recht Dennoch Muss Ich Vom Recht Mit Dir Reden Warum Geht's Doch Dem Gottlosen So Gut Und Die Abtrünnigen Haben Alles In Fülle Du Pflanzest Sie Ein Sie Schlagen Wurzeln Und Wachsen Und Bringen Frucht Nahe Bist Du Ihrem Munde Aber Ferne Von Ihrem Herzen Mich Aber Herr Kennst Du Und Siehst Mich Und Prüfst Mein Herz Vor Dir Andere Sieh Aus Dass Sie Getötet Werden Wie Lange Soll Das Land So Trocken Stehen Und Das Gras Überall Auf Dem Felde Verdorren Wegen Der Bosheit Der Bewohner Schwinden Vieh Und Vögel Dahin Denn Man Sagt Er Weiß Nicht Wie Es Uns Gehen Wird Wenn Es Dich Müde Macht Mit Fußgängern Zu Gehen Wie Wird Es Dir Gehen Wenn Du Mit Rossen Laufen Sollst Und Wenn Du Schon Im Lande Wo Keine Gefahr Ist Sicherheit Suchst Was Willst Du Tun Im Dickicht Des Jordan Denn Auch Deine Brüder Und Deines Vaters Haus Sind Treulos Sie Schreien Hinter Dir Heer Aus Vollem Halse Darum Traue Du Ihnen Nicht Wenn Sie Auch Freundlich Mit Dir Reden Ich Habe Mein Haus Verlassen Und Mein Erbe Verstoßen Und Was Meine Seele Liebt In Der Feinde Hand Gegeben Mein Erbe Ist Mir Geworden Wie Ein Löwe Im Walde Und Brüllt Wieder Mich Darum Bin Ich Ihm Feind Geworden Mein Erbe Ist Wie Der Bunte Vogel Um Den Sich Die Vögel Sammeln Wohlauf Und Sammelt Euch Alle Tiere Des Feldes Kommt Und Fresst Viele Hirten Haben Meinen Weinberg Verwüstet Und Meinen Acker Zertreten Zur Wüste Gemacht Sie Haben Ihn Jämmerlich Verwüstet Verödet Liegt Er Vor Mir Ja Das Ganze Land Ist Verwüstet Aber Niemand Will Es Zu Herzen Nehmen Die Verwüster Kommen Daher Über Alle Kahlen Höhen Der Steppe Denn Ein Schwert Hat Der Herr Das Frist Von Einem Ende Des Landes Bis Zum Anderen Und Kein Geschöpf Wird Frieden Haben Sie Haben Weizen Gesät Dauer Werden Aber Sie Konnten Es Nicht Genießen Sie Konnten Ihres Ertrags Nicht Froh Werden Vor Dem Grimmigen Zorn Des Herrn So Spricht Der Herr Wieder Alle Meine Bösen Nachbarn Die Das Erbteil Antasten Das Ich Meinem Volk Israel Ausgeteilt Habe Siehe Ich Will Sie Aus Ihrem Lande Ausreißen Und Das Haus Judah Aus Ihrer Mitte Reißen Aber Wenn Ich Sie Ausgerissen Habe Will Ich Mich Wieder Über Sie Erbarmen Und Will Einen Jeden In Sein Erbteil Und In Sein Land Zurück Bringen Und Es Soll Geschehen Wenn Sie Von Meinem Volk Lernen Werden Bei Meinem Namen Zu Schwören So Wahr Der Herr Lebt Wie Sie Mein Volk Gelehrt Haben Beim Baal Zu Schwören So So Sollen Sie In Mitten Meines Volkes Wohnen Wenn Sie Aber Nicht Hören Wollen So Will Ich Solch Ein Volk Ausreißen Und Vernichten Spricht Der Herr Kapitel 13 So Sprach Der Herr Zu Mir Geh Hin Und Kaufe Dir Einen Leinenden Gürtel Und Gürte Damit Deine Lenden Aber Lass Ihn Nicht Nass Werden Und Ich Kaufte Einen Gürtel Nach Dem Befehl Des Herrn Und Gürtelte Ihn Um Meine Lenden Da Geschah Des Herrn Wort Ein Zweites Mal Zu Mir Nimm Den Gürtel Den Du Gekauft Und Um Deine Lenden Gegürtet Hast Und Mache Dich Auf Und Geh Hin An Den Euphrat Und Verstecke Ihn Dort In Einer Fels Spalte Ich Ging Hin Und Versteckte Ihn Am Euphrat Wie Mir Der Herr Geboten Hatte Nach Langer Zeit Aber Sprach Der Herr Zu Mir Mache Dich Auf Und Geh Hin An Den Euphrat Und Hode Den Gürtel Wieder Den Ich Dich Dort Verstecken Ließ Ich Ging Hin An Den Euphrat Und Grub Nach Und Nahm Den Gürtel Von Dem Ort Wo Ich ihn Versteckt Hatte Und Siehe Der Gürtel War Verdorben Sodass Er Zu Nichts Mehr Taugte Da Geschah Des Herrn Wort Zu Mir So Spricht Der Herr Ebenso Will Ich Verderben Den Großen Hochmut Judas Und Jerusalems Dies Böse Volk Das Meine Worte Nicht Hören Will Sondern Nach Seinem Verstockten Herzen Wandelt Und Anderen Göttern Folgt Um Ihnen Zu Dienen Und Sie Anzubeten Es Soll Werden Wie Der Gürtel Der Zu Nichts Mehr Taugt Denn Gleich Wie Der Gürtel Um Die Lenden Des Mannes Gebunden Wird So Habe Ich Spricht Der Herr Das ganze Haus Israel Und Das ganze Haus Judah Um Mich Geg Lob Und Ehren Aber Sie Wollten Nicht Hören Sage Ihnen Dies Wort So Spricht Der Herr Der Gott Israels Alle Krüge Werden Mit Wein Gefüllt Und Wenn Sie Zu Dir Sagen Wer Weiß Das Nicht Dass Alle Krüge Mit Wein Gefüllt Werden So Antworte Ihnen So Spricht Der Herr Siehe Ich Will Alle Die In diesem Lande Wohnen Die Könige Die Auf dem Thron Davids Sitzen Die Priester Und Propheten Und Alle Einwohner Jerusalems Mit Trunkenheit Füllen Und Will Einen Am Andern Die Väter Samt Den Söhnen Zerschmettern Spricht Der Herr Und Will Weder Schonen Noch Barmherzig Sein Und Sie Ohne Mitleid Verderben Höret Und Merkt Auf Und Seid Nicht Zu Hoch Fahrend Denn Der Herr Hat Geredet Gebt Dem Herrn Eurem Gott Die Ehre Ehe Es Finster Wird Und Ehe Eure Füße Sich An Den Dunklen Bergen Stoßen Und Ihr Auf Das Licht Wartet Während Es Doch Finster Und Dunkel Machen Wird Wollt Ihr Das Aber Nicht Hören So Muss Ich Heimlich Weinen Über Solchen Hochmut Meine Augen Müssen Von Tränen Über Fließen Weil Das Herrn Herde Gefangen Weggeführt Wird Sage Dem König Und Der Königin Mutter Setzt Euch Ganz Nach Unten Denn Die Krone Der Herrlichkeit Ist Euch Vom Haupt Gefallen Die Städte Im Südland Sind Verschlossen Und Es Ist Niemand Der Sie Auftut Ganz Judah Ist Weggeführt Hebt Eure Augen Auf Und Seht Wie Sie Daher Kommen Wo Ist Denn Nun Die Herde Die Dir Befohlen War Deine Herrliche Herde Was Willst Du Sagen Wenn Er Die Über Dich Zum Haupt Bestellen Wird Die Du Als Freunde An Dich Gewöhnt Hast Was Gilt's Es Wird Dich Angst Ankommen Wie Eine Frau In Kinds Nöten Und Wenn Du In Deinem Herzen Sagen Wirst Warum Begegnet Mir Und Wird Dir Schande Angetan Kann Etwa Ein Moor Seine Haut Wandeln Oder Ein Panther Seine Flecken So Wenig Könnt Auch Ihr Gutes Tun Die Ihr An Böse Gewöhnt Seid Darum Will Ich Zerstreuen Wie Spreu Die Verweht Wird Von Dem Wind Aus Der Wüste Das Soll Dein Lohn Sein Und Dein Teil Den Ich Dir Zugemessen Habe Spricht Der Herr Weil Du Mich Vergessen Hast Und Dich Auf Lügen Verlässt Will Auch Ich Dein Gewand Hoch Heben Dass Deine Schande Sichtbar Werde Denn Ich Habe Gesehen Deine Ehebrecherei Deine Geilheit Deine Freche Hurerei Ja Deine Gräuel Auf Den Hügeln Und Im Felde Weh Dir Jerusalem Wann Wirst Du Doch Endlich Rein Werden Kapitel 14 Dies Ist Das Wort Das Der Herr Zu Jeremia Sagte Über Die Große Dürre Judah Liegt Jämmerlich Da Seine Städte Sind Verschmachtet Sie Sitzen Trauernd Auf Der Erde Und In Jerusalem Ist Lautes Klagen Die Großen Schicken Ihre Leute Nach Wasser Aber Wenn Sie Zum Brunnen Kommen Finden Sie Kein Wasser Und Bringen Ihre Gefäße Leer Zurück Sie Sind Traurig Und Betrübt Und Verhüllen Ihre Häupter Die Erde Lächzt Weil Es Nicht Regnet Auf Erden Darum Sind Die Ackerleute Traurig Und Verhüllen Ihre Hirschkühe Die Auf dem Felde Werfen Verlassen Die Jungen Weil Kein Gras Wächst Die Wildesel Stehen Auf Den Kahlen Höhen Und Schnappen Nach Luft Wie Die Schakale Ihre Augen Erlöschen Weil Nichts Grünes Wächst Ach Herr Wenn Unsere Sünden Uns Verklagen So Hilf Doch Um Deines Namens Willen Denn Unser Ungehorsam Ist Groß Womit Wir Wieder Dich Gesündigt Haben Du Bist Der Trost Israels Und Sein Nothelfer Warum Stellst Du Dich Als Wärest Du Ein Fremdling Im Lande Und Ein Wanderer Der Nur Über Nacht Bleibt Warum Stellst Du Dich Wie Einer Der Verzagt Ist Und Wie Ein Held Der Nicht Helfen Kann Du Bist Ja Doch Unter Uns Herr Und Wir Heißen Nach Deinem Namen Verlass Uns Nicht So spricht Der Herr Von Diesem Volk Sie Laufen Gern Hin Und Her Und Schonen Ihre Füße Nicht Darum Hat Der Herr Kein Gefallen An Ihnen Sondern Er Denkt Nun An Ihre Missetat Und Will Ihre Sünden Heimsuchen Und Der Herr Sprach Zu Mir Du Sollst Nicht Für Dies Volk Um Gnade Bitten Denn Wenn Sie Auch Fasten So Will Ich Doch Ihr Flehe Nicht Erhören Und Wenn Sie Auch Brandopfer Und Speisopfer Bringen So Gefallen Sie Mir Doch Nicht Sondern Ich Will Sie Durch Schwert Hunger Und Pest Aufreiben Da Sprach Ich Ach Herr Herr Siehe Die Propheten Sagen Ihnen Ihr Werdet Das Schwert Nicht Sehen Und Keine Hungersnot Bei Euch Haben Sondern Ich Will Euch Beständigen Frieden Geben An Diesem Ort Aber Der Herr Sprach Zu Mir Diese Propheten Weissagen Lüge In Meinem Namen Ich Habe Sie Nicht Gesandt Und Ihnen Nichts Befohlen Und Nicht Zu Ihnen Geredet Sie Predigen Euch Falsche Offenbarungen Nicht Die Wahrsagung Und Ihres Herzens Trug Darum Spricht Der Herr Wieder Die Propheten Die In Meinem Namen Weissagen Obgleich Ich Sie Nicht Gesandt Habe Und Die Dennoch Predigen Es Werde Weder Schwert Noch Hungers Not In Dies Land kommen Solche Propheten Sollen Sterben Durch Schwert Und Hunger Und Die Leute Denen Sie Weissagen Sollen Auf den Gassen Jerusalems Liegen Vom Schwert Und Hunger Hingestreckt Und Niemand Wird Sie Begraben Sie Und Ihre Frauen Söhne Und Töchter Und Ich Will Ihre Bosheit Über Sie Ausschütten Und Du sollst Zu Ihnen Dies Wort Sagen Meine Augen Fließen Über Von Tränen Unaufhörlich Tag Und Nacht Denn Die Jungfrau Die Tochter Meines Volkes Ist Unheilbar Verwundet Und Völlig Zerschlagen Gehe Ich Hinaus Aufs Feld Siehe So Liegen Dort Vom Schwert Erschlagene Komme Ich In Die Stadt Siehe So Liegen Dort Vor Hunger Verschmachtete Sogar Propheten Und Priester Müssen In Ein Land Ziehen Das Sie Nicht Kennen Hast Du Denn Judah Verworfen Oder Ein Abscheu Gegen Zion Warum Hast Du Uns Denn So Geschlagen Dass Uns Niemand Heilen Kann Wir Hofften Es Sollte Friede Werden Und Es Kommt Nichts Gutes Wir Hofften Wir Sollten Heil Werden Aber Siehe Es Ist Schrecken Da Herr Wir Erkennen Unser Gottloses Leben Und Unser Väter Missetat Denn Wir Haben Wieder Dich Gesündigt Aber Um Deines Namens Willen Verwirf Uns Nicht Lass Den Thron Deiner Herrlichkeit Nicht Verspottet Werden Gedenke Doch An Deinen Bund Mit Uns Und Lass Ihn Nicht Aufhören Ist Denn Unter Den Götzen Der Heiden Einer Der Regen Geben Könnte Oder Gibt Der Himmel Regen Du Bist Doch Der Herr Unser Gott Auf Den Wir Hoffen Denn Du Hast Das Alles gemacht Kapitel 15 Und Der Herr Sprach Zu Mir Und Wenn Auch Mose Und Samuel Vor Mir Stünden So Habe Ich Doch Kein Herz Für Dies Volk Treibe Sie Weg Von Mir Und Lass Sie Weg Gehen Und Wenn Sie Zu Dir Sagen Wo Sollen Wir Hin Dann Antworte Ihnen So Spricht Der Herr Wen Der Tod Trifft Den Treffe Er Wen Das Schwert Trifft Den Treffe Es Wen Der Hunger Trifft Den Treffe Er Wen Die Gefangenschaft Trifft Den Treffe Sie Denn Ich Will Sie Heimsuchen Mit Viererlei Plagen Spricht Der Herr Mit dem Schwert Dass Sie Getötet Werden Mit Hunden Die Sie Fortschleifen Sollen Mit Den Vögeln Des Himmels Und Mit Tieren Des Feldes Dass Sie Gefressen Und Vertilgt Werden Sollen Und Ich Will Sie Zu Einem Bild Des Entsetzens Machen Für Alle Königreiche Auf Erden Um Manasses Willen Des Sohnes Hiskias Des Königs Von Judah Für Alles Was Er In Jerusalem Begangen Hat Wer Will Sich Denn Deiner Erbarmen Jerusalem Wer Wird Denn Mitleid Mit Dir Haben Wer Wird Entkommen Und Fragen Ob Es Dir Gut Geht Du Hast Mich Verlassen Spricht Der Herr Und Bist Von Mir Abgefallen Darum Habe Ich Meine Hand Gegen Dich Ausgestreckt Um Dich Zu Verderben Ich Bin Des Erbarmens Müde Ich Wurfelte Sie Mit Der Wurfschaufel In Den Städten Des Landes Und Mein Volk Dass Ich Nicht Bekehren Wollte Von Seinem Wandel Machte Ich Kinder Los Und Brachte Es Um Es Wurden Mehr Frauen Zu Witwen Unter Ihnen Als Sand Am Meer Ist Ich Lies Kommen Über Die Mütter Der Jungen Mannschaft Den Verderber Am Hellen Mittag Und Lies Plötzlich Über Sie Fallen Angst Und Schrecken Die Sieben Kinder Hatte Welkte Dahin Und Ihre Seele Verschmachtete In Ihr Ihre Sonne Ging Unter Am Hellen Tag Ihr Ruhm Und Ihre Freude Hatte Ein Ende Und Was Von Ihnen Übrig Ist Will Ich Dem Schwert Hingeben Vor Ihren Feinden Spricht Der Herr Weh Mir Meine Mutter Dass Du Mich Geboren Hast Gegen Den Jedermann Hadert Und Streitet Im Ganzen Lande Hab Ich Doch Weder Auf Wucherzinsen Ausgeliehen Noch Hat Man Mir Geliehen Und Doch Flucht Mir Jedermann Der Herr sprach Wohl An Ich Will Etliche Von Euch Übrig Lassen Denen Es Wieder Wohl Gehen Soll Und Will Euch Zu Hilfe Kommen In der Not Und Angst Unter den Feinden Kann Man Eisen Zerbrechen Eisen Und Kupfer Aus dem Norden Ich Will Dein Gut Und Deine Schätze Zum Raube Geben Als Lohn Für Alle Deine Sünden Die Du In Deinem ganzen Gebiet Begangen Hast Und Will Dich Zum Knecht Deiner Feinde Machen In Einem Lande Das Du Nicht Kennst Denn Es Ist Das Feuer Meines Zorns Über Euch Angezündet Ach Herr Du Weißt Es Gedenke An Mich Und Nimm Dich Meiner An Und Räche Mich An Meinen Verfolgern Lass Mich Nicht Hinweg Gerafft Werden Während Du Deinen Zorn Über Sie Noch Zurück Hältst Denn Du Weißt Dass Ich Um Deinet Willen Geschmäht Werde Dein Wort Wart Meine Speise So Oft Ich Empfing Und Dein Wort Ist Meines Herzens Freude Und Trost Denn Ich Bin Ja Nach Deinem Namen Genannt Herr Gott Zebaot Ich Habe Mich Nicht Zu Den Fröhlichen Gesellt Noch Mich Mit ihnen Gefreut Sondern Saß Einsam Gebeugt Von Deiner Hand Denn Du Hattest Mich Erfüllt Mit Grimm Warum Währt Doch Mein Leiden So Lange Und Sind Meine Wunden So Schlimm Dass Sie Niemand Heilen Kann Du Bist Mir Geworden Wie Ein Trügerischer Born Der Nicht Mehr Quellen Will Darum Spricht Der Herr Wenn Du Dich Zu Mir Hältst So Will Ich Mich Zu Dir Halten Und Du Sollst Mein Prediger Bleiben Und Wenn Du Recht Redest Und Nicht Leichtfertig So sollst Du Mein Mund Sein Sie Sollen Sich Zu Dir Kehren Doch Du Kehre Dich Nicht Zu Ihnen Denn Ich Mache Dich Für Dies Volk Zur Festen Ehren Mauer Wenn Sie Auch Wieder Dich Streiten Sollen Sie Dir Doch Nichts Anhaben Denn Ich Bin Bei Dir Dass Ich Dir Hilfe Und Dich Errette Spricht Der Herr Und Ich Will Dich Erretten Aus Der Hand Der Bösen Und Erlösen Aus Der Hand Der Tyrannen Kapitel 16 Und Das Herrn Wort Geschah Zu Mir Du Sollst Dir Keine Frau Nehmen Und Weder Söhne Noch Töchter Zeugen An Diesem Ort Denn So Spricht Der Herr Von Den Söhnen Und Töchtern Die An Diesem Ort Geboren Werden Und Von ihren Müttern Die Sie Gebären Und Von Ihren Vätern Die Sie Zeugen In Diesem Lande Sie Sollen An Bösen Krankheiten Sterben Und Nicht Beklagt Noch Begraben Werden Sondern Sollen Dung Werden Auf Dem Acker Durch Schwert Und Hunger Sollen Sie Umkommen Und Ihre Leichname Sollen Den Vögeln Des Himmels Und Den Tieren Des Feldes Zum Fraße werden So spricht Der Herr Du Sollst In Kein Trauerhaus Gehen Weder Um Zu Klagen Noch Um Zu Trösten Denn Ich Habe Meinen Frieden Von Diesem Volk Weggenommen Die Gnade Und Die Barmherzigkeit Spricht Der Herr Große Und Kleine Sollen Sterben In Diesem Lande Und Nicht Begraben Noch Beklagt Werden Und Niemand Wird Sich Ihretwegen Wund Ritzen Oder Kahl Scheren Auch Wird Man Keinem Das Trauer Brot Brechen Um Ihn Zu Trösten Wegen Eines Toten Und Auch Nicht Den Trostbecher Zu Trinken Geben Wegen Seines Vaters Oder Seiner Mutter Du Sollst Auch In Kein Hochzeitshaus Gehen Um Bei Ihnen Zu Sitzen Zum Essen Und Zum Trinken Denn So Spricht Der Herr Zeber Ort Der Gott Israels Siehe Ich Will An Diesem Ort Vor Euren Augen Und zu Euren Lebzeiten Ein Ende Machen Dem Jubel Der Freude Und Wonne Der Stimme Des Bräutigams Und der Braut Und Wenn Du Das Alles Diesem Volk Gesagt Hast Und Sie Zu Dir Sprechen Werden Warum Kündigt Uns Der Herr All Dies Große Unheil An Was Ist Die Missetat Und Sünde Womit Wir Wieder Den Herrn Unsern Gott Gesündigt Haben So So Sollst Du Ihnen Sagen Weil Eure Gelaufen Sind Ihnen Gedient Und Sie Angebetet Mich Aber Verlassen Und Mein Gesetz Nicht Gehalten Haben Ihr Aber Noch Ärger Tut Als Eure Väter Denn Siehe Ein Jeder Lebt Nach Seinem Verstockten Und Bösen Herzen So Dass Er Mir Nicht Gehorcht Darum Will Ich Euch Aus Diesem Lande Verstoßen In Ein Land Von Dem Weder Ihr Noch Eure Väter Gewußt Haben Dort Sollt Tag Und Nacht Weil Ich Euch Keine Gnade Mehr Erweisen Will Darum Siehe Es Kommt Die Zeit Spricht Der Herr Dass Man Nicht Mehr Sagen Wird So War Der Herr Lebt Der Die Kinder Israel Aus Ägyptenland Geführt Hat Sondern So War Der Herr Lebt Der Die Kinder Israel Geführt Hat Aus Dem Lande Des Nordens Und Aus Allen Ländern Wohin Er Sie Verstoßen Hatte Denn Ich Will Sie Zurück Bringen In Das Land Das Ich Ihren Vätern Gegeben Habe Siehe Ich Will Viele Fischer Aussenden Spricht Der Herr Die Sollen Sie Fischen Und Danach Will Ich Viele Jäger Aussenden Die Sollen Sie Fangen Auf Allen Bergen Und Auf Allen Hügeln Und In Allen Fels Klüften Denn Meine Augen Sehen Auf Alle Ihre Wege Dass Sie Sich Nicht Vor Mir Augen Nicht Verborgen Aber Zuvor Will Ich Ihre Missetat Und Sünde Zwiefach Vergelten Weil Sie Mein Land Mit Ihren Toten Götzen Unrein Gemacht Und Mein Erbland Mit Ihren Gräueln Angefüllt Haben Herr Du Bist Meine Stärke Und Kraft Und Meine Zuflucht In Der Not Die Heiden Werden Zu Dir Kommen Von Den Enden Der Erde Und Sagen Nur Lüge Haben Unsere Väter Gehabt Nicht Götter Die Nicht Helfen Können Wie Kann Ein Mensch Sich Götter Machen Das Sind Doch Keine Götter Darum Siehe Diesmal Will Ich Sie Lehren Und Meine Kraft Und Gewalt Ihnen Kund Tun Dass Sie Erfahren Sollen Ich Heiße Der Herr Kapitel 17 Die Sünde Judas Ist Geschrieben Mit Eisernem Griffel Und Mit Diamantener Spitze Gegraben Auf Die Tafel Ihres Herzens Und Auf Die Hörner An Ihren Altären Denn Ihre Söhne Denken An Ihre Altäre Und Aschera Bilder Unter Den Grünen Bäumen Und Auf Den Hohen Hügeln Aber Ich Will Deine Opfer Höhen Auf Bergen Und Feldern Samt Deiner Habe Und Allen Deinen Schätzen Zum Raube Geben Um Der Sünde Willen Die In Deinem Ganzen Gebiet Begangen Ist Und Du sollst Aus Deinem Erbe Verstoßen Werden Dass Ich Dir Machen In Einem Lande Das Du Nicht Kennst Denn Ihr Habt Ein Feuer Meines Zorns Angezündet Das Ewiglich Brennen Wird So Spricht Der Herr Verflucht Ist Der Mann Der Sich Auf Menschen Verlässt Und Hält Fleisch Für Seinen Arm Und Weicht Mit Seinem Herzen Vom Herrn Der Wird Sein Wie Ein Dornstrauch In Der Wüste Und Wird Nicht Sehen Das Gute Das Kommt Sondern Er Wird Bleiben In Der Dürre Der Wüste Im Unfruchtbaren Lande Wo Niemand Wohnt Gesegnet Aber Ist Der Mann Der Sich Auf Den Herrn Verlässt Und Dessen Zuversicht Der Herr Ist Der Ist Wie Ein Baum Am Wasser Gepflanzt Der Seine Wurzeln Zum Bach Hinstreckt Denn Obgleich Die Hitze Kommt Fürchtet Er Sich Doch Nicht Sondern Seine Es Ist Das Herz Ein Trotzig Und Verzagt Ding Wer Kann Es Ergründen Ich Der Herr Kann Das Herz Ergründen Und Die Nieren Prüfen Und Gebe Einem Jeden Nach Seinem Tun Nach Den Früchten Seiner Werke Wie Ein Vogel Der Sich Über Eier Setzt Die Er Nicht Gelegt Hat So Ist Wer Unrecht Gut Sammelt Denn Er Muss Davon Wenn Er Es Am Wenigsten Denkt Und Muss Zuletzt Noch Spott Dazu Haben Aber Die Stätte Unseres Heiligtums Ist Der Thron Der Herrlichkeit Erhaben Von Anbeginn Denn Du Herr Bist Die Hoffnung Israels Alle Die Dich Verlassen Müssen Zu Schanden Werden Und Die Abtrünnigen Müssen Auf Die Erde Geschrieben Werden Denn Sie Verlassen Den Herrn Die Quelle Des Heile Du Mich Herr So Werde Ich Heil Hilf Du Mir So Ist Mir Geholfen Denn Du Bist Mein Ruhm Siehe Sie Sprechen Zu Mir Wo Ist Denn Des Herrn Wort Lass Es Doch Kommen Aber Ich Habe Dich Nie Gedrängt Unheil Kommen Zu Lassen Auch Hab Ich Dem Bösen Tag Nicht Herbeigewünscht Das Weißt Du Was Ich Gepredigt Habe Das Liegt Offen Vor Dir Sei Du Mir Nur Nicht Schrecklich Meine Zuversicht In Der Not Lass Die Zu Schanden Werden Die Mich Verfolgen Und Nicht Mich Lass Sie Erschrecken Und Nicht Mich Lass Den Tag Des Unheils Über Sie Kommen Und Zerschlage Sie Zwiefach So So Sprach Der Herr Zu Mir Geh Hin Und Tritt Ins Tor Des Volkes Durch Das Die Könige Von Judah Aus Und Eingehen Und In Alle Tore Jerusalems Und Sprich Zu Ihnen Höret Das Herrn Wort Ihr Könige Judas Und Ganz Judah Und Alle Einwohner Jerusalems Die Durch Diese Tore Gehen So spricht Der Herr Hütet Euch Und Tragt Keine Last Am Sabbat Tag Durch Die Tore Jerusalems Und Tragt Keine Last Am Sabbat Tag Aus Euren Häusern Und Tut Keine Arbeit Sondern Heiligt Den Sabbat Tag Wie Ich Euren Vätern Geboten Habe Aber Sie Hörten Nicht Und Kehrten Mir Ihre Ohren Nicht Zu Sondern Blieben Hals Starrig Dass Sie Ja Nicht Auf Mich Hörten Noch Zucht Annähmen Wenn Ihr Nun Auf Mich Hören Werdet Tore Dieser Stadt Tragt Sondern Ihn Heiligt Dass Ihr An Diesem Tage Keine Arbeit Tut So Sollen Auch Durch Die Tore Dieser Stadt Aus Und Eingehen Könige Die Auf Dem Thron Davids Sitzen Und Die Mit Ross Und Wagen Fahren Sie Und Ihre Großen Samt Allen Die In Judah Und Jerusalem Wohnen Und Es Soll Diese Stadt Immer Da Bewohnt Werden Und Sie Sollen kommen Aus Den Städten Judas Und Aus Der Gegend Von Jerusalem Und Aus Dem Lande Benjamin Aus Dem Hügelland Und Vom Gebirge Und Vom Südland Die Da Bringen Brandopfer Schlachtopfer Speisopfer Und Weihrauch Und Die Dankopfer Bringen Zum Hause Des Herrn Werdet Ihr Aber Nicht Auf Mein Gebot Hören Den Sabbat Tag Zu Heiligen Und Keine Last Am Sabbat Tag Zu Tragen Durch Die Tore Jerusalems So Will Ich Ein Feuer In Ihren Toren Anzünden Dass Die Festen Häuser Jerusalems Verzehrt Und Nicht Gelöscht Werden Kann Kapitel 18 Dies Ist Das Wort Das Geschah Vom Herrn Zu Jeremia Mach Dich Auf Und Geh Hinab In Des Töpfers Haus Dort Will Ich Dich Meine Worte Hören Lassen Und Ich Ging Hinab In Des Töpfers Haus Und Siehe Er Arbeitete Eben Auf Der Scheibe Und Der Topf Den Er Aus Dem Ton Machte Missriet Ihm Unter Den Händen Da Machte Er Einen Anderen Topf Daraus Wie Es ihm Gefiel Da Geschah Des Herrn Wort Zu Mir Kann Ich Nicht Ebenso Mit Euch Umgehen Ihr Vom Hause Israel Wie Dieser Töpfer Spricht Der Wie Der Ton In Des Töpfers Hand So Seid Auch Ihr Vom Hause Israel In meiner Hand Bald Rede Ich Über Ein Volk Und Königreich Dass Ich Es Ausreißen Einreißen Und Zerstören Will Wenn Es sich Aber Bekehrt Von Seiner Bosheit Gegen Die Ich Rede So Reut Mich Auch Das Unheil Dass Ich ihm Gedachte Zu Tun Und Bald Rede Ich Über Ein Volk Und Königreich Dass Ich Es Bauen Und Pflanzen Will Wenn Es Aber Tut Was Mir Missfällt Dass Es Meiner Stimme Nicht Gehorcht So Reut Mich Auch Das Gute Das Ich Ihm Verheißen Hatte Zu Tun Und Und Nun Spricht Zu Den Leuten In Judah Und Zu Den Bürgern Jerusalems So Spricht Der Herr Siehe Ich Bereite Euch Unheil Und Habe Gegen Euch Etwas Im Sinn So Bekehrt Euch Doch Ein Jeder Von Seinen Bösen Wegen Und Bessert Euren Wandel Und Euer Tun Aber Sie Sprechen Daraus Wird Nichts Wir Wollen Nach Unsern Gedanken Wandeln Und Ein Jeder Soll Tu Nach Seinem Verstockten Und Bösen Herzen Darum Spricht Der Herr Frag Doch Unter Den Heiden Wer Hat Je Der Gleichen Gehört So Gräuliche Dinge Tut Die Jungfrau Israel Bleibt Doch Der Schnee Länger Auf Den Steinen Im Felde Wenn Es Vom Libanon Herab Schneid Und Das Regenwasser Verläuft Sich Nicht So Schnell Wie Mein Volk Meiner Vergisst Sie Opfern Den Nichtigen Göttern Sie Haben Sie Zu Fall Gebracht Auf Den Alten Wegen Und Lassen Sie Nun Gehen Auf Ungebahnten Straßen Auf Daß Ihr Land Zur Wüste Werde Ihnen Zur Ewigen Schande Dass Wer Vorüber Geht Sich Entsetze Und Den Kopf Schüttel Denn Ich Will Sie Wie Durch Einen Ostwind Zerstreuen Vor Ihren Feinden Ich Will Ihnen Den Rücken Und Nicht Das Antlitz Zeigen Am Tag Ihres Verderbens Sie Sprechen Kommt Und Lasst Uns Gegen Gerenia Böses Planen Denn Dem Priester Wird's Nicht Fehlen An Weisung Noch Dem Weisen An Rat Noch Dem Propheten Am Wort Kommt Lasst Uns Ihn Mit Seinen eigenen Worten Schlagen Und Nichts Geben Auf Alle Seine Reden Herr Hab Acht Auf Mich Und Höre Die Stimme Meiner Widersacher Ist's Recht Dass Man Gutes Mit Bösen Vergilt Denn Sie Haben Mir Eine Grube Gegraben Gedenke Doch Wie Ich Vor Dir Gestanden Bin Um Für Sie Zum Besten Zu Reden Und Deinen Grimm Von Ihnen Abzuwenden So Strafe Nun Ihre Kinder Mit Hunger Und Gib Sie Witwen Seien Und Ihre Männer Vom Tode Getroffen Und Ihre Junge Mannschaft Im Krieg Durchs Schwert Getötet Werden Das Geschrei Aus Ihren Häusern Gehört Werde Wenn Du Plötzlich Kriegsvolk Über Sie Kommen Lässt Denn Sie Haben Eine Grube Gegraben Mich Zu Fangen Und Meinen Füßen Fallen Gestellt Aber Du Herr Kennst Alle Ihre Anschläge Gegen Mich Dass Sie Mich Töten Wollen So Vergib Ihnen Ihre Missetat Nicht Und Tilge Ihre Sünde Nicht Aus Vor Dir Lass Sie Vor Dir Zu Fall Kommen Und Handle An Ihnen Zur Zeit Deines Zorns Kapitel 19 So Sprach Der Herr Geh Hin Und Kaufe Dir Einen Irdenen Krug Vom Töpfer Und Nimm Mit Etliche Von Den Ältesten Des Volkes Und Von Den Ältesten Der Priester Und Geh Ins Tal Ben Hinnom Das Vor Dem Scherbentor Liegt Und Predige Dort Die Worte Die Ich Dir Sage Und Sprich Höret Des Herrn Wort Ihr Könige Von Judah Und Ihr Bürger Jerusalems So Spricht Der Herr Zebaoth Der Gott Israels Siehe Ich Will Ein Solches Unheil Über Diese Städte Bringen Dass Jedem Der Es Hören Wird Die Ohren Gellen Sollen Weil Sie Mich Verlassen Und Diese Städte Einem Fremden Gott Gegeben Und Dort Anderen Göttern Geopfert Haben Die Weder Sie Noch Ihre Väter Noch Die Könige Von Judah Kannten Und Weil Sie Die Städte Voll Unschuldigen Blutes Gemacht Und Dem Baal Höhen Gebaut Haben Um Ihre Kinder Dem Baal Als Brandopfer Zu Verbrennen Was Ich Weder Geboten Noch Geredet Habe Und Was Mir Nie In Den Sinn Gekommen Ist Darum Siehe Es Wird Die Zeit Kommen Spricht Der Herr Dass Man Diese Städte Nicht Mehr Tophet Und Tal Ben Hinnom Sondern Würgetal Nennen Wirt Und Ich Will Den Gottesdienst Judas Und Jerusalems An Diesem Ort Zunichte Machen Und Will Sie Durchs Schwert Fallen Lassen Vor Ihren Feinden Und Durch Die Hand Derer Die Ihnen Nach Dem Leben Und Ich Will Diese Stadt Zum Entsetzen Und Zum Spott Machen Dass Alle Die Vorüber Gehen Sich Entsetzen Und Spotten Über Alle Ihre Plagen Ich Will Sie Ihrer Söhne Und Töchter Fleisch Essen Lassen Und Einer Soll Des Anderen Fleisch Essen In Der Not Und Angst Mit Der Ihre Feinde Und Die 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 Ihnen Nach Dem Leben Trachten Sie Bedrängen Werden Und Du Sollst Den Krug Zerbrechen Vor Den Augen Der Männer Die Mit Dir gegangen Sind Und Zu Ihnen Sagen So Spricht Der Herr Zebeot Wie Man Eines Töpfers Gefäß Zerbricht Dass Es Nicht Wieder Ganz Werden Kann So Will Ich Dies Volk Und Diese Stadt Zerbrechen Und Man Wird Im Tofet Begraben Weil Sonst Kein Raum Dafür Da Ihren Bewohnern Machen Spricht Der Herr Dass Diese Stadt Wie Das Tofet Werden Soll Und Die Häuser Jerusalems Und Die Häuser Der Könige Von Judah Sollen Ebenso Unrein Werden Wie Die Städte Tofet Alle Häuser Wo Sie Auf Den Dächern Dem Ganzen Heer Des Himmels Geopfert Und Anderen Göttern Trankopfer Dargebracht Haben Und Als Jeremia Vom Tofet Zurück Kam Wohin Ihn Der Herr Gesandt Hatte Um Zu Weissagen Trat Er In Den Vorhof Am Hause Des Herrn Und Sprach Zu Allem Volk So Spricht Der Herr Zebeot Der Gott Israels Siehe Ich will Über Diese Stadt Und Über Alle Ihre Ortschaften All Das Unheil Kommen Lassen Dass Ich Gegen Sie Geredet Habe Weil Sie Halsstarrig Sind Und Meine Worte Nicht Hören Wollen Kapitel 20 Als Abapashur Ein Sohn Immers Der Priester Der Zum Vorsteher Im Hause Des Herrn Bestellt War Hörte Wie Jeremia Solche Worte Weissagte Schlug Er Den Propheten Jeremia Und Schloss Ih In Den Block Am Oberen Benjamin Tor Das Am Hause Des Herrn Ist Und Am Andern Morgen Lies Paschur Den Jeremia Aus Dem Block Los Da Sprach Jeremia Zu Ihm Der Herr Nennt Dich Nicht Paschur Sondern Schrecken Um Und Um Denn So Spricht Der Herr Könige Von Judah In Die Hand Und Nicht Gewinnen Sie Müssen Ganz Zu Schanden Werden Weil Es Ihnen Nicht Gelingt Ewig Wird Ihre Schande Sein Und Nie Vergessen Werden Und Nun Herr Zeberot Der Du Die Gerechten Prüfst Nieren Und Herz Durchschaust Lass Mich Deine Vergeltung An Ihnen Sehen Denn Ich Habe Dir Meine Sache Befohlen Singet Dem Herrn Rühmet Den Herrn Der Des Armen Leben Aus Den Händen Der Boshaften Errettet Verflucht Sei Der Tag An Dem Ich Geboren Bin Der Tag soll Ungesegnet Sein An Dem Ich Meine Mutter Geboren Hat Verflucht Sei Der Meinem Vater Gute Botschaft Brachte Und Sprach Du Hast Einen Sohn Sodass Er ihn Fröhlich Machte Der Tag Soll Sein Wie Die Städte Die Der Herr Vernichtet Hat Ohne Erbarmen Am Morgen Soll Er Wehklage Hören Und Am Mittag Kriegs Geschrei Weil Er Mich Nicht Getötet Hat Im Mutter Leibe So Daß Meine Mutter Mein Grab geworden Und Ihr Leib Ewig Schwanger Geblieben Wäre Warum Bin Ich Doch Aus Dem Mutterleib Hervorgekommen Wenn Ich Nur Jammer Und Herzeleid Sehen Muss Und Meine Tage In Schmach Zubringe Kapitel 21 Dies ist das Wort das vom Herrn geschah zu Jeremia als der König Zedekia zu ihm sandte Paschur den Sohn Malkias und Zephania den Sohn Maaseas den Priester und ihm sagen ließ Befrage doch den Herrn für uns denn Nebukadnezar der König von Babel führt Krieg gegen uns vielleicht wird der Herr doch an uns sein Wunder tun wie so manches Mal damit jener von uns abzieht Jeremia sprach zu ihnen so sagt zu Zedekia das spricht der Herr der Gott Israels siehe ich will euch zum Rückzug zwingen samt euren Waffen die ihr in euren Händen habt und mit denen ihr kämpft gegen den König von Babel und gegen die Chaldea die euch draußen vor der Mauer belagern und will euch versammeln mitten in dieser Stadt und ich selbst will wieder euch streiten mit ausgestreckter Hand mit starkem Arm mit Zorn und Grimm und ohne Erbarmen und will die Bürger dieser Stadt schlagen Menschen und Tiere daß sie sterben sollen durch eine große Pest und danach und danach spricht der Herr will ich Zedekia den König von Judah samt seinen Großen und dem Volk das in dieser Stadt von Pest Schwert und Hunger übrig gelassen wird in die Hände Nebukadnezars des Königs von Babel geben und in die Hände ihrer Feinde und in die Hände derer die ihnen nach dem Leben trachten er wird sie mit der Schärfe des Schwerts schlagen schonungslos ohne Gnade und Erbarmen und zu diesem Volk sage so spricht der Herr siehe ich lege euch vor den Weg zum Leben und den Weg zum Tode wer in dieser Stadt bleibt der wird sterben müssen durch Schwert Hunger und Pest wer sich aber hinaus begibt und überläuft zu den Kaldären die euch belagern der soll am Leben bleiben und soll sein Leben als Beute behalten denn ich habe mein Angesicht gegen diese Stadt gerichtet zum Unheil und nicht zum Heil spricht der Herr sie soll dem König von Babel übergeben werden daß er sie mit Feuer verbrenne und zum Hause des Königs von Judah sage höret das Herrnwort ihr vom Hause David so spricht der Herr haltet alle Morgen gerechtes Gericht und errettet den Bedrückten aus des Frevelers Hand auf das nicht mein Grimm ausfahre wie Feuer und Brenne ohne daß jemand löschen kann um eurer bösen Taten willen siehe spricht der Herr ich will an dich du Stadt die du wohnst auf dem Felsen im Tal und sprichst wer will uns überfallen und wer will in unsere Feste kommen ich will euch heimsuchen spricht der Herr nach der Frucht eures Tuns ich will ein Feuer in ihrem Wald anzünden das soll alles umher verzehren Kapitel 22 so sprach der Herr geh hinab in das Haus des Königs von Judah und rede dort dies Wort und sprich höre des Herrnwort du König von Judah der du auf dem Thron David sitzt du und deine Großen und dein Volk die durch diese Tore hineingehen so spricht der Herr schaffet Recht und Gerechtigkeit und errettet den Bedrückten von des Freflers Hand und bedränget nicht die Fremdlinge Weisen und Witwen und tut niemand Gewalt an und vergießt nicht unschuldiges Blut an dieser Stätte werdet ihr das tun so sollen durch die Tore dieses Hauses einziehen Könige die auf Davids Thron sitzen und fahren mit Wagen und Rossen samt ihrem Großen und ihrem Volk werdet ihr aber diesen Worten nicht gehorchen so habe ich bei mir selbst geschworen spricht der Herr dies Haus soll zerstört werden denn so spricht der Herr von dem Hause des Königs von Judah ein Gilead warst du mir ein Gipfel im Libanon was gilt's ich will dich zur Wüste zur Stadt ohne Einwohner machen denn ich habe Verderber wieder dich bestellt einen jeden mit seinen Waffen die sollen deine auserwählten Zedern umhauen und ins Feuer werfen da werden viele Völker an dieser Stadt vorüberziehen und zueinander sagen warum hat der Herr an dieser großen Stadt so gehandelt und man wird antworten weil sie den Bund des Herrn ihres Gottes verlassen und andere Götter angebetet und ihnen gedient haben weinet nicht über den Toten und grämt euch nicht um ihn weint aber über den der fortgezogen ist denn er wird nicht mehr wiederkommen und sein Vaterland nicht wiedersehen denn so spricht der Herr über Schallum den Sohn Josias des Königs von Judah der König wurde an seines Vaters Josias statt der von dieser Stätte fortgezogen ist wird nicht wiederherkommen sondern muss sterben an dem Ort wohin er gefangen geführt ist und wird dies Land nicht mehr sehen weh dem der sein Haus mit Sünden baut und seine Gemächer mit Unrecht der seinen Nächsten umsonst arbeiten lässt und gibt ihm seinen Lohn nicht und denkt wohl an ich will mir ein großes Haus bauen und weite Gemächer und lässt sich Fenster ausbrechen und mit Zedern Täfeln und Rot malen meinst du du seiest König weil du mit Zedern prangst hat dein Vater nicht auch gegessen und getrunken und hielt dennoch auf Recht und Gerechtigkeit und es ging ihm gut er half dem Elenden und Armen zum Recht und es ging ihm gut heißt dies nicht mich recht erkennen spricht der Herr aber deine Augen und dein Herz sind auf nichts anderes aus als auf Unrechten Gewinn und darauf unschuldig Blut zu vergießen zu freveln und zu unterdrücken darum spricht der Herr über Jojakim den Sohn Josias den König von Judah man wird ihn nicht beklagen ach Bruder ach Schwester man wird ihn nicht beklagen ach Herr ach Edler er soll er soll wie ein Esel begraben werden fortgeschleift und hinausgeworfen vor die Tore Jerusalems geh hinauf auf den Libanon und schreie und lass deine Klage hören in Basan und schreie vom Aberim her denn alle deine Liebhaber sind zunichte gemacht ich habe dir es vorher gesagt als es noch gut um dich stand aber du sprachst ich will nicht hören so hast du es dein Lebtag getan dass du meiner Stimme nicht gehorchtest alle deine Hirten weidet der Sturmwind und deine Liebhaber müssen gefangen fort ja nun bist du zu Spott und zu Schanden geworden um aller deiner Bosheit willen die du jetzt auf dem Libanon wohnst und in Zeder nistest wie wirst du stöhnen wenn dir Schmerzen und Wehen kommen werden wie einer in Kindsnöten so wahr ich lebe spricht der Herr wenn Konja der Sohn Jojakims der König von Judah ein Siegelring wäre an meiner rechten Hand so wollte ich dich doch abreißen und in die Hände derer geben die dir nach dem Leben trachten und vor denen du dich fürchtest in die Hände Nebukadnezars des Königs von Babel und der Kaldäer und ich will dich und deine Mutter die dich geboren hat in ein anderes Land treiben das nicht euer Vaterland ist dort sollt ihr sterben aber in das Land wohin sie von Herzen gern wieder kämen sollen sie nicht zurückkehren ist denn Konja ein elender verachteter verstoßener Mann ein Gefäß das niemand haben will ach wie ist er doch samt seinem Geschlecht vertrieben und in ein unbekanntes Land geworfen O Land 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 höre des Herrn Wort so spricht der Herr schreibt diesen Mann auf als einen der ohne Kinder ist einen Mann dem sein Leben lang nichts gelingt denn keiner seiner Nachkommen wird das Glück haben dass er auf dem Thron David sitze und in Judah herrsche Kapitel 23 weh euch Hirten die ihr die Herde meiner Weide umkommen lasst und zerstreut spricht der Herr darum spricht der Herr der Gott Israels von den Hirten die mein Volk weiden ihr habt meine Herde zerstreut und verstoßen und nicht nach ihr gesehen siehe ich will euch heimsuchen um eures bösen Tuns willen spricht der Herr und ich will die übrig gebliebenen meiner Herde sammeln aus allen Ländern wohin ich sie verstoßen habe und will sie wiederbringen zu ihren Weideplätzen daß sie sollen wachsen und viel werden und ich will Hirten über sie setzen die sie weiden sollen daß sie sich nicht mehr fürchten noch erschrecken noch heimgesucht werden spricht der Herr siehe es kommt die Zeit spricht der Herr daß ich dem David einen gerechten Spross erwecken will der soll ein König sein der wohl Regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird zu seiner Zeit soll Judah geholfen werden und Israel sicher wohnen und dies wird sein Name sein mit dem man ihn nennen wird der Herr unsere Gerechtigkeit Darum siehe es wird die Zeit kommen spricht der Herr daß man nicht mehr sagen wird so war der Herr lebt der die Kinder Israel aus Ägyptenland geführt hat sondern so war der Herr lebt der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen wohin er sie verstoßen hatte und sie sollen in ihrem Lande wohnen wieder die Propheten mein Herz will mir in meinem Leibe brechen alle meine Gebeine zitternd mir ist wie einem trunkenen Mann und wie einem der vom Wein taumelt vor dem Herrn und vor seinen heiligen Worten denn das Land ist voller Ehebrecher und wegen des Fluches vertrocknet das Land und die Weideplätze in der Städte verdorrent böse ist wonach sie streben und ihre Stärke ist Unrecht denn Propheten wie Priester sind ruchlos auch in meinem Hause finde ich ihre Bosheit spricht der Herr darum ist ihr Weg wie ein glatter Weg auf dem sie im Finstern gleiten und fallen denn ich will unheil über sie kommen lassen das Jahr ihrer heimsuchung spricht der Herr auch bei den Propheten zu Samaria sah ich anstößiges daß sie weissagten im Namen des Baal und mein Volk Israel verführten aber bei den Propheten zu Jerusalem sehe ich gräuel wie sie Ehebrechen und mit Lügen umgehen und die boshaften stärken auf das ich ja niemand bekehre von seiner Bosheit sie sind alle vor mir gleich wie Sodom und die Bürger Jerusalems wie Gomorra darum spricht der Herr Zebaot über die Propheten siehe ich will sie mit Wermut speisen und mit Gift tränken denn von den Propheten Jerusalems geht das ruchlose Wesen aus ins ganze Land so spricht der Herr Zebaot hört nicht auf die Worte der Propheten die euch weissagen sie betrügen euch denn sie verkünden euch Gesichte aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn Sie sagen denen die des Herrn Wort verachten es wird euch wohl gehen und allen die nach ihrem verstockten Herzen wandeln sagen sie es wird kein Unheil über euch kommen aber wer hat im Rat des Herrn gestanden dass er sein Wort gesehen und gehört hätte wer hat sein Wort vernommen und gehört siehe es wird ein Wetter des Herrn kommen voll grimm und und von wann wollen doch die Propheten aufhören die Lüge weissagen und ihres Herzens trug weissagen und wollen daß mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen die einer dem anderen erzählt wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal ein Prophet der Träume hat der erzähle Träume wer aber mein Wort hat der predige mein Wort recht wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen spricht der Herr ist mein Wort nicht wie ein Feuer spricht der Herr und wie ein Hammer der Felsen zerschmeißt darum siehe ich will an die Propheten spricht der Herr die mein Wort stehlen einer vom anderen siehe ich will an die Propheten spricht der Herr die ihr eigenes Wort führen und sprechen er hat es gesagt siehe ich will an die Propheten spricht der Herr die falsche Träume erzählen und verführen mein Volk mit ihren Lügen und losem Geschwätz obgleich ich sie ihnen nichts befohlen habe und sie auch diesem Volk nichts Nütze sind spricht der Herr wenn dich dies Volk oder ein Prophet oder ein Priester fragen wird und sagt was ist die Last die der Herr jetzt ankündigt sollst du zu ihnen sagen ihr seid die Last ich will euch wegwerfen spricht der Herr und wenn ein Prophet oder Priester oder die Leute sagen werden das ist die Last des Herrn den will ich heimsuchen und sein Haus dazu vielmehr sollt ihr einer mit dem anderen reden und zueinander sagen was antwortet der Herr und was sagt der Herr aber sagt nicht mehr Last des Herrn denn einem jeden wird sein eigenes Wort zur Last werden weil ihr so die Worte des lebendigen Gottes des Herrn Zebaoth unseres Gottes verdreht darum sollt ihr zum Propheten sagen was antwortet dir der Herr und was sagt dir der Herr wenn ihr aber sagt Last des Herrn so spricht der Herr weil ihr dies Wort Last des Herrn nennt obgleich ich zu euch gesandt habe und euch sagen ließ ihr sollt nicht Last des Herrn sagen siehe so will ich euch aufheben wie eine Last und euch samt der Stadt die ich euch und euren Vätern gegeben habe von meinem Angesicht wegwerfen und will euch ewige Schande und ewige Schmach zufügen die nie vergessen werden soll Kapitel 24 siehe der Herr zeigte mir zwei Feigen Körbe aufgestellt vor dem Tempel des Herrn nachdem Nebukadnezar der König von Babel den Jehonja den Sohn Jojakims den König von Judah weggeführt hatte samt den großen Judas und den Zimmerleuten und Schmieden und sie von Jerusalem nach Babel gebracht hatte in dem einen Korbe waren sehr gute Feigen wie die ersten reifen Feigen sind im anderen Korbe waren sehr schlechte Feigen daß man sie nicht essen konnte so schlecht waren sie und der Herr sprach zu mir Jeremia was siehst du ich sprach Feigen die guten Feigen sind sehr gut und die schlechten sind sehr schlecht daß man sie nicht essen kann so da geschah des Herrn Wort zu mir so spricht der Herr der Gott Israels wie auf diese guten Feigen so will ich blicken auf die weggeführten aus Judah die ich von dieser Stätte habe vorziehen lassen in der Chaldea Land ich will sie gnädig ansehen und sie wieder in dies Land bringen und will sie bauen und nicht verderben ich will sie pflanzen und nicht ausreißen und ich will ihnen ein Herz geben dass sie mich erkennen sollen dass ich der Herr bin und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein von ganzem Herzen werden sie sich zu mir bekehren aber aber wie die schlechten feigen die so schlecht sind daß man sie nicht essen kann spricht der Herr so will ich dahin geben zedekia den könig von juda samt seinen großen und allen die übrig geblieben sind in jerusalem und in diesem lande und die in ägypten land wohnen ich will sie zum bild des entsetzens ja des unglücks machen für alle königreiche auf erden orten wohin ich sie verstoßen werde und will schwert hunger und pest unter sie schicken bis sie ganz vertilgt sind aus dem lande das ich ihnen und ihren vätern gegeben habe kapitel 25 dies ist das wort das zu jeremia geschah über das ganze volk von juda im vierten jahr johakims des sohnes johias des königs von juda das ist das erste jahr nebukadnezars des königs von babel und der prophet jeremia sprach zu dem ganzen volk von juda und zu allen bürgern jerusalems vom dreizehnten jahr des johsia an des sohnes amons des königs von juda ist das herrn wort zu mir geschehen bis auf diesen tag und ich habe zu euch nun drei und zwanzig jahre lang immer wieder gepredigt aber ihr habt und der herr hat zu euch immer wieder alle seine knechte die propheten gesandt aber ihr habt nie hören wollen und eure ohren mir nicht zugekehrt und mir nicht gehorcht wenn er sprach bekehret euch ein jeder von seinem bösen Wege und von euren bösen Werken so sollt ihr in dem Lande das der herr euch und euren vätern gegeben hat für immer und ewig und erzürnt mich nicht durch eurer Hände Werk damit ich euch nicht Unheil zufügen muss aber ihr wolltet mir nicht gehorchen spricht der herr auf daß ihr mich ja erzürnet durch eurer Hände Werk zu eurem eigenen Unheil darum spricht der Herr Zeberot weil ihr denn meine Worte nicht hören wollt siehe so will ich ausschicken und kommen lassen alle Völker des Nordens spricht der Herr auch meinen Knecht Nebukadnezar den König von Babel und will sie bringen über dies Land und über seine Bewohner und über alle diese Völker ringsum und will an ihnen den Bann vollstrecken und sie zum Bild des Entsetzens und zum Spott und zur ewigen Wüste machen und will wegnehmen allen fröhlichen Gesang die Stimme des Bräutigams und der Braut das Geräusch der Mühle und das Licht der Lampe so dass dies ganze Land wüst und zerstört liegen soll und diese Völker sollen dem König von Babel dienen siebzig Jahre wenn aber die siebzig Jahre um sind will ich heimsuchen den König von Babel und jenes Volk spricht der Herr um ihrer Missetat willen dazu das Land der Kaldäer und will es zur ewigen Wüste machen so lasse ich an diesem Lande gegen das ich geredet habe alle meine Worte in Erfüllung gehen nämlich alles was in diesem Buch geschrieben steht was Jeremia geweissagt hat über alle Völker und auch sie sollen großen Völkern und großen Königen dienen so will ich ihnen vergelten nach ihrem Verdienst und nach den Werken ihrer Hände denn so sprach zu mir der Herr der Gott Israels nimm diesen Becher mit dem Wein meines Zorns aus meiner Hand und lass daraus trinken alle Völker zu denen ich dich sende dass sie trinken taumeln und toll werden vor dem Schwert das ich unter sie schicken will und ich nahm den Becher aus der Hand des Herrn und ließ daraus trinken alle Völker zu denen mich der Herr sandte nämlich Jerusalem die Städte Judas ihre Könige und Fürsten dass sie wüst und zerstört liegen und ein Spott und Fluch sein sollten wie es den heutigen Tages steht auch den Pharao den König von Ägypten mit seinen großen und mit seinen Fürsten mit seinem ganzen Volk und allem Mischvolk alle Könige in der Philister Lande mit Ascalon Gaza Ekron und denen die übrig geblieben sind in Ashtod die von Edom die von Moab die Ammoniter alle Könige von Tyrus alle Könige von Sidon die Könige auf den Inseln jenseits des Meeres die von Dedan die von Thema die von Bus und alle die das Haar rundherum abscheren alle Könige Arabiens und die der Mischvölker die in der Wüste wohnen alle Könige im Simri alle Könige in Elam alle Könige in Medien alle Könige des Nordens die in der Nähe und die in der Ferne Einen einen wie den anderen alle Königreiche der Welt so viel ihrer auf Erden sind und der König von Shishach soll nach ihnen trinken und spricht zu ihnen so spricht der Herr Zebaot der Gott Israels trinkt dass ihr trunken werdet und speit dass ihr niederfallt und nicht aufstehen könnt vor dem Schwert das ich unter euch schicken will und wenn sie den Becher von deiner Hand nicht nehmen und nicht trinken wollen so spricht zu ihnen so spricht der Herr Zebaot ihr müsst trinken denn siehe bei der Stadt die nach meinem Namen genannt ist fange ich an mit dem Unheil und ihr solltet ungestraft bleiben ihr sollt nicht ungestraft bleiben denn ich rufe das Schwert über alle herbei die auf Erden wohnen spricht der Herr Zebaot und du sollst ihnen alle diese Worte weiss sagen und zu ihnen sprechen der Herr wird brüllen aus der Höhe und seinen Donner hören lassen aus seiner heiligen Wohnung er wird brüllen über seine Fluren hin wie einer der die Kälte tritt wird er seinen Ruf erschallen lassen über alle Bewohner der Erde hin und sein Schall wird dringen bis an die Enden der Erde der Herr will mit So spricht der Herr Zebaoth siehe es wird eine Plage kommen von einem Volk zum anderen und ein großes Wetter wird sich erheben von den Enden der Erde zu der Zeit werden die vom Herrn erschlagenen liegen von einem Ende der Erde bis ans andere Ende sie werden nicht beklagt noch aufgehoben noch begraben werden sondern müssen auf dem Felde liegen und zu Dung werden heulet ihr Hirten und schreit wälzt euch in der Asche ihr Herren der Herde denn die Zeit ist erfüllt daß ihr geschlachtet und zerstreut werdet und zerbrechen müsst wie ein kostbares Gefäß und die Hirten werden nicht fliehen können und die Herren der Herde werden nicht entrinnen können da werden die Hirten schreien und die Herren der Herde hat und ihre Auen die so schön standen vernichtet sind von dem grimmigen Zorn des Herrn er hat sein Versteck verlassen wie ein junger Löwe und ihr Land ist verheert von seinem gewaltigen Schwert und von seinem grimmigen Zorn Kapitel 26 Im Anfang der Herrschaft Jojakims des Sohnes Josias des Königs von Judah geschah dies Wort vom Herrn So spricht der Herr Tritt in den Vorhof am Hause des Herrn und predige denen die aus allen Städten Judas hereinkommen um anzubeten im Hause des Herrn alle Worte die ich dir befohlen habe ihnen zu sagen und tu nichts davon weg ob sie vielleicht hören wollen und sich bekehren ein jeder von seinem bösen Wege damit mich auch reuen könne das Übel das ich gedenke ihnen anzutun um ihrer bösen Taten willen und spricht zu ihnen so spricht der Herr werdet ihr mir nicht gehorchen und nicht nach meinem Gesetz wandeln das ich euch vorgelegt habe und nicht hören auf die Worte meiner Knechte der Propheten die ich immer wieder zu euch sende und auf die ihr doch nicht hören wollt so will ich mit diesem Hause machen wie mit Silo und diese Stadt zum Fluchwort für alle Völker auf Erden machen als aber die Priester Propheten und alles Volk Jeremia hörten dass er solche Worte redete im Hause des Herrn und Jeremia nun alles gesagt hatte was ihm der Herr befohlen hatte allem Volk zu sagen ergriffen ihn die Priester Propheten und das ganze Volk und sprachen du musst sterben warum weissagst du im Namen des Herrn es wird diesem Hause gehen wie Silo und diese Stadt soll so wüst werden dass niemand mehr darin wohnt und das ganze Volk sammelte sich im Hause des Herrn wieder Jeremia als das die Oberen von Judah hörten gingen sie aus des Königs Hause hinauf ins Haus des Herrn und setzten sich zum Gericht vor das neue Tor am Hause des Herrn und die Priester und Propheten sprachen vor den Oberen und allem Volk dieser Mann ist des Todes schuldig denn er hat geweissagt gegen diese Stadt wie ihr mit eigenen Ohren gehört habt aber Jeremia sprach zu allen Oberen und zu allem Volk der Herr hat mich gesandt dass ich dies alles was ihr gehört habt weissagen sollte gegen dies Haus und gegen diese Stadt so bessert nun eure Wege und euer Tun und gehorcht der Stimme des Herrn eures Gottes dann wird den Herrn auch geräuen das Übel das er gegen euch geredet hat siehe ich bin in euren Händen ihr könnt mit mir machen wie es euch recht und gut dünkt doch sollt ihr wissen wenn ihr mich tötet so werdet ihr unschuldig Blut auf euch laden auf diese Stadt und ihre Einwohner denn wahrlich der Herr hat mich zu euch gesandt dass ich dies alles vor euren Ohren reden soll da sprachen die Oberen und das ganze Volk zu den Priestern und Propheten dieser Mann ist des Todes nicht schuldig denn er hat zu uns geredet im Namen des Herrn unseres Gottes und es standen auf etliche von den ältesten des Landes und sprachen zu dem versammelten Volk zur Zeit Hiskias des Königs von Judah war ein Prophet Micha von Moreshet der sprach zum ganzen Volk Judah so spricht der Herr Zebaot Zion wird wie ein Acker gepflügt werden und Jerusalem wird zu Steinhaufen werden und der Berg des Tempels zu einer Höhe wilden Gestrüpps doch ließ ihn Hiskia der König von Judah und das ganze Judah deswegen nicht töten vielmehr fürchteten sie den Herrn und flehten zu ihm da reute auch den Herrn das Übel das er gegen sie geredet hatte wir aber würden großes Unheil über uns bringen Da war noch einer der im Namen des Herrn weiß sagte Uriah der Sohn Shemayas von Kiryat Jearim der weiß sagte gegen diese Stadt und gegen dies Land ganz wie Jeremia als aber der König Jojakin und alle seine Gewaltigen und die Oberen seine Worte hörten wollte ihn der König töten lassen und Uriah erfuhr das fürchtete sich und floh und kam nach Ägypten aber der König Jojakim schickte Leute nach Ägypten El Nathan den Sohn Achbors und andere mit ihm die holten ihn aus Ägypten und brachten ihn zum König Jojakim der ließ ihn mit dem Schwert töten und ließ seinen Leichnam unter dem niederen Volk begraben aber mit Jeremia war die Hand Ahikans des Sohnes Schaffans so dass man ihn nicht dem Volk in die Hände gab das ihn getötet hätte Kapitel 27 Im Anfang der Herrschaft Zedekias des Sohnes Josias des Königs von Judah geschah dies Wort vom Herrn zu Jeremia Sohne Sohne der Herr zu mir Mache dir ein Joch und lege es auf deinen Nacken und schicke Botschaft zum König von Edom zum König von Moab zum König der Ammoniter zum König von Tyros und zum König von Sidon durch die Boten die zu Zedekia dem König von Judah nach Jerusalem gekommen sind und befiehl ihnen dass sie ihren Herren sagen so spricht der Herr Zebaot der Gott Israels so sollt ihr euren Herren sagen ich habe die Erde gemacht und Menschen und Tiere die auf Erden sind durch meine große Kraft und meinen ausgereckten Arm und gebe sie wem ich will nun aber habe ich alle diese Länder in die Hand meines Knechts Nebukadnezar des Königs von Babel gegeben und auch die Tiere auf dem Felde dass sie ihm untertan sein sollen und es sollen alle Völker ihm dienen und seinem Sohn und seines Sohnes Sohn bis auch für sein Land die Zeit kommt dass es vielen Völkern und großen Königen untertan sein muss das Volk aber und das Königreich das dem König von Babel Nebukadnezar nicht untertan sein will und dass seinen Nacken nicht unter das Joch des Königs von Babel beugt das will ich heimsuchen mit Schwert Hunger und Pest spricht der Herr bis bis ich sie durch seine Hand umbringe so hört doch nicht auf eure Propheten Wahrsager Traumdeuter Zeichendeuter und Zauberer die euch sagen ihr werdet nicht untertan sein müssen dem König von Babel denn sie weissagen euch Lüge auf dass sie euch aus eurem Lande fortbringen und ich euch verstoße und ihr umkommt aber das Volk das seinen Nacken unter das Joch des Königs von Babel beugt und ihm untertan ist das will ich in seinem Lande lassen dass es dasselbe bebaue und bewohne spricht der Herr und ich redete alle diese Worte zu Zedekiah dem König von Judah und sprach beugt euren Nacken unter das Joch des Königs von Babel und seid ihm und seinem Volk untertan so sollt ihr am Leben bleiben warum wollt ihr sterben du und dein Volk beschwert Hunger und Pest wie der Herr geredet hat über das Volk das dem König von Babel nicht untertan sein will darum hört nicht auf die Worte der Propheten die euch sagen ihr werdet nicht untertan sein müssen dem König von Babel denn sie weissagen euch Lüge und ich habe sie nicht gesandt spricht der Herr sondern sie weissagen Lüge in meinem Namen auf das ich euch verstoße und ihr umkommt samt den Propheten die euch weissagen und zu den Priestern und zu diesem ganzen Volk redete ich und sprach so spricht der Herr höret nicht auf die Worte eurer Propheten die euch weissagen und sprechen siehe die Geräte aus dem Hause des Herrn werden nun bald von Babel wiederher kommen denn sie weissagen euch Lüge höret nicht auf sie sondern seid dem König von Babel untertan so werdet ihr am Leben bleiben warum soll diese Stadt zur Wüstenei werden sind sie aber Propheten und haben sie das Herrn Wort so lasst sie dem Herrn Zeberot bitten dass die Geräte die übrig geblieben sind im Hause des Herrn und im Hause des Königs von Judah und zu Jerusalem nicht auch nach Babel geführt werden denn so spricht der Herr Zeberot von den Säulen und vom Meer und von den Gestellen und von den Geräten die noch übrig geblieben sind in dieser Stadt die Nebukadnezar der König von Babel nicht mitnahm als er Jehonja den Sohn Jojakims den König von Judah von Jerusalem weg führte nach Babel samt allen Vornehmen in Judah und Jerusalem so spricht der Herr Zeberot der Gott Israels von den Geräten die übrig geblieben sind im Hause des Herrn und im Hause des Königs von Judah und zu Jerusalem sie sollen nach Babel geführt werden und dort bleiben bis auf den Tag an dem ich nach ihnen sehe spricht der Herr und ich sie wieder zurück bringen lasse an diesen Ort Kapitel 28 In dem selben Jahr im Anfang der Herrschaft Zedekias des Königs von Judah im fünften Monat des vierten Jahres sprach Hanania der Sohn Assurs ein Prophet von Gibeon zu mir im Hause das Joch des Königs von Babel zerbrochen und ehe zwei Jahre um sind will ich alle Geräte des Hauses des Herrn die Nebukadnezar der König von Babel von diesem Ort weggenommen und nach Babel geführt hat wieder an diesen Ort bringen auch Jehonja den Sohn Jojakims den König von Judah samt allen Weggeführten aus Judah die nach Babel gekommen sind will ich wieder an diesen Ort bringen spricht der Herr denn ich will das Joch des Königs von Babel zerbrechen da sprach der Prophet Jeremia zu dem Propheten Hanania in Gegenwart der Priester und des ganzen Volkes die im Hause des Herrn standen und sagte Amen der Herr tue so der Herr bestätige dein Wort das du geweissagt hast daß er die Geräte aus dem Hause des Herrn von Babel wiederbringe an diesen Ort und alle weggeführten doch höre dies Wort das ich vor deinen Ohren rede und vor den Ohren des ganzen Volkes die Propheten die vor mir und vor dir gewesen sind von Alters her die haben gegen viele Länder und große Königreiche geweissagt von Krieg von Unheil und Pest wenn aber ein Prophet von Heil weiss sagt ob ihn der Herr wahrhaftig gesandt hat wird man daran erkennen daß sein Wort erfüllt wird da nahm der Prophet Hanania das Joch vom Nacken des Propheten Jeremia und zerbrach es und Hanania sprach in Gegenwart des ganzen Volkes so spricht der Herr ebenso will ich zerbrechen das Joch Nebukadnezars des Königs von Babel ehe zwei Jahre um sind und es vom Nacken aller Völker nehmen und der Prophet Jeremia ging seines Weges Aber des Herrn Wort geschah zu Jeremia nachdem der Prophet Hanania das Joch auf dem Nacken des Propheten Jeremia zerbrochen hatte Geh hin und sage Hanania So spricht der Herr Du hast das hölzerne Joch zerbrochen aber du hast nun ein eisernes Joch an seine Stelle gesetzt Denn so spricht der Herr Zebaot der Gott Israels Ein eisernes Joch habe ich allen diesen Völkern auf den Nacken gelegt dass sie untertan sein sollen Nebukabnezar dem König von Babel und ihm dienen und auch die Tiere habe ich ihm gegeben und der Prophet Jeremia sprach zu dem Propheten Hanania höre doch Hanania der Herr hat dich nicht gesandt aber du machst dass dies Volk sich auf Lügen verlässt darum spricht der Herr siehe ich will dich vom Erdboden nehmen dies Jahr sollst du sterben denn du hast sie mit deiner Rede vom Herrn abgewendet und der Prophet Hanania starb im selben Jahr im siebenten Monat Kapitel 29 dies sind die Worte des Briefes den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten die weggeführt waren an die Priester und Propheten und an das ganze Volk das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte nachdem der König Jehonia und die Königin Mutter mit den Kämmerern und Oberen in Judah und Jerusalem samt den Zimmerleuten und Schmieden aus Jerusalem weggeführt waren durch Elasa den Sohn Schaffans und Gemaja den Sohn Hilkias die Zedekiah der König von Judah nach Babel sandte zu Nebukadnezar dem König von Bade so spricht der Herr Zebaoth der Gott Israels zu den Weggeführten die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen baut Häuser und wohnt darin pflanzt Gärten und esst ihre Früchte nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern daß sie Söhne und Töchter gebären mehret euch dort daß ihr nicht weniger werdet suchet der Stadt Bestes dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn denn wenn's ihr wohl geht so geht's auch euch wohl denn so spricht der Herr Zebaoth der Gott Israels lasst euch durch die Propheten die bei euch sind und durch die Wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf die Träume die sie träumen denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen ich habe sie nicht gesandt spricht der Herr denn so spricht der Herr wenn für Babel siebzig Jahre voll sind so ich wieder an diesen Ort bringe denn ich weiß wohl was ich für Gedanken über euch habe spricht der Herr Gedanken des Friedens und nicht des Leides dass ich euch gebe das Ende des ihr wartet und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören ihr werdet mich suchen und finden denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet so will ich mich von euch finden lassen spricht der Herr und will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten wohin ich euch verstoßen habe spricht der Herr und will euch wieder an diesen Ort bringen von wo ich euch habe wegführen lassen zwar meint ihr der Herr habe euch auch in Babel Propheten erstehen lassen für wahr so spricht der Herr über den König der auf Davids Thron sitzt und über das ganze Volk das in dieser Stadt wohnt über eure Brüder die nicht mit euch in die Gefangenschaft gezogen sind ja so spricht der Herr Zebaoth siehe ich will Schwert Hunger und Pest unter sie schicken und will sie machen wie die schlechten Feigen davor einem Ekel zu essen und will hinter ihnen her sein mit dem Schwert Hunger und Pest und will sie zum Bild des Entsetzens machen für alle Königreiche auf Erden zum Fluch zum Grauen zum Hohn und zum Spott unter allen Völkern wohin ich sie verstoßen werde weil sie meinen Worten nicht gehorchten spricht der Herr der ich meine Knechte die Propheten immer wieder zu euch gesandt habe aber ihr wolltet nicht hören spricht der Herr aber ihr alle die ihr gefangen weggeführt seid die ich von Jerusalem habe nach Babel ziehen lassen höre das Herrn Wort so spricht der Herr Zebaoth der Gott Israels wieder Ahab den Sohn Kolayas und wieder Zedekiah den Sohn Maaseas die euch Lüge weissagen in meinem Namen siehe ich will sie geben in die Hände Nebukadnezars des Königs von Babel der soll sie tot schlagen lassen vor euren Augen Namen zum Fluchwort machen wird unter allen Weggeführten aus Judah die in Babel sind und sagen der Herr tue an dir wie an Zedekiah und Ahab die der König von Babel im Feuer rösten ließ weil sie eine Schandtat in Israel begingen und Ehebruch trieben mit den Frauen ihrer Nächsten und in meinem Namen Lüge predigten was ich ihnen nicht befohlen hatte solches weiß ich und bezeuge es spricht der Herr und wieder Schemaja von Nehelam sollst du sagen so spricht der Herr Zebaoth der Gott Israels weil du unter deinem Namen Briefe gesandt hast an alles Volk das in Jerusalem ist an den Priester Zephania den Sohn Maasejas und an alle Priester und gesagt Der Herr hat dich zum Priester bestellt anstatt des Priesters Jojada daß du Aufseher sein sollst im Hause des Herrn über alle Wahnsinnigen und Weissager daß du sie in Block und Eisen legst Nun warum strafst du denn nicht Jeremia von Anatot der euch weissagt hat er doch zu uns nach Babel geschickt und sagen lassen es wird noch lange wehren baut Häuser und wohnt darin pflanzt Gärten und esst ihre Früchte es hatte nämlich der Priester Zephania den Brief vorgelesen vor den Ohren des Propheten Jeremia da geschah des Herrn Wort zu Jeremia sende hin zu allen Weggeführten und laß ihnen sagen so spricht der Herr wieder Shemaya von Nehelam weil euch Shemaya weissagt und ich habe ihn doch nicht gesandt und macht daß ihr auf Lügen vertraut darum spricht der Herr siehe ich will Shemaya von Nehelam heimsuchen samt seinen Nachkommen daß keiner von den Seinen unter diesem Volk bleiben soll und er soll das Gute nicht sehen das ich meinem Volk tun will spricht der Herr denn er hat es mit seiner Rede vom Herrn abgewendet Kapitel 30 dies ist das Wort das vom Herrn geschah zu Jeremia so spricht der Herr der Gott Israels schreibt dir alle Worte die ich zu dir geredet habe in ein Buch denn siehe es kommt die Zeit spricht der Herr daß ich das Geschick meines Volkes Israel und Judah wenden will und ich will sie wieder bringen in das Land das ich ihren Vätern gegeben habe daß sie es besitzen sollen und dies sind die Worte die der Herr redete über Israel und Judah so spricht der Herr wir hören ein Geschrei des Schreckens nur Furcht ist da und kein Friede forscht doch und seht ob dort Männer gebären wie kommt es denn daß ich sehe wie alle Männer ihre Hände an die Hüften halten wie Frauen in Kindsnöten und alle Angesichter so bleich sind wehe es ist ein gewaltiger Tag und seinesgleichen ist nicht gewesen und es ist eine Zeit der Angst für Jakob doch soll ihm daraus geholfen werden es soll aber geschehen zu dieser Zeit spricht der Herr Zebaoth daß ich das Joch auf deinem Nacken zerbrechen will und deine Bande zerreißen sie werden nicht mehr Fremden dienen sondern ich ihnen erwecken will darum fürchte du dich nicht mein Knecht Jakob spricht der Herr und entsetze dich nicht Israel denn siehe ich will dich erretten aus fernen Landen und deine Nachkommen aus dem Lande ihrer Gefangenschaft dass Jakob zurückkehren soll und in Frieden und Sicherheit leben und niemand soll ihn schrecken denn ich bin bei dir spricht der Herr daß ich dir helfe denn ich will mit allen Völkern ein Ende machen unter die ich zerstreut habe aber mit dir will ich nicht ein Ende machen ich will dich mit Maßen züchtigen doch ungestraft kann ich dich nicht lassen denn so spricht der Herr dein Schaden ist verzweifelt böse und deine Wunden sind unheilbar deine Sache führt niemand da ist keiner der dich verbindet es kann dich niemand heilen alle deine liebhaber vergessen dich frage nichts nach dir ich habe dich geschlagen wie einen feind mit unbarmherziger züchtigung um deiner großen schuld und um deiner vielen sünden willen was schreist du über deinen schaden und über dein verzweifelt böses leiden habe ich dir doch solches getan um deiner großen schuld und um deiner vielen sünden willen doch alle die dich gefressen haben sollen gefressen werden und alle die dich geängstet haben sollen alle gefangen weggeführt werden und die dich beraubt haben sollen beraubt werden und alle die dich geplündert haben sollen geplündert werden aber dich will ich wieder gesund machen und deine wunden heilen spricht der herr weil man dich nennt die verstoßene und zion nach der niemand fragt so spricht der herr siehe ich will das geschick der hütten jakobs wenden und mich über seine wohnungen erbarmen und die stadt soll wieder auf ihre hügel gebaut werden und die burg soll stehen an ihrem rechten platz und es soll aus ihr erschallen lob und freudengesang denn ich will sie mehren und nicht mindern ich will sie herrlich machen und nicht geringer ihre söhne sollen sein wie früher und ihre Gemeinde soll vor mir fest gegründet stehen denn ich will heimsuchen alle die sie ihr herrscher von ihnen ausgehen und er soll zu mir nahen denn wer dürfte sonst sein leben wagen und mir nahen spricht der herr und ihr sollt mein volk sein und ich will euer gott sein siehe es wird ein wetter des herrn kommen voll grimm ein schreckliches ungewitter wird auf dem kopf der gottlosen niedergehen des herrn grimmiger zorn wird nicht ablassen bis er tue und ausrichte was er im sinn hat zur letzten zeit werdet ihr es erkennen kapitel 31 zu derselben zeit spricht der herr will ich der gott aller geschlechter israels sein und sie sollen mein volk sein so spricht der herr das volk das dem schwert entronnen ist hat gnade gefunden in der wüste israel zieht hin zu seiner ruhe der herr ist mir erschienen von ferne ich habe dich je und je geliebt darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter güte wohl an ich will dich wiederum bauen daß du gebaut sein sollst du jungfrau israel du sollst dich wieder schmücken pauken schlagen und herausgehen zum tanz du sollst wiederum Weinberge pflanzen an den bergen samarias pflanzen wird man sie und ihre früchte genießen denn es wird die zeit kommen daß die wächter auf dem gebirge efraim rufen wohl auf lasst uns hinaufziehen nach zion zum herrn unserem gott denn so spricht der herr jubelt über jakob mit freuden und jauchzet über das haupt unter den völkern ruft laut rühmt und sprecht der herr hat seinem volk geholfen dem rest israels siehe ich will sie aus dem lande des nordens bringen und will sie sammeln von den enden der erde auch blinde und lahme schwangere und junge mütter daß sie als große gemeinde wieder hierher kommen sollen sie werden weinend kommen aber ich will sie trösten und leiten ich will sie zu wasserbächen führen auf ebenem wege daß sie nicht zu fall kommen denn ich bin israels vater und efraim ist mein erstgeborener sohn höret ihr völker des herrn wort und verkündet fern auf den inseln und sprecht der israel zerstreut hat der wird's auch wieder sammeln und wird es hüten wie ein hirte seine herde denn der herr wird jakob erlösen und von der hand des mächtigen erretten sie werden kommen und auf der Höhe des zion jauchzen und sich freuen über die gaben des herrn über getreide wein öl und junge schafe und rinder dass ihre seele sein wird wie ein wasserreicher garten und sie nicht mehr bekümmert sein sollen als dann werden die jungfrauen fröhlich beim reigen sein die junge mannschaft und die alten miteinander denn ich will ihr trauern in freude verwandeln und sie trösten und sie erfreuen und ich will der priester herzvoller freude machen und mein volk soll meiner gaben die fülle haben spricht der herr so spricht der herr man hört klage geschrei und bittres weinen in rama rahel weint über ihre kinder und will sich nicht trösten lassen über ihre kinder denn es ist aus mit ihnen aber so spricht der herr laß dein schreien und weinen und die tränen deiner augen denn deine mühe wird noch belohnt werden spricht der herr sie sollen wiederkommen aus dem lande des feindes und deine nachkommen haben viel gutes zu erwarten spricht der herr denn deine söhne sollen wieder in ihre heimat kommen ich habe wohl gehört wie Efra ihn klagt du hast mich hart erzogen und ich ließ mich erziehen wie ein junger stier der noch nicht gelernt hat zu ziehen bekehre du mich so will ich mich bekehren denn du herr bist mein gott nachdem ich bekehrt war tat ich buße und als ich zur einsicht kam schlug ich an meine brust ich bin zu schanden geworden und stehe schamrot da denn ich muss büßen die schande meiner jugend ist nicht Efra ihm mein teurer sohn und mein liebes kind denn so oft ich ihm auch drohe muss ich doch seiner gedenken darum bricht mir mein herz daß ich mich seiner erbarmen muss spricht der herr richte dir wegzeichen auf setze dir steinmale und richte deinen sinn auf die straße auf der du gezogen bist kehr zurück jung frau israel kehr zurück zu diesen deinen städten wie lang willst du in der irre gehen du abtrünnige tochter denn der herr wird ein neues im lande schaffen das weib wird den mann umgeben so spricht der herr zebe ort der gott israels man wird dies wort wieder sagen im lande juda und in seinen städten wenn ich ihr geschick wenden werde der herr segne dich du wohnung der gerechtigkeit du heiliger berg auch juda samt allen seinen städten soll darin wohnen die ackerleute und die mit herden umherziehen denn ich will die müden erquicken und die verschmachtenden sättigen darüber bin ich aufgewacht und sah auf und hatte so sanft geschlafen siehe es kommt die zeit spricht der herr daß ich das haus israel und das haus juda besäen will mit menschen und mit vieh und gleich wie ich über sie gewacht habe auszureißen und einzureißen zu verderben und zu zerstören und zu plagen so will ich über sie wachen zu bauen und zu pflanzen spricht der herr zu derselben zeit wird man nicht mehr sagen die väter und den kindern sind die zähne stumpf geworden sondern ein jeder wird um seiner schuld willen sterben und wer saure trauben gegessen hat dem sollen seine zähne stumpf werden siehe es kommt die zeit spricht der herr da will ich mit dem hause israel und mit dem hause juda einen neuen bund schließen nicht wie der bund gewesen ist den ich mit ihren vätern schloss als ich sie bei der hand nahm um sie aus ägyptenland zu führen ein bund den sie nicht gehalten haben ob ich gleich ihr herr war spricht der herr sondern das soll der bund sein den ich mit dem hause israel schließen will nach dieser zeit spricht der herr ich will mein gesetz in ihr herz geben und in ihren sinn schreiben und sie sollen mein volk sein und ich will ihr gott sein und es wird keiner den anderen noch ein bruder den anderen lehren und sagen erkenne den herrn sondern sie sollen mich alle erkennen beide klein und groß spricht der herr denn ich will ihnen ihre missetat vergeben und ihrer sünde nimmermehr gedenken so spricht der herr der die sonne dem tage zum licht gibt und den mond und die sterne der nacht daß seine wellen brausen herr zeberot ist sein name wenn jemals diese ordnungen vor mir ins wanken kämen spricht der herr so müßte auch das geschlecht israels aufhören ein volk zu sein vor mir ewig so spricht der herr wenn man den himmel oben messen könnte und den grund der erde unten erforschen dann würde ich auch verwerfen das ganze geschlecht israels für all das was sie getan haben spricht der herr siehe es kommt die zeit spricht der herr daß die stadt des herrn gebaut werden wird vom turm hananel an bis ans ecktor und die mess schnur wird weiter gerade ausgehen bis an den hügel gareb und sich nach goad hin wenden und das ganze tal der leichen und der asche und die hänge bis zum bach kidron bis zu der ecke am rostor im osten wird dem herrn heilig sein und die stadt wird niemals mehr eingerissen und abgebrochen werden kapitel 32 dies ist das wort das vom herrn geschah zu jeremia im zehnten jahr zedekias des königs von juda das ist das achtzehnte jahr nebukadnezars damals belagerte das heer des königs von babel jerusalem und der prophet jeremia lag gefangen im wachthof am hause des königs von juda wo zedekia der könig von juda ihn hatte gefangen setzen lassen indem er sagte warum weissagst du und sprichst so spricht der herr siehe ich gebe diese stadt in die hände des königs von babel und er soll sie erobern und zedekia der könig von juda soll den kaldean nicht entrinnen sondern ich will ihn dem könig von babel in die hände geben dass er von mund zu mund mit ihm reden und mit eigenen augen ihn sehen soll und er wird zedekia nach babel führen da soll er auch bleiben bis ich ihn heimsuche spricht der herr denn wenn ihr auch gegen die kaldea kämpft soll euch doch nichts gelingen und jeremia sprach es ist das herrn wort zu mir geschehen siehe hanamel der sohn schallums deines oheims wird zu dir kommen und sagen kaufe du meinen acker in annatod denn dir kommt es als erstem zu ihn einzulösen und zu kaufen da kam hanamel meines oheims sohn wie der herr gesagt hatte zu mir in den wachthof und sprach zu mir kaufe doch meinen acker in annatod der im lande benjamin liegt denn dir kommt es zu ihn zu erwerben und einzulösen kaufe du ihn da merkte ich dass es das herrnwort war und kaufte den acker von hanamel meines oheims sohn in annatod und wog ihm das geld da siebzehn lot silber und ich schrieb einen kaufbrief und versiegelte ihn und nahm zeugen dazu und wog das geld da auf der waage nach recht und gewohnheit und ich nahm den versiegelten kaufbrief und die offene abschrift und gab beides baruch dem sohn merias des sohnes machsejas in gegenwart hanamels meines vetters und der zeugen die unter dem kaufbrief geschrieben standen und aller judäer die im wachthof sich aufhielten und befahl baruch vor ihren augen so spricht der herr zebaoth der gott israels nimm diese briefe den versiegelten kaufbrief samt dieser offenen abschrift und lege sie in ein irdenes gefäß das sie lange erhalten bleiben denn so spricht der herr zebaoth der gott israels man wird wieder häuser äcker und weinberge kaufen in diesem lande und als ich den kaufbrief baruch dem sohn nerias gegeben hatte betete ich zum herrn und sprach ach herr herr siehe du hast himmel und erde gemacht durch deine große kraft und durch deinen ausgereckten arm und es ist kein ding vor dir unmöglich der du gnade erweist vielen tausenden und die schuld der väter kommen läßt auf das haupt ihrer kinder du 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 und starker gott herr zeberot ist dein name groß von rat und mächtig von tat und deine augen stehen offen über allen wegen der menschenkinder einem jeden zu geben nach seinen wegen und nach der frucht seines tuns der du in ägypten land hast zeichen und wunder getan bis auf diesen tag an israel und an den menschen und hast dir einen namen gemacht wie es heute am tage ist und hast dein volk israel aus ägypten land geführt durch zeichen und wunder mit mächtiger hand mit ausgerecktem arm und mit großem schrecken und hast ihnen dies land gegeben wie du ihren vätern geschworen hattest dass du es ihnen geben wolltest ein land darin milch und honig fließt aber als sie hineinkamen und es in besitz nahmen gehorchten sie deiner stimme nicht wandelten auch nicht nach deinem gesetz und alles was du ihnen gebotest dass sie es tun sollten taten sie nicht darum ließest du ihnen auch all dies unheil widerfahren siehe die welle reichen schon bis an die stadt dass sie erobert werde und sie muß wegen schwert hunger und pest in die hände der kaldea gegeben werden die sie belagern und wie du geredet hast so ist geschehen du siehst es ja selbst aber du herr herr sprichst zu mir kaufe dir einen acker um geld und nimm zeugen dazu obwohl doch die stadt in die hände der kaldea gegeben wird siehe ich der herr bin der gott alles fleisches sollte mir etwas unmöglich sein darum so spricht der herr siehe ich gebe diese stadt in die hände der kaldea und in die hand nebukadnezars des königs von babel und er soll sie erobern und die kaldea die diese stadt belagern werden hereinkommen und sie in brand stecken und verbrennen samt den häusern wo rauchopfer gespendet und anderen göttern trankopfer dargebracht hat um mich zu erzürnen denn israel und juda haben von ihrer jugend auf getan was mir missfällt ja die kinder israel haben mich erzürnt durch ihre hände werk spricht der herr denn seit diese stadt gebaut ist hat sie mich zornig und grimmig gemacht bis auf diesen tag dass ich sie von meinem angesicht wegtun muss wegen all der bosheit israels und judas die sie getan haben um mich zu erzürnen sie ihre könige oberen priester und propheten und die in juda und jerusalem wohnen haben mir den rücken und nicht das angesicht zugekehrt und obwohl ich sie stets lehren ließ wollten sie nicht hören noch sich bessern dazu haben sie ihre gräulichen götzen in das Haus gesetzt das nach meinem namen genannt ist daß sie es unrein machten und haben die höhen des baal gebaut im tal ben hin um ihre söhne und töchter für den moloch durchs feuer gehen zu lassen was was ihnen nicht befohlen habe und es ist mir nie in den sinn gekommen daß sie solchen gräul tun sollten um juda in sünde zu bringen nun aber so spricht der herr der gott israels von dieser stadt von der ihr sagt daß sie durch schwert hunger und pest in die hände des königs von babel gegeben werde siehe ich will sie sammeln aus allen ländern wohin ich sie verstoße in meinem zorn grimm und großem unmut und will sie wieder an diesen ort bringen daß sie sicher wohnen sollen sie sollen mein volk sein und ich will ihr gott sein und ich will ihnen einerlei sinn und einerlei wandel geben daß sie mich fürchten ihr leben lang auf daß es ihnen wohl gehe und ihren kindern nach ihnen und ich will einen ewigen bund mit ihnen schließen daß ich nicht ablassen will ihnen gutes zu tun und will ihnen furcht vor mir ins herz geben daß sie nicht von mir weichen es soll meine freude sein ihnen gutes zu tun und ich will sie in diesem lande einpflanzen ganz gewiß von ganzem herzen und von ganzer seele denn so spricht der herr gleich wie ich über dies volk all dies große unheil habe kommen lassen so will ich auch alles gute über sie kommen lassen daß ich ihnen zugesagt habe und es sollen äcker gekauft werden in diesem lande von dem ihr sagt eine wüste ist ohne menschen und vieh es ist in der caldea hände gegeben man wird äcker um geld kaufen und verbriefen versiegeln und zeugen dazu nehmen im lande benjamin und um jerusalem her und in den städten judas in den städten auch dem gebirge in den städten des hügellandes und in den städten des südlandes denn ich will ihr geschick wenden spricht der herr kapitel 33 und des herrn wort geschah zu jeremia zum zweiten mal als er noch im wachthof gefangen war so spricht der herr der alles macht schafft und ausrichtet herr ist sein name rufe mich an so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare dinge von denen du nichts weißt denn so spricht der herr der gott israels von den häusern dieser stadt und von den häusern der könige judas die abgebrochen wurden um bollwerke zu machen zur abwehr in kampf gegen die kaldea und um sie zu füllen mit den leichnamen der menschen die ich in meinem zorn und grimm erschlagen habe als ich mein angesicht vor dieser stadt verbarg um all ihrer bosheit willen siehe ich will sie heilen und gesund machen und will ihnen dauernden frieden gewähren denn ich will das geschick judas und das geschick israels wenden und will sie bauen wie im anfang und will sie reinigen von aller missetat womit sie wieder mich gesündigt haben und will ihnen vergeben alle missetaten womit sie wieder mich gesündigt und gefrevelt haben und und soll mein ruhm und meine wonne mein preis und meine ehre sein unter allen völkern auf erden wenn sie all das gute hören das ich jerusalem tue und sie werden sich verwundern und entsetzen über all das gute und über all das heil das ich der stadt geben will so spricht der herr an diesem ort von dem ihr sagt er ist wüst ohne menschen und vieh in den städten judas und auch den gassen jerusalems die so verwüstet sind dass niemand mehr darin ist weder menschen noch vieh wird man dennoch wieder hören den jubel der freude und wonne die stimme des bräutigams und der braut und die stimme derer die da sagen danket dem herrn zeber denn er ist freundlich und seine güte wäret ewiglich wenn sie dank opfer bringen zum hause des herrn denn ich will das geschick des landes wenden daß es werde wie es im anfang war spricht der herr so spricht der herr zeber an an diesem ort der so wüst ist daß weder menschen noch vieh darin sind und in allen ihren städten werden dennoch wieder auen sein für die hirten die da herden weiden in den städten auf dem gebirge und in den städten des hügellandes und in den städten des südlandes im lande benjamin und um jerusalem her und in den städten judas sollen dennoch wieder die herden gezählt aus und ein ziehen spricht der her siehe es kommt die zeit spricht der her daß ich das gnädige wort erfüllen will daß ich zum hause israel und zum hause juda geredet habe in jenen tagen und zu jener zeit will ich dem david einen gerechten spross aufgehen lassen der soll recht und gerechtigkeit schaffen im lande zu derselben zeit soll juda geholfen werden und jerusalem sicher wohnen und man wird es nennen der herr unsere gerechtigkeit denn so spricht der her es soll david niemals fehlen an einem der auf dem thron des hauses israel sitzt und den levitischen priestern soll es niemals fehlen an einem der täglich vor meinem angesicht brandopfer dar bringt und speisopfer in rauch aufgehen läßt und opfer schlachtet und des herrnwort geschah zu jeremia so spricht der herr wenn mein bund mit tag und nacht aufhörte dass nicht mehr tag und nacht sind zu 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 so und so zum könig auf seinem thron und mit dem mewiten den priestern meinen dienen Wie man des Himmels her nicht zählen, noch den Sand am Meer messen kann, so will ich mehren das Geschlecht Davids meines Knechts und die Leviten, die mir dienen. Und des Herrn Wort geschah zu Jeremia. Ich will mir das Geschlecht Jakobs und Davids meines Knechts, daß ich nicht mehr aus ihrem Geschlecht Herrscher nehme über die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn ich will ihr Geschick wenden und mich über sie erbarmen. Kapitel 34 Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jeremia, als Nebukadnezar der König von Babel mit seinem ganzen Heer und allen Königreichen auf Erden, die unter seiner Gewalt waren, und allen Völkern, Jerusalem und alle seine Städte belagerte. So spricht der Herr, der Gott Israels. Geh hin und sprich mit Zedekiah, dem König von Judah, und sage zu ihm, so spricht der Herr. Siehe, ich will diese Stadt in die Hände des Königs von Babel geben, und er soll sie mit Feuer verbrennen. Und auch du sollst seine Hand nicht entrinnen, sondern ergriffen und in seine Hand gegeben werden. Du wirst ihn mit eigenen Augen sehen und von Mund zu Mund mit ihm reden und nach Babel kommen. Höre doch auf das Herrn Wort, Zedekiah, du König von Judah. So spricht der Herr über dich. Du sollst nicht durchs Schwert sterben, sondern du sollst in Frieden sterben. Und wie deinen Vätern, den früheren Königen, die vor dir gewesen sind, so wird man auch dir zu Ehren einen Brand anzünden und dich beklagen. Ach, Herr, denn ich habe es geredet, spricht der Herr. Und der Prophet Jeremia sagte all diese Worte zu Zedekiah, dem König von Judah in Jerusalem. Als das Heer des Königs von Babel schon Jerusalem und alle Städte Judas belagerte, die übrig geblieben waren, nämlich Lachisch und Asika. Denn diese waren noch übrig geblieben von den festen Städten Judas. Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jeremia, nachdem der König Zedekiah einen Bund geschlossen hatte, mit dem ganzen Volk zu Jerusalem, eine Freilassung auszurufen, dass ein jeder seinen Sklaven und ein jeder seine Sklavin, die Hebräer und Hebräerinnen waren, freilassen sollte, so dass kein Judäer den anderen als Sklaven hielte. Da hatten alle Oberen und alles Volk gehorcht, die diesen Bund eingegangen waren, dass ein jeder seinen Sklaven und seine Sklavin freilassen und sie nicht mehr als Sklaven halten sollte, und hatten sie losgegeben. Aber danach hatten sie die Sklaven und Sklavinnen wieder zurückgefordert, die sie freigegeben hatten, und sie gezwungen, dass sie wieder Sklaven und Sklavinnen sein mussten. Da geschah des Herrn Wort zu Jeremia, So spricht der Herr, der Gott Israels, Ich habe einen Bund geschlossen mit euren Vätern, als ich sie aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft führte und sprach, Im siebenden Jahre soll ein jeder seinen Bruder, der ein Hebräer ist und sich ihm verkauft und sechs Jahre gedient hat, freilassen. Aber eure Väter gehorchten mir nicht und kehrten ihre Ohren mir nicht zu. Ihr aber hattet euch nun bekehrt und getan, was mir wohl gefiel, dass ihr eine Freilassung ausrufen ließet, ein jeder für seinen Nächsten, und habt darüber einen Bund geschlossen vor mir in dem Hause, das nach meinem Namen genannt ist. Jetzt aber seid ihr umgeschlagen und habt meinen Namen entheiligt. Ein jeder fordert seinen Sklaven und seine Sklavin zurück, die ihr freigelassen hattet, so daß sie gehen konnten, wohin sie wollten, und zwingt sie jetzt, daß sie wieder eure Sklaven und Sklavinnen sein müssen. Darum spricht der Herr, Ihr gehorchtet mir nicht und riefet keine Freilassung aus, ein jeder für seinen Bruder und seinen Nächsten. Siehe, so rufe ich, spricht der Herr, über euch eine Freilassung aus, für Schwert, für Pest, für Hunger, und will euch zum Bild des Entsetzens machen für alle Königreiche auf Erden. Und ich will die Leute, die meinen Bund übertreten und die Worte des Bundes nicht halten, den sie vor mir geschlossen haben, so zurichten wie das Kalb, daß sie in zwei Stücke geteilt haben und zwischen dessen Stücken sie hindurchgegangen sind, nämlich die Oberen von Judah und von Jerusalem, die Kämmerer, die Priester und das ganze Volk des Landes, alle, die zwischen den Stücken des Kalbes hindurchgegangen sind. Und ich will sie geben in die Hand ihrer Feinde und derer, die ihnen nach dem Leben trachten, und ihre Leichname sollen den Vögeln unter dem Himmel und den Tieren auch dem Felde zum Phrase werden. Auch Zedekiah, den König von Judah, und seine Oberen will ich geben in die Hände ihrer Feinde und derer, die ihnen nach dem Leben trachten, und in die Hand des Heeres des Königs von Babel, das jetzt von euch abgezogen ist. Denn siehe, ich will ihnen befehlen, spricht der Herr, und will sie wieder vor diese Stadt bringen. Sie sollen sie belagern und erobern und mit Feuer verbrennen. Und ich will die Städte Judas verwüsten, daß niemand mehr darin wohnen soll. Kapitel 35 Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jeremia zur Zeit Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Judah. Geh hin zu den Rechabitern, rede mit ihnen und führe sie in das Herrnhaus, in eine der Hallen, und schenke ihnen Wein ein. Da nahm ich Jaazania, den Sohn Jeremias, des Sohnes Habazinyas, samt seinen Brüdern und allen seinen Söhnen und das ganze Geschlecht der Rechabiter, und führte sie in das Herrnhaus, in die Halle der Söhne Hanans, des Sohnes Jigdaljas, des Mannes Gottes, die neben der Halle der Oberen ist, über der Halle Maasejas, des Sohnes Schalums des Torhüters. Und ich setzte den Männern vom Hause Rechab Krüge voll Wein und Schalen vor und sprach zu ihnen, trinkt Wein. Sie aber antworteten, wir trinken keinen Wein, denn unser Vater Jonadab, der Sohn Rechabs, hat uns geboten, ihr und eure Nachkommen sollt niemals Wein trinken und kein Haus bauen, keinen Samen säen, keinen Weinberg pflanzen noch besitzen, sondern ihr sollt in Zelten wohnen, euer Leben lang, auf das ihr lange lebt in dem Lande, in dem ihr umherzieht. Also gehorchen wir der Stimme unseres Vaters Jonadab, des Sohnes Rechabs, in allem, was er uns geboten hat, dass wir keinen Wein trinken unser Leben lang, weder wir noch unsere Frauen noch unsere Söhne und Töchter. Und wir bauen auch keine Häuser darin zu wohnen und haben weder Weinberge noch Äcker noch Samen, sondern wir wohnen in Zelten und gehorchen und tun in allem, wie es unser Vater Jonadab geboten hat. Als aber Nebukadnezar, der König von Babel, gegen das Land heraufzog, sprachen wir, kommt, lasst uns nach Jerusalem ziehen vor dem Heer der Chaldea und der Aramäer, und so sind wir in Jerusalem geblieben. Da geschah des Herrn Wort zu Jeremia, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, geh hin und sprich zu den Männern von Judah und zu den Bürgern von Jerusalem, wollt ihr euch denn nicht bessern und meinen Worten gehorchen, spricht der Herr. Die Worte Jonadabs des Sohnes Rechabs, der seinen Nachkommen geboten hat, dass sie keinen Wein trinken sollen, werden gehalten, und sie trinken keinen Wein bis auf diesen Tag, denn sie gehorchen ihres Vaters Gebot. Ich aber habe euch immer wieder predigen lassen, doch ihr gehorcht mir nicht. Ich habe auch immer wieder alle meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt und sagen lassen, kehrt um, ein jeder von seinem bösen Wege, und bessert euer Tun und folgt nicht anderen Göttern nach, ihnen zu dienen. So sollt ihr in dem Lande bleiben, das ich euch und euren Vätern gegeben habe. Aber ihr wolltet eure Ohren nicht zu mir kehren und mir nicht gehorchen. Ja, die Nachkommen Jonadabs des Sohnes Rechabs haben ihres Vaters Gebot gehalten, das er ihnen geboten hat. Aber dies Volk gehorcht mir nicht. Darum spricht der Herr, der Gott Zebaoth, der Gott Israels, siehe, ich will über Judah und über alle Bürger Jerusalems kommen lassen, all das Unheil, das ich gegen sie geredet habe, weil ich zu ihnen redete und sie nicht hören wollten, weil ich rief und sie mir nicht antworten wollten. Aber zu den Rechabitern sprach Jeremia, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, weil ihr dem Gebot eures Vaters Jonadab gehorcht habt und alle seine Gebote gehalten und alles getan, was er euch geboten hat. Darum spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, es soll dem Jonadab, dem Sohn Rechabs, niemals an einem Manne fehlen, der vor mir steht. Kapitel 36 Im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Judah, geschah dies Wort zu Jeremia vom Herrn. Nimm eine Schriftrolle und schreibe darauf alle Worte, die ich zu dir geredet habe, über Israel, über Judah und alle Völker von der Zeit an, da ich zu dir geredet habe, nämlich von der Zeit Josias an bis auf diesen Tag. Vielleicht wird das Haus Judah, wenn sie hören von all dem Unheil, das ich ihnen zu tun gedenke, sich bekehren, ein jeder von seinem bösen Wege, damit ich ihnen ihre Schuld und Sünde vergeben kann. Da rief Jeremia Baruch, den Sohn Nereas, und Baruch schrieb auf eine Schriftrolle alle Worte des Herrn, die er zu Jeremia geredet hatte, wie Jeremia sie ihm sagte. Und Jeremia gebot Baruch und sprach, mir ist's verwehrt, ich kann nicht in das Herrnhaus gehen. Du aber geh hin und lies die Schriftrolle, auf die du des Herrn Worte, wie ich sie dir gesagt habe, geschrieben hast, dem Volk vor im Hause des Herrn am Fastage, und du sollst sie auch lesen vor den Ohren aller Judäer, die aus ihren Städten hereinkommen. Vielleicht werden sie sich mit Beten vor dem Herrn demütigen und sich bekehren, ein jeder von seinem bösen Wege. Denn der Zorn und Grimm ist groß, denn der Herr diesen Volk angedroht hat. Und Baruch, der Sohn Nereas, tat alles, wie ihm der Prophet Jeremia befohlen hatte, daß er die Worte des Herrn aus der Schriftrolle vorlese im Hause des Herrn. Es begab sich aber im fünften Jahr Jojakims des Jones Josias, des Königs von Judah, im neunten Monat, daß man ein Fasten ausrief vor dem Herrn für alles Volk zu Jerusalem und für alles Volk, das aus den Städten Judas nach Jerusalem kam. Und Baruch las aus der Schriftrolle die Worte Jeremias vor im Hause des Herrn, in der Halle Gemaias, des Sohnes Schaffans, des Schreibers, im oberen Vorhof bei dem neuen Tor am Hause des Herrn, vor dem ganzen Volk. Als nun Michaja, der Sohn Gemaias, des Sohnes Schaffans, alle Worte des Herrn gehört hatte aus der Schriftrolle, ging er hinab in das Königshaus, in die Kanzlei. Und siehe, dort saßen alle Oberen, Elishama, der Schreiber, Delaja, der Sohn Schemaias, Elnathan, der Sohn Achbors, Gemaias, der Sohn Schaffans und Sedekiah, der Sohn Hananias, samt allen anderen Oberen. Und Michaja berichtete ihnen alle Worte, die er gehört hatte, als Baruch aus der Schriftrolle vor den Ohren des Volkes vorlas. Da sandten alle oberen Judi, den Sohn Netanias, des Sohnes Shelemias, des Sohnes Kuschis, zu Baruch und ließen ihm sagen, Nimm die Schriftrolle, aus der du dem Volk vorgelesen hast, mit dir und komm. Und Baruch, der Sohn Nerias, nahm die Schriftrolle mit sich und kam zu ihnen. Und sie sprachen zu ihm, Setze dich und lies, dass wir's hören. Und Baruch las vor ihren Ohren. Und als sie alle die Worte hörten, entsetzten sie sich untereinander und sprachen zu Baruch, Wir müssen alle diese Worte dem König mitteilen. Und sie fragten den Baruch, Sage uns, Wie hast du alle diese Worte aufgeschrieben? Baruch sprach zu ihnen, Jeremia hat mir alle diese Worte vorgesagt, und ich schrieb sie mit Tinte auf die Schriftrolle. Da sprachen die Oberen zu Baruch, Geh hin und verbirg dich mit Jeremia, dass niemand wisse, wo ihr seid. Sie aber gingen hinein zum König in den Vorhof und ließen die Schriftrolle verwahren in der Halle Elishamas des Schreibers und teilten dem König alle diese Worte mit. Da sandte der König den Judi, die Schriftrolle zu holen. Der nahm sie aus der Halle Elishamas des Schreibers. Und Judi las dem König vor und allen Oberen, die bei dem König standen. Der König aber saß im Winterhause vor dem Kohlenbecken, denn es war im neunten Monat. Wenn aber Judi drei oder vier Spalten gelesen hatte, schnitt er sie ab mit einem Schreibmesser und warf sie ins Feuer, das im Kohlenbecken war, bis die Schriftrolle ganz verbrannt war im Feuer. Und niemand entsetzte sich und zerriß seine Kleider, weder der König noch seine Großen, die doch alle diese Worte gehört hatten. Und obwohl El-Nathan, Delaja und Gemaja den König baten, er möge die Schriftrolle nicht verbrennen, hörte er nicht auf sie. Dazu gebot der König Jerachmeel, dem Königssohn, und Seraia, dem Sohn Asriels, und Shelemia, dem Sohn Abdeels, sie sollten Baruch, den Schreiber, und Jeremia, den Propheten ergreifen. Aber der Herr hatte sie verborgen. Nachdem der König die Schriftrolle verbrannt hatte, auf die Baruch die Worte geschrieben hatte, wie Jeremia sie ihm sagte, geschah des Herrn Wort zu Jeremia. Nimm dir eine neue Schriftrolle und schreibe auf sie alle vorigen Worte, die auf der ersten Schriftrolle standen, die Jojakim, der König von Judah, verbrannt hat. Über Jojakim aber, den König von Judah, sollst du sagen, So spricht der Herr. Du hast diese Schriftrolle verbrannt und gesagt, warum hast du darauf geschrieben, daß der König von Babel kommen und dies Land verderben werde, so daß weder Menschen noch Vieh mehr darin sein werden. Darum spricht der Herr über Jojakim, den König von Judah. Es soll keiner von den Seinen auf dem Thron David sitzen, und sein Leichnam soll hingeworfen liegen am Tag in der Hitze und nachts im Frost. Und ich will ihn und seine Nachkommen und seine Großen heimsuchen um ihrer Schuld willen, und ich will über sie und über die Bürger Jerusalems und über die in Judah kommen lassen, all das Unheil, von dem ich zu ihnen geredet habe, und sie gehorchten doch nicht. Da nahm Jeremia eine andere Schriftrolle und gab sie Baruch, dem Sohn Nerias, dem Schreiber. Der schrieb darauf, so wie ihm Jeremia vorsagte, alle Worte, die auf der Schriftrolle gestanden hatten, die Jojakim, der König von Judah, im Feuer hatte verbrennen lassen. Und es wurden zu ihnen noch viele ähnliche Worte hinzugetan. Kapitel 37 Und Zedekiah, der Sohn Josias, wurde König anstatt Konyas des Sohnes Jojakims. Der Nebukadnezar, der König von Babel, machte ihn zum König im Lande Judah. Aber er und seine Großen und das Volk des Landes gehorchten nicht den Worten des Herrn, die er durch den Propheten Jeremia redete. Dennoch sandte der König Zedekiah Juchal, den Sohn Shelemias und den Priester Zephania, den Sohn Maaseias, zum Propheten Jeremia und ließ ihm sagen, Bitte den Herrn, unseren Gott, für uns. Denn Jeremia ging noch unter dem Volk aus und ein, und man hatte ihn noch nicht ins Gefängnis geworfen. Es war aber das Heer des Pharao aus Ägypten aufgebrochen, und als die Kaldäer, die vor Jerusalem lagen, davon hörten, waren sie von Jerusalem abgezogen. Und des Herrn Wort geschah zum Propheten Jeremia. So spricht der Herr, der Gott Israels, sagt dem König von Judah, der euch zu mir gesandt hat, mich zu befragen, Siehe, das Heer des Pharao, das euch zu Hilfe ausgezogen ist, wird wieder heim nach Ägypten ziehen, und die Kaldäer werden wiederkommen und diese Stadt belagern und sie erobern und mit Feuer verbrennen. Darum spricht der Herr, betrügt euch nicht damit, daß ihr denkt, die Kaldäer werden von uns abziehen, sie werden nicht abziehen. Und wenn ihr auch das ganze Heer der Kaldäer schlügett, die gegen euch kämpfen, und es blieben von ihnen nur etliche Verwundete übrig, so würde doch ein Jeder in seinem Zelt aufstehen und diese Stadt mit Feuer verbrennen. Als nun der Kaldäer Heer von Jerusalem abgezogen war vor dem Heere des Pharao, wollte Jeremia aus Jerusalem herausgehen ins Land Benjamin, um mit seinen Verwandten ein Erbe zu teilen. Und als er zum Benjamin-Tor kam, war dort ein Wachhabender mit Namen Jeriah, der Sohn Shelemias, des Sohnes Hananias. Der hielt den Propheten Jeremia an und sprach, »Du willst zu den Kaldäern überlaufen.« Jeremia sprach, »Das ist nicht wahr, ich will nicht zu den Kaldäern überlaufen.« Aber Jeriah wollte ihn nicht hören, sondern ergriff Jeremia und brachte ihn zu den Oberen. Und die Oberen wurden zornig über Jeremia und ließen ihn schlagen und warfen ihn ins Gefängnis im Hause Jonathans des Schreibers. Denn das hatten sie zum Kerker gemacht. So kam Jeremia in den überwölbten Raum einer Zisterne und blieb dort lange Zeit. Aber Zedekiah, der König, sandte hin und ließ ihn holen und fragte ihn heimlich in seinem Haus und sprach, »Ist wohl ein Wort vom Herrn vorhanden?« Jeremia sprach, »Ja, du wirst dem König von Babel in die Hände gegeben werden.« Und Jeremia sprach zum König Zedekiah, »Was habe ich gegen dich, gegen deine Großen und gegen dies Volk gesündigt, dass sie mich in den Kerker geworfen haben? Wo sind nun eure Propheten, die euch weissagten und sprachen, »Der König von Babel wird nicht über euch noch über dies Land kommen. Und nun, mein Herr und König, höre mich und lass meine Bitte vor dir gelten. Lass mich nicht wieder in Jonathans des Schreibers Haus bringen, daß ich dort nicht sterbe.« Da befahl der König Zedekiah, daß man Jeremia im Wachthof behalten sollte und ließ ihm täglich aus der Bäckergasse einen Leib Brot geben, bis alles Brot in der Stadt aufgezehrt war. So blieb Jeremia im Wachthof. Kapitel 38 Es hörten aber und wird sein Leben wie eine Beute davon bringen. Denn so spricht der Herr, »Diese Stadt soll übergeben werden dem Heer des Königs von Babel, und es soll sie einnehmen.« Da sprachen die Oberen zum König, »Lass doch diesen Mann töten, denn auf diese Weise nimmt er den Kriegsleuten, die noch übrig sind in dieser Stadt, den Mut, desgleichen dem ganzen Volk, weil er solche Worte zu ihnen sagt. Denn der Mann sucht nicht, was diesem Volk zum Heil, sondern was zum Unheil dient.« Der König Zedekiah sprach, »Siehe, er ist in euren Händen, denn der König vermag nichts wider euch.« Da nahmen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne Malkias, des Königssohnes, die am Wachthof war, und ließen ihn an Seilen hinab. In der Zisterne aber war kein Wasser, sondern Schlamm, und Jeremia sank in den Schlamm. Als aber Ebed-Melech, der Moor, ein Kämmerer in des Königshaus, hörte, daß man Jeremia in die Zisterne geworfen hatte, und der König gerade im Benjamin-Tor saß, da ging Ebed-Melech aus des Königshaus und redete mit dem König und sprach, »Mein Herr und König, diese Männer handeln übel an den Propheten Jeremia, daß sie ihn in die Zisterne geworfen haben. Dort muß er vor Hunger sterben, denn es ist kein Brot mehr in der Stadt.« Da befahl der König Ebed-Melech dem Mohren, »Nimm von hier drei Männer mit dir und zieh den Propheten Jeremia aus der Zisterne, ehe er stirbt.« Und Ebed-Melech nahm die Männer mit sich und ging in des Königshaus in die Kleiderkammer und nahm dort zerrissene alte Lumpen und ließ sie an einem Seil hinab zu Jeremia in die Zisterne. Und Ebed-Melech der Moor sprach zu Jeremia, »Lege diese zerrissenen alten Lumpen unter deine Achseln um das Seil.« Und Jeremia tat es. Und sie zogen Jeremia herauf aus der Zisterne an den Stricken. Und so blieb Jeremia im Wachthof. Und der König Zedekia sandte hin und ließ den Propheten Jeremia zu sich holen unter den dritten Eingang am Hause des Herrn. Und der König sprach zu Jeremia, »Ich will dich etwas fragen, verbirg mir nichts.« Jeremia sprach zu Zedekia, »Sage ich dir etwas, so tötest du mich doch. Gebe ich dir aber einen Rat, so gehorchst du mir nicht.« Da schwor der König Zedekia dem Jeremia heimlich und sprach, »So wahr der Herr lebt, der uns dies Leben gegeben hat, ich will dich nicht töten noch den Männern in die Hände geben, die dir nach dem Leben trachten.« Und Jeremia sprach zu Zedekia, »So spricht der Herr, der Gott Zebaoth, der Gott Israels.« »Wirst du hinausgehen zu den Obersten des Königs von Babel, so sollst du am Leben bleiben, und diese Stadt soll nicht verbrannt werden, sondern du und dein Haus sollen am Leben bleiben.« »Wirst du aber nicht hinausgehen zu den Obersten des Königs von Babel, so wird diese Stadt den Kaldäern in die Hände gegeben, und sie werden sie mit Feuer verbrennen, und auch du wirst ihren Händen nicht entrinnen.« Der König Zedekia sprach zu Jeremia, »Ich habe aber die Sorge, dass ich den Judäern, die zu den Kaldäern übergelaufen sind, übergeben werden könnte, dass sie mir übel mitspielen.« Jeremia sprach, »Man wird dich nicht übergeben. Gehorche doch der Stimme des Herrn, die ich dir verkünde, so wird dir's wohlgehen, und du wirst am Leben bleiben.« »Wirst du aber nicht hinausgehen, so ist dies das Wort, das mir der Herr gezeigt hat. Siehe, alle Frauen, die noch vorhanden sind im Hause des Königs von Judah, werden zu den Obersten des Königs von Babel hinaus müssen, und sie werden dann sagen, »Ach, deine guten Freunde haben dich überredet und in ihre Gewalt gebracht und in den Sumpf geführt und lassen dich nun stecken.« »Ja, alle deine Frauen und Kinder werden hinaus müssen zu den Kaldäern, und du selbst wirst ihren Händen nicht entgehen, sondern du wirst vom König von Babel ergriffen, und diese Stadt wird mit Feuer verbrannt werden.« Und Zedekiah sprach zu Jeremia, »Sieh zu, dass niemand diese Worte erfahre, so wirst du nicht sterben. Und wenn's die Oberen erfahren sollten, dass ich mit dir geredet habe und zu dir kommen und sprechen, sag an, was hast du mit dem König geredet? Verbirg es uns nicht, so wollen wir dich nicht töten. Was hat der König mit dir geredet?« So sprich, »Ich habe den König gebeten, daß er mich nicht wieder in Jonathans Haus führen lasse, ich müßte sonst dort sterben.« Da kamen alle Oberen zu Jeremia und fragten ihn, und er antwortete ihnen, wie ihm der König befohlen hatte. Da ließen sie von ihm, weil sie nichts erfahren konnten. Und Jeremia blieb im Wachthof bis auf den Tag, da Jerusalem eingenommen wurde. Kapitel 39 Und es geschah, daß Jerusalem erobert wurde. Denn im neunten Jahr Zedekias, des Königs von Judah, im zehnten Monat kam Nebukadnezar, der König von Babel, und sein ganzes Heer vor Jerusalem und belagerten es. Und im elften Jahr Zedekias, am neunten Tage des vierten Monats, brach man in die Stadt ein. Und alle Obersten des Königs von Babel zogen hinein und hielten unter dem Mitteltor, nämlich Nergal Sarezer, der Fürst von Sinmagier, der Oberhofmeister, und Nebushasban, der Oberkämmerer, und alle anderen Obersten des Königs von Babel. Als nun Zedekia, der König von Judah, und seine Kriegsleute das sahen, flohen sie bei Nacht zur Stadt hinaus auf dem Wege zu des Königs Garten durchs Tor zwischen den beiden Mauern und entwichen zum Jordantal hin. Aber die Kriegsleute der Chaldea jagten ihnen nach und holten Zedekia ein im Jordantal von Jericho und nahmen ihn gefangen und brachten ihn zu Nebukadnezar, dem König von Babel, nach Riblah, das im Lande Hamad liegt. Der sprach das Urteil über ihn. Und der König von Babel ließ die Söhne Zedekias vor seinen Augen töten in Riblah und tötete auch alle Vornehmen Judas. Aber Zedekia ließ er die Augen ausstechen und ihn in Ketten legen, um ihn nach Babel zu führen. Und die Chaldea verbrannten das Haus des Königs und die Häuser der Bürger und rissen die Mauern Jerusalems nieder. Was aber noch an Volk in der Stadt war und wer sonst zu ihnen übergelaufen war, die führte Nebuzaradan, der oberste der Leibfache, alle miteinander gefangen nach Babel. Aber von dem niederen Volk, das nichts hatte, ließ zur selben Zeit Nebuzaradan, der oberste der Leibwache, etliche im Lande Judah zurück und gab ihnen Weinberge und Felder. Aber Nebukadnezar, der König von Babel, hatte Nebuzaradan, dem obersten der Leibwache, Befehl gegeben wegen Jeremia und gesagt, nimm ihn und lass ihn dir befohlen sein und tu ihm kein Leid, sondern wie er's von dir begehrt, so mach's mit ihm. Da sandten hin Nebuzaradan, der oberste der Leibwache, und Nebuzasban, der Oberkämmerer, Nergal Sarezer, der Oberhofmeister, und alle obersten des Königs von Babel, und ließen Jeremia aus dem Wachthof holen und übergaben ihnen Gedalja, dem Sohn Ahikams, des Sohnes Schafans, daß er ihn nach Hause gehen ließe. Und so blieb er unter dem Volk. Es war auch das Herrn Wort geschehen zu Jeremia, als er noch im Wachthof lag. Geh hin und sage Ebed-Melech dem Mohren, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, siehe, ich will meine Worte kommen lassen über diese Stadt zum Unheil und nicht zum Heil, und du sollst es sehen zur selben Zeit. Aber dich will ich erretten zur selben Zeit, spricht der Herr, und du sollst den Leuten nicht ausgeliefert werden, vor denen du dich fürchtest. Denn ich will dich entkommen lassen, daß du nicht durchs Schwert fallest, sondern du sollst dein Leben wie eine Beute davonbringen, weil du mir vertraut hast, spricht der Herr. Kapitel 40 Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jeremia, als ihn Nebusaradan, der oberste der Leibwache, losließ in Rama, wo er ihn gefunden hatte. Denn er war auch mit Fesseln gebunden unter allen Gefangenen aus Jerusalem und Judah, die nach Babel weggeführt werden sollten. Als nun der oberste der Leibwache, Jeremia, hatte zu sich holen lassen, sprach er zu ihm, Der Herr, dein Gott, hat dies Unglück über diese Städte vorhergesagt und hat's auch kommen lassen und getan, wie er geredet hat. Denn ihr habt gesündigt wieder den Herrn und seiner Stimme nicht gehorcht. Darum ist euch solches widerfahren. Und nun siehe, ich mache dich heute los von den Fesseln, mit denen deine Hände gebunden waren. Gefällt dir's, mit mir nach Babel zu ziehen, so komm, du sollst mir befohlen sein. Gefällt dir's aber nicht, mit mir nach Babel zu ziehen, so lass es sein. Siehe, du hast das ganze Land vor dir. Wo dich's gut dünkt und dir's gefällt, da zieh hin. Denn weiter hinaus wird kein Wiederkehren möglich sein. Darum magst du umkehren zu Gedalja, dem Sohne Ahikams, des Sohne Schafans, den der König von Babel über die Städte in Juda gesetzt hat, und bei ihm bleiben unter dem Volk. Oder geh, wohin dir's gefällt. Und der Oberste der Leibwache gab ihm Wegzehrung und Geschenke und ließ ihn gehen. So kam Jeremia zu Gedalja, dem Sohne Ahikams, nach Mizpah. Und blieb bei ihm unter dem Volk, das im Lande noch übrig geblieben war. Als nun die Hauptleute, die noch im Lande verstreut waren, samt ihren Leuten erfuhren, daß der König von Babel, Gedalja, den Sohn Ahikams, über das Land gesetzt hatte und über die Männer, Frauen und Kinder und über die Geringen im Lande, die nicht nach Babel weggeführt waren, kamen sie zu Gedalja, nach Mizpah, nämlich Ismael, der Sohn Netanyas, Johannan und Jonathan, die Söhne Kareachs, und Seraya, der Sohn Tanhumets, und die Söhne Efais, von Netopha, und Jesanya, der Sohn eines Maachatitas, samt ihren Leuten. Und Gedalja, der Sohn Ahikams, der Sohn des Schafans, schwor ihnen und ihren Leuten einen Eid und sprach, Fürchtet euch nicht, den Kaldäern untertan zu sein. Bleibt im Lande und seid dem König von Babel untertan, so wird's euch wohlgehen. Siehe, ich bleibe hier in Mizpah und habe die Verantwortung vor den Kaldäern, die zu uns kommen. Ihr aber sollt Wein und Feigen und Öl ernten und in eure Gefäße tun und sollt in euren Städten wohnen, die ihr wieder in Besitz genommen habt. Und als die Judäer, die im Lande Moab und Ammon und in Edom und in allen Ländern waren, hörten, daß der König von Babel einen Rest in Juda übrig gelassen und über sie Gedalja gesetzt hatte, den Sohn Ahikams, des Sohnes Schafans, da kamen auch sie alle zurück aus allen Orten, wohin sie verstreut waren, in das Land Juda, zu Gedalja nach Mizpah und ernteten sehr viel Wein und Sommerfrüchte. Aber Johannan, der Sohn Kareachs und alle Hauptleute, die im Lande verstreut gewesen waren, kamen zu Gedalja nach Mizpah und sprachen zu ihm, »Weißt du auch, daß Baalis, der König der Ammoniter, Ismael, den Sohn Netanyas, gesandt hat, daß er dich erschlagen soll?« Das wollte ihnen aber Gedalja, der Sohn Ahikams, nicht glauben. Da sprach Johannan, der Sohn Kareachs, zu Gedalja heimlich in Mizpah, »Ich will hingehen und Ismael, den Sohn Netanyas, erschlagen, daß es niemand erfahren soll.« »Warum soll er dich erschlagen, so daß alle Judäer, die bei dir versammelt sind, zerstreut werden und die noch aus Judah übrig geblieben sind, umkommen?« Aber Gedalja, der Sohn Ahikams, sprach zu Johannan, dem Sohn Kareachs, »Du sollst das nicht tun. Es ist nicht wahr, was du von Ismael sagst.« Kapitel 41 Aber im siebenten Monat kam Ismael, der Sohn Netanyas, des Sohnes Elishamas, aus königlichem Stamm, einer von den obersten des Königs, und zehn Männer mit ihm zu Gedalja, dem Sohn Ahikams, nach Mizpah, und sie aßen dort in Mizpah miteinander. Und Ismael, der Sohn Netanyas, erhob sich samt den zehn Männern, die bei ihm waren, und sie erschlugen Gedalja, den Sohn Ahikams, des Sohnes Schafans, mit dem Schwert, weil ihn der König von Babel über das Land gesetzt hatte. Auch erschlug Ismael alle Judäer, die bei Gedalja waren, in Mizpah, und die Chaldea, die dort waren, sämtliche Kriegsleute. Am anderen Tage, nachdem Gedalja erschlagen war und es noch niemand wußte, kamen achtzig Männer von Sichem, von Silo und von Samaria und hatten die Bärte abgeschoren und ihre Kleider zerrissen und sich wund geritzt und trugen Speisopfer und Weihrauch mit, um es zum Hause des Herrn zu bringen. Und Ismael, der Sohn Netanyas, ging heraus von Mizpah ihnen entgegen, ging und weinte. Als er nun an sie herankam, sprach er zu ihnen, ihr sollt zu Gedalja, dem Sohn Ahikams, kommen. Als sie aber mitten in die Stadt kamen, ermordete sie Ismael, der Sohn Netanyas, er und die Männer, die bei ihm waren, und warfen sie in die Zisterne. Aber es waren zehn Männer darunter, die sprachen zu Ismael, töte uns nicht, »Wir haben Vorrat im Acker verborgen liegen an Weizen, Gerste, Öl und Honig.« Da ließ er ab und tötete sie nicht mit den anderen. Die Zisterne aber, in die Ismael die Leichname der Männer warf, die er erschlagen hatte, samt dem Gedalja, ist die, welche der König Asa hatte anlegen lassen im Krieg gegen Baeza, den König von Israel. Die füllte Ismael, der Sohn Netanyas, mit den Erschlagenen. Und Ismael, der Sohn Netanyas, führte das Volk, das in Mizpah übrig geblieben war, gefangen weg. Die Königstöchter, samt allem Volk, über das Nebusaradan, der oberste der Leibwache, Gedalja, den Sohn Ahikams, gesetzt hatte. Und er zog hin und wollte hinüber zu den Ammonitern. Als aber Johannan, der Sohn Kareachs und alle Hauptleute des Heeres, die bei ihm waren, von all dem Bösen erfuhren, daß Ismael, der Sohn Netanyas, begangen hatte, nahmen sie zu sich alle Männer und zogen hin, um mit Ismael, dem Sohn Netanyas, zu kämpfen, und trafen ihn an dem großen Wasser bei Gibeon. Als nun alles Volk, das bei Ismael war, den Johannan, den Sohn Kareachs, erblickte, samt allen Hauptleuten des Heeres, die bei ihm waren, da wurde es froh. Und das ganze Volk, das Ismael von Mitzpah weggeführt hatte, wandte sich um und ging zu Johannan, dem Sohn Kareachs, über. Aber Ismael, der Sohn Netanyas, entrann mit acht Männern, dem Johannan, und zog zu den Ammonitern. Und Johannan, der Sohn Kareachs, samt allen Hauptleuten des Heeres, die bei ihm waren, nahm zu sich das übrig gebliebene Volk, das Ismael, der Sohn Netanyas, aus Mitzpah weggeführt hatte, nachdem er Gedalja, den Sohn Ahikams, erschlagen hatte, nämlich die Kriegsleute, die Frauen und Kinder und Hofleute, die er von Gibeon zurückgebracht hatte. Und sie zogen hin und kehrten ein in der Herberge Kimhams bei Bethlehem, um von dort nach Ägypten zu ziehen, aus Furcht vor den Kaldäern. Denn sie fürchteten sich vor ihnen, weil Ismael, der Sohn Netanyas, Gedalja, den Sohn Ahikams, erschlagen hatte, den der König von Babel über das Land gesetzt hatte. Kapitel 42 Da traten herzu alle Hauptleute des Heeres, Johannan, der Sohn Kareachs, Jesania, der Sohn Hoschaias, samt dem ganzen Volk, klein und groß, und sprachen zum Propheten Jeremia, »Lass doch unsere Bitte vor dir gelten, und bete für uns zum Herrn, deinem Gott, für alle diese übrig gebliebenen. Denn leider sind wir von vielen nur wenige übrig geblieben, wie du mit eigenen Augen siehst. Dass der Herr, dein Gott, uns kundtun wolle, wohin wir ziehen und was wir tun sollen. Und der Prophet Jeremia sprach zu ihnen, »Wohl an, ich will gehorchen. Siehe, ich will zum Herrn, eurem Gott, beten, wie ihr gesagt habt, und alles, was euch der Herr antworten wird, das will ich euch kundtun und will euch nichts vorenthalten.« Und sie sprachen zu Jeremia, »Der Herr sei ein zuverlässiger und wahrhaftiger Zeuge wider uns, wenn wir nicht alles tun werden, was uns der Herr, dein Gott, durch dich befehlen wird. Es sei Gutes oder Böses, so wollen wir gehorchen der Stimme des Herrn, unseres Gottes, zu dem wir dich senden, auf das es uns wohlgehe, wenn wir der Stimme des Herrn, unseres Gottes, gehorchen.« Und nach zehn Tagen geschah das Herrnwort zu Jeremia. Da rief er Johannan, den Sohn Kariachs und alle Hauptleute des Heeres, die bei ihm waren, und alles Volk, klein und groß, und sprach zu ihnen, »So spricht der Herr, der Gott Israels, zu dem ihr mich gesandt habt, dass ich euer Gebet vor ihm bringen sollte. Werdet ihr in diesem Lande bleiben, so will ich euch bauen und nicht einreißen. Ich will euch pflanzen und nicht ausreißen, denn es hat mich geräut, das Unheil, das ich euch angetan habe. Ihr sollt euch nicht fürchten vor dem König von Babel, vor dem ihr euch fürchtet, spricht der Herr. Ihr sollt euch vor ihm nicht fürchten, denn ich will bei euch sein, dass ich euch helfe und von seiner Hand errette. Ich will euch Barmherzigkeit erweisen und mich über euch erbarmen und euch wieder auf eure Äcker bringen. Werdet ihr aber sagen, wir wollen nicht in diesem Lande bleiben und so der Stimme des Herrn, eures Gottes, nicht gehorchen, und werdet ihr sagen, nein, wir wollen nach Ägyptenland ziehen, daß wir weder Krieg sehen, noch den Schall der Posaune hören, noch Hunger nach Brot leiden müssen, dort wollen wir bleiben. Nun, so höret des Herrn Wort, ihr übrig gebliebenen von Judah. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, werdet ihr euer Angesicht nach Ägyptenland richten, um dorthin zu ziehen und dort zu wohnen, so soll euch das Schwert, vor dem ihr euch fürchtet, in Ägyptenland treffen, und der Hunger, vor dem ihr euch sorgt, soll stets hinter euch her sein, in Ägypten, und ihr sollt dort sterben. Denn sie seien, wer sie wollen, wer sein Angesicht nach Ägypten richtet, um dorthin zu ziehen und dort zu wohnen, der soll sterben durch Schwert, Hunger und Pest, und es soll keiner übrig bleiben, noch dem Unheil entrinnen, das ich über sie kommen lassen will. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, gleich wie mein Zorn und Grimm über die Einwohner Jerusalems ausgeschüttet wurde, so soll er auch über euch ausgeschüttet werden, wenn ihr nach Ägypten zieht, und ihr sollt zum Fluch, zum Bild des Entsetzens, zur Verwünschung und zur Schande werden und diese Städte nicht mehr sehen. Das ist das Wort des Herrn an euch, die ihr übrig geblieben seid von Judah, daß ihr nicht nach Ägypten zieht. Darum erkennt, daß ich euch heute gewarnt habe. Denn ihr selbst habt euer Leben in Gefahr gebracht, weil ihr mich gesandt habt zum Herrn eurem Gott und gesagt, bete zum Herrn unserem Gott für uns und alles, was der Herr unser Gott sagen wird, tu uns kund, so wollen wir danach tun. Das habe ich euch heute wissen lassen, aber ihr wollt der Stimme des Herrn eures Gottes nicht gehorchen noch allem, was er euch durch mich befohlen hat. So sollt ihr denn wissen, daß ihr durch Schwert, Hunger und Pest sterben müßt an dem Ort, wohin ihr zu ziehen gedenkt, um dort zu wohnen. Kapitel 43 Als Jeremia dem ganzen Volk alle Worte des Herrn, ihres Gottes ausgerichtet hatte, wie ihm der Herr, ihr Gott, alle diese Worte an sie befohlen hatte, sprachen Asaria, der Sohn Hoschaias, und Johanan, der Sohn Kareachs, und alle aufsässigen Männer zu Jeremia, »Du lügst. Der Herr, unser Gott, hat dich nicht zu uns gesandt und gesagt, ihr sollt nicht nach Ägypten ziehen, um dort zu wohnen, sondern Baruch, der Sohn Nerias, beredet dich zu unserem Schaden, damit wir den Kaldäern übergeben werden und sie uns töten oder nach Babel wegführen.« Da gehorchten Johanan, der Sohn Kareachs, und alle Hauptleute des Heeres samt dem ganzen Volk der Stimme des Herrn nicht, dass sie im Lande Judah geblieben wären, sondern Johanan, der Sohn Kareachs, und alle Hauptleute des Heeres nahmen zu sich alle übrig gebliebenen von Judah, die von allen Völkern, wohin sie geflohen, zurückgekommen waren, um im Lande Judah zu wohnen, nämlich Männer, Frauen und Kinder, dazu die Königstöchter und alle übrigen, die Nebusaradan, der oberste der Leibwache, bei Gedalja, den Sohn Ahikams, des Sohnes Schafans, gelassen hatte, und auch den Propheten Jeremia und Baruch, den Sohn Nerias. Und sie zogen nach Ägyptenland, denn sie wollten der Stimme des Herrn nicht gehorchen, und kamen nach Tachpanches. Aber das Herrnwort geschah zu Jeremia in Tachpanches. Nimm große Steine und vergrabe sie in dem Boden am Eingang des Hauses des Pharao in Tachpanches, sodass die Männer aus Judah es sehen, und sprich zu ihnen, so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, siehe, ich will hinsenden und meinen Knecht Nebukadnezar, den König von Babel, holen lassen, und will seinen Thron oben auf diese Steine setzen, die ich eingraben ließ, und er soll seinen Thronhimmel darüber ausspannen. Er soll kommen und Ägyptenland schlagen und töten, wen es trifft, gefangen führen, wen es trifft, mit dem Schwert erschlagen, wen es trifft. Und ich will die Tempel Ägyptens in Brand stecken und niederbrennen und ihre Götter wegführen. Und er soll Ägyptenland lausen, wie ein Hirt sein Kleid laust, und mit Frieden von Dannen ziehen. Er soll die Steinmale von Bethschemisch in Ägyptenland zerbrechen und die Götzentempel in Ägypten mit Feuer verbrennen. Kapitel 44 Dies ist das Wort, das zu Jeremia geschah an alle Judäer, die in Ägyptenland wohnten, nämlich in Migdol, Tachpanches und Nov, und die im Lande Patros wohnten. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Ihr habt gesehen all das Unheil, das ich habe kommen lassen über Jerusalem und über alle Städte in Judah. Siehe, heutigen Tag sind sie wüst, und niemand wohnt darin. Und das um ihrer Bosheit willen, die sie taten, als sie mich erzürnten und hingingen und opferten und dienten anderen Göttern, die weder sie noch ihr noch eure Väter kannten. Und ich sandte immer wieder zu euch alle meine Knechte, die Propheten, und ließ euch sagen, tut doch nicht solche Gräuel, die ich hasse. Aber sie gehorchten nicht und kehrten auch ihre Ohren nicht zu mir, daß sie sich von ihrer Bosheit bekehrt und anderen Göttern nicht geopfert hätten. Darum ergoss sich auch mein Zorn und Grimm und entbrannte über die Städte Judas und die Gassen Jerusalems, daß sie zur Wüste und Öde geworden sind, so wie es heute ist. Nun, so spricht der Herr, der Gott Zebaot, der Gott Israels, warum tut ihr euch selbst ein so großes Unheil an, daß bei euch ausgerottet werden aus Judah, Mann und Frau, Kind und Säugling, und nichts von euch übrig bleibt? Und erzürnet mich so durch eure Hände Werke und opfert anderen Göttern in Ägyptenland, wohin ihr gezogen seid, um dort zu wohnen, auf daß ihr ausgerottet und zum Fluch und zur Schmach werdet unter allen Völkern auf Erden. Habt ihr vergessen die Sünden eurer Väter, die Sünden der Könige von Judah, die Sünden ihrer Frauen, dazu eure eigenen Sünden und die Sünden eurer Frauen, die sie getan haben im Lande Judah und auf den Gassen Jerusalems? Sie haben sich bis auf diesen Tag nicht gedemütigt, fürchten sich auch nicht und wandeln nicht in meinem Gesetz und in den Rechtsordnungen, die ich euch und euren Vätern gegeben habe. Darum spricht der Herr Zebaot, der Gott Israels, siehe, ich will mein Angesicht wieder euch richten zum Unheil, und ganz Judah soll ausgerottet werden. Und ich will wegraffen, die übrig geblieben sind von Judah, die ihr Angesicht nach Ägyptenland gerichtet haben, um dorthin zu ziehen und dort zu wohnen. Es soll ein Ende mit ihnen allen werden in Ägyptenland. Durchs Schwert sollen sie fallen, und durch Hunger sollen sie umkommen, klein und groß. Sie sollen durch Schwert und Hunger sterben und sollen zur Verwünschung, zum Entsetzen, zum Fluch und zur Schmach werden. Ich will auch die Einwohner in Ägyptenland mit Schwert, Hunger und Test heimsuchen, gleich wie ich an Jerusalem getan habe, so daß von denen, die übrig geblieben sind von Judah und die hierher gekommen sind nach Ägyptenland, um hier zu wohnen, keiner entrinnen und entkommen soll. Sie sollen nicht mehr ins Land Judah zurückkehren, wohin sie gerne wiederkämen und wohnten, sondern es soll keiner dahin zurückkommen, außer einigen Entronnenen. Da antworteten dem Jeremia alle Männer, die sehr wohl wußten, daß ihre Frauen anderen Göttern opferten, und alle Frauen, die dabei standen, eine große Menge, samt allem Volk, das in Ägyptenland und in Patros wohnte, und sprachen, Und wir sahen kein Unglück. Seit der Zeit aber, da wir es unterlassen haben, der Himmelskönigin zu opfern und Trankopfer darzubringen, haben wir an allem Mangel gelitten und sind durch Schwert und Hunger umgekommen. Und wenn wir Frauen der Himmelskönigin opfern und Trankopfer darbringen, das tun wir ja nicht ohne den Willen unserer Männer, wenn wir ihr Kuchen backen, um ein Bild von ihr zu machen und ihr Trankopfer darbringen. Da sprach Jeremia zu dem ganzen Volk, den Männern und Frauen und allen Leuten, die ihm so geantwortet hatten, Nein, der Herr hat gedacht an das Opfern, daß ihr in den Städten Judas und auf den Gassen Jerusalems getrieben habt, samt euren Vätern, Königen, Oberen und allem Volk des Landes, und er hat's zu Herzen genommen, daß er nicht mehr leiden konnte euren bösen Wandel und die Gräuel, die ihr tatet. Daher ist auch euer Land zur Wüste, zum Entsetzen und zum Fluch geworden, daß niemand darin wohnt, so wie es heute ist. Weil ihr der Himmelskönigin geopfert habt und wieder den Herrn sündigtet und der Stimme des Herrn nicht gehorchtet und in seinem Gesetze, seinen Rechten und Mahnungen nicht gewandelt seid, darum ist euch solches Unheil widerfahren, so wie es heute ist. Und Jeremia sprach zu allem Volk und zu allen Frauen, Höret des Herrn Wort, ihr alle aus Juda, die in Ägyptenland sind. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Ihr und eure Frauen habt mit eurem Munde geredet und mit euren Händen vollbracht, was ihr sagt. Wir wollen unsere Gelübde halten, die wir der Himmelskönigin gelobt haben, daß wir ihr Opfern und Trankopfer darbringen. Wohl an, erfüllet doch eure Gelübde und haltet eure Gelübde. So höret nun des Herrn Wort, ihr alle aus Juda, die ihr in Ägyptenland wohnt. Siehe, ich schwöre bei meinem großen Namen, spricht der Herr, daß mein Name nicht mehr genannt werden soll durch irgendeines Menschen Mund aus Juda in ganz Ägyptenland, der da sagt, so wahr Gott der Herr lebt. Siehe, ich will über sie wachen zum Unheil und nicht zum Heil, daß wer aus Juda in Ägyptenland ist, durch Schwert und Hunger umkommen soll, bis es ein Ende mit ihnen hat. Die aber dem Schwert entrinnen, werden aus Ägyptenland ins Land Juda zurückkommen als ein geringes Häuflein. So werden dann alle, die übrig geblieben sind von Juda und die nach Ägyptenland gezogen waren, dort zu wohnen, erkennen, wessen Wort wahr geworden ist, meines oder ihres. Und dies sei das Zeichen, spricht der Herr. Ich will euch an diesem Ort heimsuchen, damit ihr wisst, daß mein Wort wahr werden soll über euch zum Unheil. So spricht der Herr. Siehe, ich will den Pharao Hophra, den König von Ägypten, übergeben in die Hände seiner Feinde und derer, die ihm nach dem Leben trachten, gleich wie ich Zedekiah, den König von Juda, übergeben habe in die Hand Nebukadnezars, des Königs von Babel, seines Feindes, der ihm nach dem Leben trachtete. Kapitel 45 Dies ist das Wort, daß der Prophet Jeremia zu Baruch, dem Sohn Nerias, redete, als er die Worte, wie Jeremia sie ihm sagte, auf eine Schriftrolle schrieb, im vierten Jahr Jojakims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, über dich, Baruch. Du sprichst, weh mir, wie hat mir der Herr Jammer zu meinem Schmerz hinzugefügt. Ich seufze mich müde und finde keine Ruhe. Sage ihm, so spricht der Herr. Siehe, was ich gebaut habe, das reiße ich ein, und was ich gepflanzt habe, das reiße ich aus, nämlich dies, mein ganzes Land. Und du begehrst für dich große Dinge? Begehre es nicht. Denn siehe, ich will Unheil kommen lassen, über alles Fleisch, spricht der Herr, aber dein Leben sollst du wie eine Beute davonbringen, an welchen Ort du auch ziehst. Kapitel 46 Dies ist das Wort des Herrn, dass du dem Propheten Jeremia geschehen ist, wieder alle Völker. Wieder Ägypten, wieder das Heer des Pharao Necho, des Königs von Ägypten, welches lagerte am Euphratstrom bei Karkemisch, und das Nebukadnezar, der König von Babel, schlug im vierten Jahr Jojakims des Sohnes Josias, des Königs von Judah. Rüstet Rundschild und Langschild und zieht in den Streit, spannet Rosse an und lasst Reiter aufsitzen, setzt die Helme auf und schärft die Spieße und zieht Panzer an. Wie kommt's aber, dass ich sehe, dass sie verzagt sind und die Flucht ergreifen und ihre Helden erschlagen sind? Sie fliehen und wenden sich nicht mehr zurück. Schrecken um und um, spricht der Herr. Der Schnelle kann nicht entfliehen, noch der Starke entrinnen. Im Norden am Euphratstrom sind sie gefallen und niedergestreckt. Wer ist's? Der Empor stieg wie der Nil, und seine Wasser wälzten sich dahin wie Ströme. Ägypten stieg Empor wie der Nil, und seine Wasser wälzten sich daher wie Ströme, und es sprach, »Ich will hinaufziehen, das Land bedecken und die Städte verderben samt denen, die darin wohnen. Wohl an, setzt euch auf die Rosse, rennet mit den Wagen, lasset die Helden ausziehen, die von Kusch und aus Put, die den Schild führen, und die schützen aus Lut. Denn dies ist der Tag Gottes des Herrn Zebaoth, ein Tag der Vergeltung, dass er sich an seinen Feinden räche, wenn das Schwert fressen und von ihrem Blut voll und trunken werden wird. Denn sie müssen Gott, dem Herrn Zebaoth, ein Schlachtopfer werden im Lande des Nordens am Euphratstrom. Geh hinauf nach Gilead und hole Balsam, Jungfrau, Tochter Ägypten. Aber es ist umsonst, daß du viel Heilmittel brauchst, du wirst doch nicht heil. Deine Schande ist unter den Völkern erschollen, deines Heulens ist das Land voll. Denn ein Held fällt über den anderen und liegen beide miteinander danieder. Dies ist das Wort des Herrn, daß er zu dem Propheten Jeremia redete, als Nebukadnezar, der König von Babel, heranzog, um Ägyptenland zu schlagen. Verkündigt's in Ägypten und sagt's an in Migdol, sagt's an in Nov und Tachpanches und sprecht, setze dich zur Wehr, denn das Schwert wird fressen, was um dich her ist. Wie geht's zu, daß deine Gewaltigen zu Boden fallen und können nicht standhalten? Der Herr hat sie so gestürzt. Er macht, daß ihrer viele fallen, daß einer mit dem anderen daniederliegt. Da sprechen sie, wohl auf, laßt uns wieder zu unserem Volk ziehen in unser Vaterland vor dem mörderischen Schwert. Nennet den Namen des Pharao, des Königs von Ägypten, Pralhans, der die Zeit versäumt hat. So wahr ich lebe, spricht der König, der Herr Zebaoth heißt, er wird daherziehen, so hoch, wie der Berg Tabor unter den Bergen ist und wie der Karmel am Meer ist. Mache dir Fluchtgepäck, du Einwohnerin, Tochter Ägypten, denn Nov wird wüst und verbrannt werden, daß niemand darin wohnen wird. Ägypten ist wie eine schöne junge Kuh, Aber es kommt von Norden der Schlechter. Auch die darin umsollt dienen, sind wie gemästete Kälber. Aber sie müssen sich dennoch wenden und miteinander fliehen und werden nicht standhalten. Denn der Tag ihres Unheils wird über sie kommen, die Zeit ihrer Heimsuchung. Man hört sie heranziehen wie eine zischende Schlange. Ja, sie kommen mit Heeresmacht und bringen Äxte über sie wie die Holzhauer. Die werden ihren Wald umhauen, spricht der Herr, denn sie sind nicht zu zählen. Ihrer sind mehr als Heuschrecken, die niemand zählen kann. Die Tochter Ägypten wird zu Schanden, denn sie ist dem Volk aus dem Norden in die Hände gegeben. Der Herr Zebaoth, der Gott Israels, spricht, Siehe, ich will heimsuchen den Amon zu Noh und den Pharao und Ägypten samt seinen Göttern und Königen, ja, den Pharao mit allen, die sich auf ihn verlassen, dass ich sie gebe in die Hände derer, die ihnen nach dem Leben trachten, und in die Hände Nebukadnezars, des Königs von Babel und seiner Großen. Aber danach soll das Land bewohnt werden wie vor Alters, spricht der Herr. Aber du, mein Knecht Jakob, fürchte dich nicht, und du, Israel, verzage nicht. Denn siehe, ich will dir helfen aus fernen Landen und deinen Nachkommen aus dem Lande ihrer Gefangenschaft, daß Jakob zurückkommen soll und in Frieden sein und ohne Sorge, und niemand soll ihn schrecken. Darum fürchte dich nicht, du, Jakob, mein Knecht, spricht der Herr, denn ich bin bei dir. Mit allen Völkern, unter die ich dich verstoßen habe, will ich ein Ende machen, aber mit dir will ich nicht ein Ende machen. Züchtigen will ich dich mit Maßen, doch ungestraft kann ich dich nicht lassen. Kapitel 47 Dies ist das Wort des Herrn, daß zum Propheten Jeremia geschah wieder die Philister, ehe der Pharao Gaza schlug. So spricht der Herr. Siehe, es kommen Wasser heran von Norden, die zum reißenden Strom werden und das Land überfluten und was darin ist, die Städte und die darin wohnen, daß die Leute schreien und alle Einwohner im Lande heulen. Vor dem Stampfen ihrer starken Rosse, die daher traben, und vor dem Rasseln ihrer Wagen und dem Poltern ihrer Räder, werden sich die Väter nicht umsehen nach den Kindern. So verzagt werden sie sein über den Tag, der da kommt, um zu verderben alle Philister und auszurotten die letzten Helfer für Tyrus und Sidon. Denn der Herr wird die Philister verderben, den Rest derer, die gekommen sind von der Insel Kaftor. Über Gaza wird Trauer kommen, und Ascalon wird vernichtet, der Rest der Enakita. Wie lange willst du dich wundritzen? O du Schwert des Herrn, wann willst du doch aufhören? Fahre in deine Scheide und Ruhe und sei still. Aber wie kann es aufhören, da doch der Herr ihm Befehl gegeben hat, wieder Ascalon und es wieder das Ufer des Meeres bestellt hat? Kapitel 48 Wieder Moab So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Wehe der Stadt Nebo, denn sie ist zerstört. Geschändet ist Kiryatayim und eingenommen, die hohe Feste ist zu Schanden geworden und zerbrochen. Der Stolz Moabs auf Hesbon ist dahin, denn man sind Böses gegen die Stadt. Kommt, wir wollen sie ausrotten, daß sie ohne Volk sei. Und du, Madmen, mußt auch vernichtet werden. Das Schwert wird hinter dir her sein. Man hört ein Geschrei in Horonayim von Verwüstung und großem Jammer. Moab ist zerschlagen. Man hört ihre kleinen Schreien, denn sie gehen mit Weinen die Steige von Luhit hinauf, und die Feinde hören ein Jammergeschrei den Weg von Horonayim herab. Flieht und rettet euer Leben. Aber ihr werdet sein wie ein Strauch in der Wüste. Weil du dich auf deine Bauwerke verlässest und auf deine Schätze, sollst du auch erobert werden, und Kemosch muß Gefangen wegziehen samt seinen Priestern und Fürsten. Denn der Verwüster wird über alle Städte kommen, daß nicht eine Stadt entrinnen wird. Es sollen die Täler verwüstet und die Ebenen verheert werden, denn der Herr hat's gesagt. Gebt Moab Flügel, denn es wird davon müssen, als flöge es, und seine Städte werden wüst liegen, daß niemand darin wohnen wird. Verflucht sei, wer des Herrn Werk lässig tut. Verflucht sei, wer sein Schwert aufhält, daß es nicht Blut vergießt. Moab ist von seiner Jugend an ungestört gewesen und auf seinen Häfen still gelegen und ist nie aus einem Fass ins andere gegossen und ist nie in die Gefangenschaft gezogen. Darum ist sein Geschmack ihm geblieben und sein Geruch nicht verändert worden. Darum siehe, spricht der Herr, es kommt die Zeit, daß ich ihnen Küfer schicken will, die sie ausschütten sollen und ihre Fässer ausleeren und ihre Krüge zerschmettern. Und Moab soll über den Kemosch zu Schanden werden, gleich wie das Haus Israel über Bethel zu Schanden geworden ist, worauf sie sich verließen. Wie könnt ihr sagen, wir sind Helden und rechte Kriegsleute. Moab wird verwüstet und seine Städte werden erstiegen und seine beste Mannschaft muss hinab zur Schlachtbank, spricht der König, welcher heißt der Herr Zebaoth. Denn der Untergang Moabs wird bald kommen und sein Unglück eilt herbei. Habt doch Mitleid mit ihnen, alle, die ihr um sie her wohnt und ihren Namen kennt und sprecht, wie ist das starke Zepter und der herrliche Stab so zerbrochen. Herunter von der Herrlichkeit, du Tochter Dibon, und setz dich in den Staub, denn der Verwüster Moabs wird zu dir hinaufkommen und deine Bollwerke zerstören. Tritt an die Straße und schaue, du Einwohnerin von Aroer. Frage, die da fliehen und entrinnen und sprich, was ist geschehen? Ach, Moab ist verwüstet und verheert. Heulet und schreiet, sagt's am Arnon, daß Moab vernichtet ist. Die Strafe ist über das ebene Land ergangen, nämlich über Holon, Jazar, Mephaat, Dibon, Nebo, Bet-Diblatayim, Kiriatayim, Bet-Gamul, Bet-Meon, Keriot, Botsra und über alle Städte im Lande Moab, sie seien fern oder nahe. Das Horn Moabs ist abgeschlagen und sein Arm ist zerbrochen, spricht der Herr. Macht es trunken, denn es hat sich gegen den Herrn erhoben. Speien müsse Moab, auf das es auch zum Gespött werde. Oder ist Israel dir nicht ein Gespött gewesen, als hätte man es unter den Dieben gefunden? So oft du von ihm sprachst, hast du es verhöhnt. O ihr Bewohner von Moab, verlaßt die Städte und wohnt in den Felsen und tut wie die Tauben, die da nisten in den Löchern. Man hat immer gesagt von dem stolzen Moab, daß es sehr stolz sei, hoffertig, hochmütig, trotzig und übermütig. Aber der Herr spricht, ich kenne seinen Übermut wohl und sein böses Geschwätz. Böses haben sie getan. Darum muß ich über Moab heulen und über ganz Moab schreien und über die Leute von Kirheres klagen. Mehr als über Jaser muß ich über dich weinen, du Weinstock-Sibmar. Denn deine Ranken reichten über das Meer und kamen bis nach Jaser. Der Verwüste ist über deine Ernte und Weinlese hergefallen. Freude und Wonne sind hinweggenommen aus dem Fruchtland und dem Lande Moab. Dem Wein in den Kufen mache ich ein Ende. Der Kälterer wird nicht mehr keltern, der Winzer wird nicht mehr sein Lied singen. Das Geschrei von Hesbon wird gehört bis Elale, bis nach Yaza, von Zoa an bis nach Horonayim, bis Eglat-Shelishia. Denn auch die Wasser Nimrims sollen versiegen. Und ich will, spricht der Herr, in Moab damit ein Ende machen, daß sie auf den Höhen Opfern und ihren Göttern Opfer darbringen. Darum klagt mein Herz über Moab wie Flötenklage und über die Leute in Kirheres klagt mein Herz wie Flötenklage. Denn das Gut, das sie gesammelt, ist zugrunde gegangen. Alle Köpfe werden kahl sein und alle Bärte abgeschoren, alle Hände wund geritzt und jeder wird den Sack anziehen. Auf allen Dächern und Gassen überall in Moab wird man klagen. Denn ich habe Moab zerbrochen wie ein Gefäß, das niemand haben will, spricht der Herr. Oh, wie ist es zerschlagen, wie heulen sie, wie haben sie schimpflich den Rücken gewandt. Moab ist zum Spott und zum Bild des Schreckens geworden, allen, die ringsum wohnen. Denn so spricht der Herr. Siehe, er fliegt daher wie ein Adler und breitet seine Flügel aus über Moab. Die Städte sind erobert und die Festungen sind eingenommen und das Herz der Helden in Moab wird an jenem Tage sein, wie das Herz einer Frau in Kindsnöten. Denn Moab muss vertilgt werden, daß es kein Volk mehr sei, weil es sich gegen den Herrn erhoben hat. Schrecken, Grube und Schlinge über dich, du Volk von Moab, spricht der Herr. Wer dem Schrecken entflieht, der wird in die Grube fallen und wer aus der Grube herauskommt, der wird in der Schlinge gefangen werden. Denn ich will über Moab kommen lassen, das Jahr seiner Heimsuchung, spricht der Herr. Erschöpft suchen die entronnenen Zuflucht im Schatten von Hesbon. Aber es wird ein Feuer aus Hesbon und eine Flamme aus dem Hause Sihon ausgehen, welche die Schläfe Moabs verzehren wird und den Scheitel der kriegerischen Leute. Weh dir, Moab, verloren ist das Volk des Kemosch, denn man hat deine Söhne und Töchter genommen und gefangen weggeführt. Aber in der letzten Zeit will ich das Geschick Moabs wenden, spricht der Herr. Das sei gesagt von der Strafe über Moab. Kapitel 49 Wieder die Ammoniter So spricht der Herr, hat denn Israel keine Kinder oder hat es keinen Erben? Warum besitzt denn Milkom das Land Gad und warum wohnt sein Volk in dessen Städten? Darum siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, daß ich will ein Kriegsgeschrei erschallen lassen über Rabat Ammon und es soll zu einem Wüsten Schutthügel werden und seine Tochterstädte sollen in Brand gesteckt werden. Aber Israel soll seine Besitzer besitzen, spricht der Herr. Heule, Hesbon, denn Ei ist verwüstet, schreit ihr Töchter von Rabat und zieht den Sack an, klaget und lauft hin und her mit Ritzwunden. Denn Milkom wird gefangen, weggeführt, samt seinen Priestern und Fürsten. Was rühmst du dich deines Tales, deines wasserreichen Tales, du ungehorsame Tochter, die du dich auf deine Schätze verlässt und sprichst in deinem Herzen, wer darf sich an mich machen? Siehe, spricht Gott, der Herr Zebaoth, ich will Schrecken über dich kommen lassen von allen, die um dich her wohnen. Ihr sollt in alle Richtungen versprengt werden und niemand wird die Flüchtigen sammeln. Aber danach will ich wieder wenden das Geschick Ammons, spricht der Herr. Wieder Edom, so spricht der Herr Zebaoth. Ist denn keine Weisheit mehr in Theman? Ist denn kein Rat mehr bei den Klugen? Ist ihnen die Weisheit ausgegangen? Flieht, wendet euch und verkriecht euch tief, ihr Bürger von Dedan. Denn ich lasse unheil über Esau kommen, die Zeit seiner Heimsuchung. Es sollen Winzer über dich kommen, die keine Nachlese übrig lassen. Und Diebe sollen des Nachts über dich kommen, die sollen nach Herzenslust verwüsten. Denn ich habe Esau entblößt und seine Verstecke aufgedeckt, daß er sich nicht verbergen kann. Seine Söhne, seine Brüder und seine Nachbarn sind vernichtet, daß keiner von ihnen mehr da ist. Verlaß nur deine Weisen, ich will sie am Leben erhalten und deine Witwen sollen auf mich hoffen. Denn so spricht der Herr. Siehe, die es nicht verdient hatten, den Kelch zu trinken, müssen trinken. Und du sollst ungestraft bleiben? Du sollst nicht ungestraft bleiben, sondern du mußt auch trinken. Denn ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, daß Butzra zum Entsetzen, zur Schmach, zur Wüste und zum Fluch werden soll und alle seine Städte zur ewigen Wüste. Ich habe eine Kunde vernommen vom Herrn, ein Bote ist unter die Völker gesandt. Sammelt euch und kommt her wie der Edom, macht euch auf zum Kampf. Denn siehe, ich will dich gering machen unter den Völkern und verachtet unter den Menschen. Daß die anderen dich fürchten, hat dich verführt und dein Herz ist hochmütig, weil du in Felsenklüften wohnst und hohe Gebirge inne hast. Wenn du auch dein Nest so hoch machtest wie der Adler, dennoch will ich dich von dort herunterstürzen, spricht der Herr. Also soll Edom wüst werden, daß alle, die vorübergehen, sich entsetzen und spotten über alle seine Plagen. Gleich wie Sodom und Gomorra samt ihren Nachbarn zerstört wurden, spricht der Herr, so soll auch dort niemand wohnen, noch ein Mensch darin hausen. Siehe, er kommt herauf wie ein Löwe aus dem Dittich des Jordan in die Auen, denn ich will sie eilends daraus wegtreiben und den, der erwählt ist, darüber setzen. Denn wer ist mir gleich, wer will mich meistern, und wer ist der Hirte, der mir widerstehen kann? So höret nun den Ratschluss des Herrn, den er über Edom gefasst hat, und seine Gedanken, die er über die Einwohner von Teman hat. Was gilt's? Wird man sie nicht fortschleifen mit den Geringsten ihrer Schafe, werden ihretwegen nicht ihre Auen veröden? Vom Krachen ihres Sturzes erwebt die Erde, und ihr Geschrei wird man am Schilfmeer hören. Siehe, er fliegt herauf wie ein Adler und breitet seine Flügel aus über Botsra. Zu der Zeit wird das Herz der Helden in Edom sein, wie das Herz einer Frau in Kindsnöten. Wieder Damaskus. Hamad und Arpad sind zu Schanden geworden. Sie sind verzagt, denn sie hören ein böses Gerücht. Ihr Herz bebt vor Sorge. Sie sind so erschrocken, dass sie nicht Ruhe finden können. Damaskus ist verzagt und wendet sich zur Flucht. Es zittert und ist in Ängsten und Schmerzen wie eine Frau in Kindsnöten. Wie ist sie nun verlassen, die berühmte und fröhliche Stadt. Darum wird ihre junge Mannschaft auf ihren Gassen fallen und alle ihre Kriegsleute werden umkommen zur selben Zeit, spricht der Herr Zebaoth. Und ich will an die Mauern von Damaskus Feuer legen, dass es die Paläste Ben-Hadats verzehren soll. Wieder Kedar und die Königreiche von Hazor, die Nebukadnezar, der König von Babel, schlug. So spricht der Herr. Wohlauf, zieht herauf gegen Kedar und vernichtet die im Osten wohnen. Man wird ihnen ihre Zelte und Herden nehmen, ihre Zeltdecken, alle Geräte und Kamele wegführen und über sie rufen, Schrecken um und um. Flieht, hebt euch eilends davon, verkriecht euch tief, ihr Einwohner von Hazor, spricht der Herr. Der Nebukadnezar, der König von Babel, hat etwas im Sinn wider euch und plant etwas gegen euch. Wohlauf, zieht herauf wieder ein Volk, das ruhig und sicher wohnt, spricht der Herr. Sie haben weder Tür noch Riegel und wohnen allein. Ihre Kamele sollen geraubt und die Menge ihres Viehs genommen werden. Und in alle Winde will ich die zerstreuen, die das Haar rundherum abscheren, und von allen Seiten her will ich ihr Unglück über sie kommen lassen, spricht der Herr. Das Hazor eine Wohnung der Schakale und eine ewige Wüste werden soll, so daß niemand dort wohne und kein Mensch darin hause. Dies ist das Wort des Herrn, das geschah zu Jeremia, dem Propheten, wieder Elam im Anfang der Herrschaft Zedekias des Königs von Judah. So spricht der Herr Zebaoth, siehe, ich will den Bogen Elams zerbrechen, seine stärkste Waffe und will die vier Winde von den vier Enden des Himmels über sie kommen lassen und will sie in alle diese Winde zerstreuen, so daß es kein Volk geben soll, wohin nicht Vertriebene aus Elam kommen werden. Und ich will Elam verzagt machen vor seinen Feinden und vor denen, die ihnen nach dem Leben trachten und will Unheil über sie kommen lassen in meinem grimmigen Zorn, spricht der Herr und will das Schwert hinter ihnen herschicken, bis ich sie aufreibe. Meinen Thron will ich in Elam aufstellen und will dort den König und die Fürsten umbringen, spricht der Herr. Aber in der letzten Zeit will ich das Geschick Elams wieder wenden, spricht der Herr. Kapitel 50 Dies ist das Wort, daß der Herr durch den Propheten Jeremia geredet hat wie der Babel und das Land der Kaldäer. Verkündet's unter den Völkern und laßt's erschallen, richtet das Banner auf, laßt's erschallen und verbergt es nicht und sprecht, Babel ist genommen, Bel ist zu Schanden, Merodach ist zerschmettert, ihre Götzen sind zu Schanden, ihre Götterbilder sind zerschmettert. Denn es zieht von Norden ein Volk heran gegen sie, das ihr Land zur Wüste macht, so daß niemand darin wohnen wird, sondern Menschen und Vieh daraus fliehen werden. In jenen Tagen und zur selben Zeit spricht der Herr, werden kommen die Kinder Israel samt den Kindern Judah und weinend umherziehen und den Herrn ihren Gott suchen. Sie werden fragen nach dem Wege nach Zion und sich dorthin kehren. Kommt, wir wollen uns dem Herrn zuwenden zu einem ewigen Bunde, der nimmermehr vergessen werden soll. Denn mein Volk ist wie eine verlorene Herde. Ihre Hirten haben sie verführt und auf den Bergen in die Irre gehen lassen, daß sie über Berge und Hügel gehen mußten und ihren Ruheplatz vergaßen. Es fraßen sie alle, die sie antrafen, und ihre Feinde sprachen, wir tun nicht Unrecht, denn sie haben sich versündigt an dem Herrn der rechten Weide und an dem Herrn der ihrer Väter Hoffnung war. Flieht aus Babel und zieht aus der Kaldäer Lande und macht's wie die Böcke vor der Herde. Denn siehe, ich will Völker in großen Scharen erwecken und aus dem Lande des Nordens gegen Babel heranführen. Die sollen sich gegen die Stadt rüsten und sie auch einnehmen. Ihre Pfeile sind wie die eines guten Kriegers, der nicht mit leeren Händen zurückkehrt. Und das Kaldäer Land soll der Herr. Wenn ihr euch auch freut und rühmt, daß ihr mein Erbteil geplündert habt und hüpft wie die Kälber im Grase und wiert wie die starken Rosse, so wird eure Mutter doch sehr zu Schanden und die euch geboren hat zum Spott werden. Siehe, unter den Völkern soll sie die geringste sein, wüst, dürr und öde. Denn vor dem Zorn des Herrn wird sie unbewohnt und ganz wüst bleiben, so daß alle, die an Babel vorüber ziehen, sich entsetzen werden und spotten über alle ihre Plagen. Stellt euch ringsum gegen Babel auf, all ihr Bogenschützen, schießt nach ihr, spart nicht an Pfeilen, denn sie hat wieder den Herrn gesündigt. Erhebet das Kriegsgeschrei ringsum, sie hat sich ergeben, ihre Pfeiler sind gefallen, ihre Mauern sind abgebrochen, denn so vergilt der Herr. Übt Vergeltung an Babel, tut ihr, wie sie getan hat, rottet aus von Babel den Sähemann und den Schnitter in der Ernte. Vor dem mörderischen Schwert wird sich jeder zu seinem Volk wenden und in sein Land fliehen. Israel war eine zerstreute Herde, die die Löwen verscheucht haben. Zuerst fraß sie der König nach nagte ihre Knochen ab Nebukadnezar der König von Babel. Darum spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, siehe, ich will heimsuchen den König von Babel und sein Land, gleich wie ich den König von Assyrien heimgesucht habe. Israel aber will ich wieder heim zu seiner Wohnung bringen, daß sie auf dem Karmel und in Basan weiden und sich sättigen sollen auf dem Gebirge Ephraim und Gilead. Zur selben Zeit und in jenen Tagen wird man die Missetat Israels suchen, spricht der Herr, aber es wird keine da sein, und die Sünden Judas, aber es wird keine gefunden werden, denn ich will sie vergeben denen, die ich übrig bleiben lasse. Zieh heran gegen das Land Merathajim, zieh heran gegen die Einwohner von Pekot, vertilge sie und vollziehe den Bann an ihren Nachkommen, spricht der Herr, und tu alles, was ich dir befohlen habe. Es ist ein Kriegsgeschrei im Lande und großer Jammer. Wie ist der Hammer der ganzen Welt zerbrochen und zerschlagen? Wie ist Babel zum Bild des Entsetzens geworden unter allen Völkern? Ich habe dir Fallen gestellt, Babel, und du hast dich darin gefangen, ehe du dichs versahst. Du bist getroffen und ergriffen, denn du hast den Herrn herausgefordert. Der Herr hat sein Zeughaus aufgetan und die Waffen seines Zorns hervorgeholt. Denn Gott, der Herr Zebaot, hat etwas auszurichten in der Chaldea Lande. Kommt her gegen dies Land von allen Enden, öffnet seine Kornhäuser, werft alles auf einen Haufen und vollzieht den Bann an ihm, daß nichts übrig bleibe. Tötet alle seine Stiere, führt sie hinab zur Schlachtbank. Weh ihnen, denn ihr Tag ist gekommen, die Zeit ihrer Heimsuchung. Man hört ein Geschrei der Flüchtigen und derer, die entronnen sind aus dem Lande Babel, daß sie verkünden zu Zion die Vergeltung des Herrn unseres Gottes, die Vergeltung für seinen Tempel. Rufet viele wieder Babel, belagert es ringsum all ihr Bogenschützen und laßt keinen davon kommen. Vergeltet Babel, wie es verdient hat, wie es getan hat, so tut ihm wieder. Denn es hat stolz gehandelt wieder den Herrn, den heiligen Israels. Darum soll seine junge Mannschaft fallen auf seinen Gassen und alle seine Kriegsleute sollen umkommen an jenem Tage, spricht der Herr. Siehe, du Stolzer, ich will an dich, spricht Gott, der Herr Zeberot, denn dein Tag ist gekommen, die Zeit deiner Heimsuchung. Da soll der Stolze stürzen und fallen, daß ihn niemand aufrichte. Ich will an seine Städte Feuer legen, das soll So spricht der Herr Zeberot. Siehe, die Kinder Israel samt den Kindern Judah müssen Gewalt und Unrecht leiden. Alle, die sie gefangen weggeführt haben, halten sie fest und wollen sie nicht loslassen. Aber ihr Erlöser ist stark, der heißt Herr Zeberot. Der wird ihre Sache so hinausführen, daß er das Land erbeben und die Einwohner von Babel erzittern lässt. Das Schwert soll kommen, spricht der Herr über die Chaldea und über die Einwohner von Babel und über ihre Fürsten und über ihre Weisen. Das Schwert soll kommen über ihre Wahrsager, daß sie zu Narren werden. Das Schwert soll kommen über ihre Starken, daß sie verzagen. Das Schwert soll kommen über ihre Rosse und Wagen und über alles fremde Volk, das darin ist, dass sie zu Weibern werden. Das Schwert soll kommen über ihre Schätze, daß sie geplündert werden. Dürre soll kommen über ihre Wasser, daß sie versiegen. Denn es ist ein Götzenland, und an ihren schrecklichen Götzen sind sie toll geworden. Darum sollen Wüstentiere und wilde Hunde darin wohnen und die Strauße und es soll nie mehr bewohnt werden und niemand darin hausen für und für. Gleich wie Gott Sodom und Gomorra samt ihren Nachbarn zerstört hat, spricht der Herr, soll niemand darin wohnen noch ein Mensch darin hausen. Siehe, es kommt ein Volk von Norden her. Viele Völker und viele Könige werden vom Ende der Erde sich aufmachen. Die haben Bogen und Speer, sie sind grausam und unbaumherzig. Ihr Geschrei ist wie das Brausen des Meeres. Sie reiten auf Rossen, gerüstet als Kriegsleute gegen dich, du Tochter Babel. Wenn der König von Babel die Kunde von ihnen hören wird, so werden ihm die Hände niedersinken. Ihm wird so Angst und Bange werden wie einer Frau in Kindsnöten. Siehe, er kommt herauf wie ein Löwe aus dem Dickich des Jordan in die Auen, denn ich will sie eilends daraus wegtreiben und den, der erwählt ist, darüber setzen. Denn wer ist mir gleich, wer will mich meistern, und wer ist der Hirte, der mir widerstehen kann? So hört nun den Ratschluss des Herrn, den er über Babel gefasst hat, und seine Gedanken, die er hat, über die Einwohner im Lande der Chaldea. Was gilt's? Wird man sie nicht fortschleifen mit den geringsten ihrer Schafe, werden ihretwegen nicht ihre Auen veröden? Und die Erde wird beben von dem Ruf, Babel ist genommen, und sein Wegeschrei wird unter den Völkern erschallen. Kapitel 51 So spricht der Herr, siehe, ich will einen verderben bringenden Wind erwecken wieder Babel und wieder seine Bewohner, die sich gegen mich erhoben haben. Ich will Wurfler nach Babel schicken, die sie wurfeln sollen und ihr Land ausfegen, die von allen Seiten über sie kommen werden am Tage des Unheils. Ihre Schützen sollen nicht schießen und ihre Geharnischten sollen sich nicht wehren können. Verschont nicht ihre junge Mannschaft, vollstreckt den Bann an ihrem ganzen Heer, dass die Erschlagenen daliegen im Lande der Kaldäer und die Erstochenen auf ihren Gassen. Aber Israel und Judah sollen nicht Witwen werden, verlassen von ihrem Gott, dem Herrn Zebaoth, denn das Land der Kaldäer hat sich sehr verschuldet am heiligen Israels. Flieht aus Babel und rette ein jeder sein Leben, dass ihr nicht untergeht in seiner Schuld. Denn dies ist für den Herrn die Zeit der Rache, um ihm seine Taten zu vergelten. Ein goldener Kelch, der alle Welt trunken gemacht hat, war Babel in der Hand des Herrn. Alle Völker haben von seinem Wein getrunken, darum sind die Völker so toll geworden. Wie plötzlich ist Babel gefallen und zerschmettert. Heulet über Babel, bringt Balsam für seine Wunden, ob es vielleicht geheilt werden könnte. Wir wollten Babel heilen, aber es wollte nicht geheilt werden. So lasst es fahren und lasst uns ein jeder in sein Land ziehen. Denn seine Strafe reicht bis an den Himmel und langt hinauf bis an die Wolken. Der Herr hat unsere Gerechtigkeit ans Licht gebracht. Kommt, lasst uns in Zion erzählen die Werke des Herrn unseres Gottes. Ja, schärft nun die Pfeile und ergreift die Schilde. Der Herr hat den Mut der Könige von Medien erweckt. Denn seine Gedanken stehen wie der Babel, dass er es verderbe. Denn dies ist die Vergeltung des Herrn, die Vergeltung für seinen Tempel. Ja, erhebt nun das Banner gegen die Mauern von Babel, macht stark die Wachen, bestellt Wächter, legt einen Hinterhalt. Denn der Herr hat sich's vorgenommen und wird's auch tun, was er gegen die Einwohner von Babel geredet hat. Die du an großen Wassern wohnst und große Schätze hast, dein Ende ist gekommen, dein Lebensfaden wird abgeschnitten. Der Herr Zebaot hat bei wenn ich dich auch gefüllt habe mit Menschen wie mit Heuschrecken, so wird man doch über dich anstimmen den Ruf des Kältertreters. Er hat die Erde durch seine Kraft gemacht und den Erdkreis durch seine Weisheit bereitet und den Himmel ausgebreitet durch seinen Verstand. Wenn er donnert, so ist Wasser die Menge am Himmel. Er lässt die Wolken heraufziehen vom Ende der Erde. Er macht die Blitze, dass es regnet, und lässt den Wind kommen aus seinen Vorratskammern. Alle Menschen aber sind Toren mit ihrer Kunst und alle Goldschmiede stehen beschämt da mit ihren Bildern, denn ihre Götzen sind Trug und haben kein Leben. Sie sind nichts, ein Spottgebilde, sie müssen zugrunde gehen, wenn sie heimgesucht werden. Aber so ist der nicht, der Jakobs Reichtum ist, sondern er ist's, der alle Dinge schafft, und Israel ist sein Erbteil. Er heißt Herr Zebaoth. Du, Babel, warst mein Hammer, meine Kriegswaffe. Durch dich habe ich Völker zerschmettert und Königreiche zerstört. Durch dich habe ich Rosse und Reiter zerschmettert, Wagen und Fahrer. Durch dich habe ich Männer und Frauen zerschmettert, Alte und Junge, Jünglinge und Jungfrauen. Durch dich habe ich Hirten und Herden zerschmettert, Bauern und Gespanne und Fürsten und Herren. Aber nun will ich Babel und allen Bewohnern von Chaldea vergelten, alle ihre Bosheit, die sie an Zion begangen haben, vor euren Augen, spricht der Herr. Siehe, ich will an dich, du Berg des Verderbens, der du Verderben gebracht hast über alle Welt, spricht der Herr. Ich will meine Hand wieder dich ausstrecken und dich von den Felsen herabwälzen und will einen verbrannten Berg aus dir machen, daß man weder Ecksteine noch Grundsteine aus dir nehmen kann, sondern eine ewige Wüste sollst du sein, spricht der Herr. Richtet auf das Banner auf Erden, blast die Posaune unter den Völkern, heiligt die Völker zum Kampf gegen die Stadt Babel, ruft wieder sie die Königreiche Ararat, Minni und Aschkenaz, sammelt Kriegsleute gegen sie, bringet Rosse herauf, zahlreich wie Heuschrecken, heiligt die Völker zum Kampf gegen sie, die Könige von Medien, sammt allen ihren Fürsten und Herren und das ganze Land ihrer Herrschaft, daß das Land erbebt und erzittert, denn die Gedanken des Herrn wollen erfüllt werden, wie der Babel, daß er das Land Babel zur Wüste mache, in der niemand wohnt. Die Helden zu Babel werden nicht zu Felde ziehen, sondern in der Festung bleiben. Mit ihrer Stärke ist's aus, sie sind Weiber geworden, ihre Wohnungen sind in Brand gesteckt und ihre Riegel zerbrochen. Ein Läufer begegnet dem Anderen und ein Bote dem Anderen, um dem König von Babel anzusagen, daß seine Stadt genommen sei an allen Enden und die Furten besetzt seien und die Bollwerke verbrannt und die Kriegsleute verzagt. Denn so spricht der Herr Zebaot, der Gott Israels, die Tochter Babel ist wie eine Tenne, wenn man sie feststampft. Es wird ihre Ernte gar bald kommen. Nebukadnezar, der König von Babel, hat mich gefressen und umgebracht. Er hat aus mir ein leeres Gefäß gemacht. Er hat mich verschlungen wie ein Drache. Er hat seinen Bauch gefüllt mit meinen Kostbarkeiten. Er hat mich vertrieben. Nun aber komme über Babel der Frevel, der an mir begangen ist und an meinem Fleische, spricht die Einwohnerin von Zion. Und mein Blut komme über die Bewohner von Chaldea, spricht Jerusalem. Darum spricht der Herr, siehe, ich will deine Sache führen und dich rächen. Ich will ihr Meer austrocknen und ihre Brunnen versiegen und Babel soll zu Steinhaufen und zur Wohnung der Schakale werden, zum Bild des Entsetzens und zum Spott, daß niemand darin wohne. Sie sollen miteinander brüllen wie die Löwen und knurren wie die jungen Löwen. Wenn sie vor Gier brennen, will ich ihnen ein Mahl zurichten und will sie trunken machen, daß sie matt werden und zum ewigen Schlaf einschlafen, von dem sie nimmermehr aufwachen sollen, spricht der Herr. Ich will sie hinabführen wie Lämmer zur Schlachtbank, wie Widder und Böcke. Wie ist Scheschach gefallen und die in aller Welt berühmte eingenommen? Wie ist Babel zum Bild des Entsetzens geworden unter den Heiden? Ein Meer ist über Babel gegangen und mit der Menge seiner Wellen ist es bedeckt. Seine Städte sind zur Wüste und zu einem dürren öden Lande geworden, zum Lande, darin niemand wohnt und das kein Mensch durchzieht. Ja, ich habe den Beel zu Babel heimgesucht und habe aus seinem Rachen gerissen, was er verschlungen hatte. Und die Heiden sollen nicht mehr zu ihm laufen, denn es sind auch die Mauern von Babel zerfallen. Zieh aus von dort mein Volk und rette ein jeder sein Leben vor dem grimmigen Zorn des Herrn. Euer Herz könnte sonst weich werden und verzagen vor den Gerüchten, die man im Lande hören wird. Denn es wird in diesem Jahr ein Gerücht umgehen und danach im nächsten Jahr wieder ein Gerücht und Gewalt wird im Lande sein und ein Herrscher wieder den anderen. Darum siehe, es kommt die Zeit, daß ich die Götzen zu Babel heimsuchen will und sein ganzes Land zu Schanden werden soll und seine Erschlagenen darin liegen werden. Himmel und Erde und alles, was darinnen ist, werden jauchzen über Babel, weil seine Verwüster von Norden gekommen sind, spricht der Herr. Und Babel muss fallen für die Erschlagenen Israels, die für Babel gefallen sind, die Erschlagenen nun hin, die ihr dem Schwert entronnen seid, und haltet euch nicht auf. Gedenkt des Herrn in fernem Lande und lasst euch Jerusalem im Herzen sein. Wir waren zu Schanden geworden, weil wir die Schmach hören mussten und Scham unser Angesicht bedeckte, weil die Fremden über das Heiligtum des Hauses des Herrn kamen. Darum siehe, die Zeit kommt, spricht der Herr, daß ich die Götzen Babels heimsuchen will, und im ganzen Lande sollen die tödlich Verwundeten stöhnen. Und wenn Babel zum Himmel emporstiege und seine Mauern unersteigbar hochmachte, so sollen doch Verwüster von mir über sie kommen, spricht der Herr. Man hört ein Geschrei aus Babel und einen großen Jammer aus der Chaldea Lande, denn der Herr verwüstet Babel und vertilgt aus ihm das große Getümmel. Wellen draußen heran wie große Wasser, es erschallt ihr lautes Tosen, denn es ist über Babel der Verwüster gekommen. Seine Helden werden gefangen, seine Bogen werden zerbrochen, denn der Gott der Vergeltung, der Herr, zahlt es ihnen heim. Ich will seine Fürsten, Weisen, Herren und Hauptleute und seine Krieger trunken machen, daß sie zu ewigem Schlaf einschlafen sollen, von dem sie nie mehr aufwachen, spricht der König, der da heißt Herr Zebaoth. So spricht der Herr Zebaoth, die Mauern des großen Babel sollen geschleift und seine hohen Tore mit Feuer verbrannt werden, daß die Arbeit der Heiden umsonst sei und dem Feuer verfalle, was die Völker mit Mühe erbaut haben. Dies ist das Wort, das der Prophet Jeremia befahl Seraia, dem Sohn Nerias, des Sohnes Machseias, als er mit Zedekia, dem König von Judah, nach Babel zog, im vierten Jahr seiner Herrschaft. Und Seraia war der Marschall für die Reise. Und Jeremia schrieb all das Unheil, das über Babel kommen sollte, in ein Buch, nämlich alle diese Worte, die wieder Babel geschrieben sind. Und Jeremia sprach zu Seraia, wenn du nach Babel kommst, so schaue zu und lies laut alle diese Worte und sprich, Herr, du hast geredet gegen diese Städte, dass du sie ausrotten willst, so dass niemand darin wohne, weder Mensch noch Vieh, sondern dass sie immer da wüst sei. Und wenn du das Buch ausgelesen hast, so binde einen Stein daran und wirf's in den Euphrat und sprich, so soll Babel versinken und nicht wieder aufkommen von dem Unheil, das ich über sie bringen will, sondern soll vergehen. Soweit hat Jeremia geredet. Kapitel 52 Zedekiah war 21 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte elf Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Hamutal, eine Tochter Jeremias aus Libna, und er tat, was dem Herrn missfiel, gleich wie Jojakim getan hatte. Denn so geschah es mit Jerusalem und Judah um des Zornes des Herrn willen, bis er sie von seinem Angesicht wegstieß. Zedekiah fiel ab vom König von Babel. Im neunten Jahr seiner Herrschaft, am zehnten Tage des zehnten Monats, kam Nebukadnezar, der König von Babel, mit seinem ganzen Heer vor Jerusalem, und sie belagerten es und machten Bollwerke ringsumher. Und die Stadt blieb belagert bis ins elfte Jahr des Königs Zedekiah. Aber am neunten Tage des vierten Monats nahm der Hunger Überhand in der Stadt, und das Volk des Landes hatte nichts mehr zu essen. Da brach man in die Stadt, und alle Kriegsleute wandten sich zur Flucht und zogen zur Stadt hinaus bei Nacht durch das Tor zwischen den zwei Mauern auf dem Wege, der zum Garten des Königs geht. Aber die Chaldea lagen rings um die Stadt her. Und als sie den Weg zum Jordantal nahmen, jagte das Heer der Chaldea dem König nach, und sie holten Zedekiah ein im Jordantal von Jericho. Da zerstreute sich sein ganzes Heer. Und sie nahmen den König gefangen und brachten ihn hinauf zum König von Babel nach Riblah, das im Lande Hamad liegt. Der sprach das Urteil über ihn. Alldann ließ der König von Babel die Söhne Zedekiahs vor dessen Augen töten und tötete auch alle Oberen von Judah in Riblah. Aber Zedekiah ließ er die Augen ausstechen und ihn in Ketten legen. So führte ihn der König von Babel nach Babel und legte ihn ins Gefängnis, bis er starb. Am zehnten Tage des fünften Monats, das ist das neunzehnte Jahr Nebukadnezars des Königs von Babel, kam Nebuzaradan, der oberste der Leibwache, der stets um den König von Babel war, nach Jerusalem und verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser von Jerusalem. Alle großen Häuser verbrannte er mit Feuer. Und das ganze Heer der Chaldea, das bei dem obersten der Leibwache war, riß alle Mauern Jerusalems ringsumher nieder. Aber das niedere Volk und was vom Volk noch übrig war in der Stadt und die zum König von Babel abgefallen waren und was übrig geblieben war von den Werkleuten führte Nebuzaradan, der oberste der Leibwache gefangen weg. Vom niederen Volk auf dem Lande ließ Nebuzaradan, der oberste der Leibwache, Weingärtner und Ackerleute zurück. Aber die kupfernen Säulen am Hause des Herrn und die Gestelle und das kupferne Meer am Hause des Herrn zerbrachen die Chaldea und brachten alles Kupfer nach Babel. Und die Töpfe Schaufeln, Messer, Becken, Schalen und alle kupfernen Gefäße, die man im Gottesdienst zu Gebrauchen pflegte, nahmen sie weg. Dazu nahm der oberste der Leibwache, was golden und silbern war, an Bechern, Räuchergefäßen, Becken, Köpfen, Leuchtern, Löffeln und Schalen. Die zwei Säulen, das Meer, die zwölf kupfernen Rinder darunter und die Gestelle, welche der König Salomo hatte machen lassen für das Haus des Herrn, das viel. Von den zwei Säulen aber war jede achtzehn Ellen hoch. Eine Schnur, zwölf Ellen lang, reichte um sie herum. Jede Säule war vier Finger dick und inwendig hohl. Auf jeder stand ein kupferner Knauf, fünf Ellen hoch, und ein Gitterwerk und Granatäpfel waren an jedem Knauf rings umher, alles aus Kupfer. Und eine Säule war wie die andere, die Granatäpfel auch. Es waren sechs und neunzig Granatäpfel daran, im Ganzen waren es hundert Granatäpfel rings um das Gitterwerk herum. Und der oberste der Leibwache nahm den obersten Priester Seraja und den zweitobersten Priester Zephanja und die drei Hüter der Schwelle und aus der Stadt einen Kämmerer, der über die Kriegsleute gesetzt war, und sieben Männer, welche stets um den König sein mussten, die man in der Stadt fand, dazu den Schreiber des Feldhauptmanns, der das Volk des Landes zum Heer aufbot, und sechzig Mann vom Volk des Landes, die man in der Stadt fand. Diese nahm Nebusaradan, der oberste der Leibwache, und brachte sie zum König von Babel nach Riblah. Und der König von Babel schlug sie tot zu Riblah, das im Lande Hamad liegt. So wurde Judah aus seinem Lande weggeführt. Dies ist das Volk, das Nebukadnezar weggeführt hat. Im siebenten Jahr 3023 Judäer, im achtzehnten Jahr aber des Nebukadnezar 832 Leute aus Jerusalem. Und im dreihundzwanzigsten Jahr des Nebukadnezar führte Nebusaradan, der oberste der Leibwache 745 Leute aus Judah weg. Alle zusammen sind 4600. Aber im siebenunddreißigsten Jahr, nachdem Joachin, der König von Judah weggeführt war, am fünfundzwanzigsten Tage des zwölften Monats, ließ Evil Merodach, der König von Babel, im Jahr, da er König wurde, Joachin, den König von Judah aus dem Kerker holen, und redete freundlich mit ihm und setzte seinen Sitz über die Sitze der Könige, die bei ihm in Babel waren. Und Joachin legte die Kleider seiner Gefangenschaft ab und aß bei dem König sein Leben lang. Und ihm wurde stets sein Unterhalt vom König von Babel gegeben, wie es für ihn verordnet war, sein ganzes Leben lang, bis an sein Ende. Höchst Jahrh 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 Jahrh